Das war sehr leid, oder? Huch! Hä? Dass zwar die Musik, glaube ich, gerade noch zu laut ist, oder? Okay. Ich bin doch ein bisschen übertrieben. Hm. Ah! Ihh, so Marienkäferfleck gucke ich mir mal später an. Und jetzt nicht, jetzt nicht. Wer war Uschi? Ein großes Mysterium, immer noch. So. Jetzt gehst du uns erstmal shoppen. Na, erstmal natürlich wie immer. Oh, wir wurden angerufen von Nina Hüttemann. Da rufen wir gleich zurück. Gestern von Brian Gamble, Fee, Herr Helmut. Nina Hüttemann, Herr Helmut. Aber das ist ja noch von, genau, das wäre ja hier. Herr Helmut hat aber nochmal angerufen, 22.32 gestern. Okay. Die Fee hat geschrieben, Okay, warte. Äh, du musstest mir unbedingt privat in mein Schlafzimmer ze... Was? Ich habe mir so ein tolles Kleid gekauft. Meine Güte, das musst du unbedingt... Und da musst du unbedingt nochmal in die Boutique. Du musstest mir unbedingt privat in mein Schlafzimmer... In meinem Schlafzimmer zeigen! Gut. Ähm, versteht ihr mich gerade gut? Ist das mit der Musik auch so okay? Da, VoiceShot ist live und hat viel Foi-Foi. Foi-Foi. Ihr... Ja, passt? Okay, super. Ich mach... Komm, ich mach mal trotzdem auch die andere Playlist an. Weil das wird ein bisschen zu hektisch. So. Das mach ich für mich gerade nochmal ein bisschen lauter. So. Ähm. Fee. Larry hasst den Anzug. Er hat sich gerade... Er hat sich gerade... Larry hasst den Anzug und hat sich gerade umgezogen. Ähm... Erry. Nein. Äh, Erry? Also ich wahrscheinlich dann? Hab den Zweitschlüssel für Brian's... Alter. Darf jetzt offiziell... Hab den Zweitschlüssel zu Brian's Apartment bekommen. Darf da jetzt offiziell wohnen. Ich kündige meine Wohnung auf jeden Fall wie eine WG. Ich hasse dich. Dein Ernst? Wie machst du das bitte? Sie hat von Skinner den Rhapsody. Sie hat von Brian das Motorrad, glaube ich, ausgeliehen bekommen. Also sie hat ja alles ausgeliehen bekommen. Das Motorrad ausgeliehen bekommen und nochmal dieses kurze rote Auto. Sie hat einen Zweitschlüssel zu diesem geilen Apartment. Alter. Das ist übrigens, wenn man böse spielt. Wenn man böse spielt, dann hat man natürlich sowas, ne? Würde ich nur mal sagen. Brian hat noch geschrieben. Hey Ariane, das freut mich zu... Ah, der Lien würde ich heute am nächsten gucken, vorbeibringen. Da müssen wir auch nochmal gucken. Hey Ariane, das freut mich sehr zu hören, dass es deiner Freundin besser geht. Ich habe Larry schon in dem Anzug gesehen. Und ich glaube, wenn Larry und ich nebeneinander im Anzug stehen, dann geht die Welt unter. Zu viert ist es eventuell etwas schwierig, weil du weißt ja, ne? Aber trotzdem hätte ich nichts dagegen, wenn wir mal essen gehen oder auf eine Party. Vollkommen overdressed. Übrigens habe ich einige Klamotten für dich. Klamotten? Da bin ich aber ganz ohr. Schreib das so. Was meinst du mit... Da geht die Welt unter. Musst du mir mal erklären. Hoppe, wir können uns bald mal wieder sehen. Party over best klingt supi! So. Ich hab da was bestellt! Oh nein, was hab ich denn da bestellt? Oh nein, hab ich das... Ariane, du Schiffftin. Von Philipp. Was, wir laden jetzt schon den Griff Ariane. Unsere Bestellungen da von Donuts sind da. Wann gehen wir hin? Ähm. Scheiße, hab ich da was bestellt? Ich hab's voll vergessen. Und schon letztens 400... 400... Dollar, ja, dagelassen. Aber was soll's? Bestellt ist... Bestellt. Das muss ich ja leider abholen. Scheiße, ich weiß es echt nicht mehr. Bitte kein Meter. Hättest du heute Zeit? Alter, was hab ich denn da... Nein, warum hab ich das getan? Ich weiß es wirklich nicht. Bitte, bitte, sag's mir nicht. Sag's mir nicht. Ich weiß es gerade nicht. Okay, das... Okay, das... Oh nein. Moment. Nee, das... Oh Gott. Sehr geehrte Frau Barnes. Hiermit werden Sie als Zeuge gemäß zu einer polizeilichen Vernehmung vorgeladen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Jetzt schon wieder 48 Stunden. Von wann ist das? Von gestern? Von gestern. 22.4. Spätestens alle 22.4. Okay, dann müssen wir gerade noch unsere Pläne umwerfen. Als Zeuge. Als Zeuge. Alles super. Ich muss da trotzdem hin. Okay. Muss ich mich dafür jetzt wieder unschuldig anziehen oder kann ich normal auch da hingehen? Ich bin ja nur Zeuge, ne? Ich bin nur Zeuge, wie viel... Können wir jetzt mal mit den Anzeigen bitte aufhören? Muss ich mich wieder pinkeln? The way. Stimmt, wir müssen... Irgendwas war Freitag. Da wollte ich noch mal überlegen. Ähm... Ja, schön, ne? Ich überlege gerade, ob ich irgendwas gemacht habe. Oder irgendwo. Das ist der komische Autounfall. Mit Kindern kann es ja eigentlich gar nicht sein da. Das war ja... Offensichtlich hatte der ja nichts da. Das war also dann back. Ein bisschen leiser. Hallihallo! Hi! Na? Na, wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, ich habe gerade eine komische SMS bekommen, ansonsten ganz gut. Was ist denn eine komische SMS? Zeugenaussage. Was denn für eine Zeugenaussage? Ich habe absolut, wirklich, ganz im Ernst, gar keinen Plan. Was hast du jetzt wieder angestellt? Ja, das überlege ich gerade tatsächlich. Aber ich meine eigentlich... Aber wen hast du jetzt wieder geschichten? Ich... Ich habe gerade wirklich... Ich weiß nicht. Ich bin diesmal aber nicht beschuldigt. Ja, Gott sei Dank. Ach, das steht da drin, oder was? Steht drin als Zeuge. Hm? Ja, keine Ahnung. Okay. Was machst du heute so? Ich bin gerade bei Venture und werde eingearbeitet. Mann, du! Ihr Säue! Ich bin so neidisch. Und eigentlich wollte ich gleich auf die Versteigerung, weil... Also heute sollte eigentlich eine Autoversteigerung sein, aber das wäre schon mal auf nächste Woche. Ach, die VSD oder sowas, ne? Ich bin doch auch richtig. Ja? Richtig. Hm. Ja. Okay. Also, keine Ahnung. Also, wenn du willst, also... Ich kann mich ja später nochmal anrufen, wenn ich da jetzt da durch bin gleich. Ja, mach das mal. Ich weiß nicht, ob ich direkt einen Termin kriege. Ja. Ja. Scheiße, ey. Okay. Genau, dann geh zum PD und melde ich dann einfach danach. Ja, weil ich habe die Nachricht jetzt auch viel zu spät gesehen. Weißt du, das will ich natürlich so schnell hinter mich bringen. Na klar. Die drohen ja immer direkt da drin. Okay. Ich habe so eine SMS noch nie bekommen, tatsächlich. Ja. Toi, toi, toi. Mhm. Die sehen immer sehr bedrohlich aus. Mhm. Bin gespannt. Ja. Okay, dann bis später, Nina. Bis später. Viel Spaß. Danke. Wie ziehen wir uns denn jetzt an? Ja, stimmt, Bender. Das war jetzt gar nicht hoch genug. Ich bin in letzter Zeit irgendwie viel dunkler da geworden. Ich bin in letzter Zeit viel dunkler da geworden. Hört sich auch ganz komisch an. Ariane. Was hast du wieder gekauft? Was hast du denn vorbestimmt? Oh fuck. Was habe ich denn gemacht? Ich weiß es einfach nicht. Oh. Boah, ich finde das immer noch sehr cool hier, ne? Das finde ich immer noch sehr, sehr cool. Oh, das rote Kleid ist so geil. Blümchenrock. Führt heute mal die Hose. Okay, warte mal jetzt. Jetzt bin ich aber schon wieder. Vielleicht machen wir einfach mal wieder. Leute, es ist wieder Zeit. Warte. Wo ist es? Da. Ich kann nicht anders, Leute. Ich kann einfach nicht anders. Es muss einfach sein. Warte. Oh. Oh, klar. So. Ah, das ist halt ein bisschen buggy. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nehmen soll. Weil das nämlich so... Ich, ich... Also, mit dem Bananen sieht es einfach viel, viel besser aus. Es ist halt ein bisschen buggy. Buggy. Das sind unsere Stulten-Charts. Stand vorbei. Kupferfarbene. Oder für die Stulten-Dinger. Da. Ich kann unsere Kette auch nehmen, weil da ist man wieder so super overdressed. Ich habe Angst, dass mich jemand dann überfällt, weil ich diese geile Kette habe, weil ich bin alleine. Jetzt übrigens würde ich ein Tattoo irgendwie bei Ariane. Obwohl, ich bin immer... Wenn ich mal die unschuldigen Sachen an habe und dann ein Tattoo das Ganze macht, so... Weiß ich nicht. Offensichtlich warst du Zeugin, Pan. Ja! Ich war wohl offensichtlich irgendwo Zeugin. So, darf ich mal kurz gucken? So. Weißt du, Weintraube? Jetzt soll ich wahrscheinlich... Oh, ne, warte mal. Habe ich... Okay, daran kann ich mir nicht... Ist das Bild anders oder so? Ich kann mich null daran erinnern gerade. Okay. Ähm. Ja. Scheiße, ich will aber irgendwas im Hals haben. Jetzt, wisst ihr, was zu dem Aufregel passen würde? Diese Herzchenkette. Hör auf! Du musst sparen. Du hast da was bestellt und musst jetzt deine Pflicht heute erfüllen und es abholen. Scheiße. So, die Polizei, die... Jetzt ist ja die Frage. Die meinten ja, ich könnte auch anrufen. Aber dann müsste ich ja die 911 anrufen, oder? Ist das nicht... Ist das denn Notruf? Also ist das dann die Leitstelle? Hm. Zeugin ist ja nicht beschuldigt. Ich brauche kein weißes Outfit. Wie ins IC heraus. Ich weiß. Das könnte jetzt also sehr peinlich werden. Entschuldigung, sage ich schon mal. Ich bin sehr unangenehiert. Warte mal. PD 18. Hat der andere das eigentlich auch geschrieben? Hatte ich das nicht gelesen? Das wollte ich am Tag noch nachgucken. Stimmt, der hat das nicht geschrieben. Okay. Louis. Das ist PD 18 jetzt gewesen, ne? PD 18. 18. Louis. Was ist mit meiner Blase heute los? Genau, ihr dürft nichts sagen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ähm. Und hier ist das die Leitstelle des SVD. Übersehen und ruf. Ja, hallo. Barnes mein Name. Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin. Aber ich soll als Zeugin aussagen und muss da jetzt einen Termin für machen. Äh. Da. Wurde Ihnen da kein Termin genannt? Nee. Da stand nur, ich soll auf den üblichen Kommunikationsweg. Ich war letztens auch da. Da war ich als Beschuldigte. Jetzt bin ich als Zeugin vorgelernt. Da wurde mir gesagt, das geht auch per Telefon. Äh, nee. Da müssen Sie einmal bitte, äh, ins PD kommen. Trotz Ihrer Aussage, ma'am. Äh, okay. Dann komm ich vorbei. Alles klar. Ja, tschüss. Tschüss. Was denn nun? Was ist das da für ein Haufen immer? Nein, sie hat nicht vorbeikommen gemusst. Sie können das aufs Telefon machen. Nein, da müsstest du vorbeikommen. Was war das? War die Stimme? Mein ganzes Ohr ist am Brummen. Mein ganzes Ohr ist am Brummen. Aber ich will was am Hals haben. Ich will was am Hals haben, Leute. Das ist ja komisch. Wir müssen noch was zu essen mitnehmen. Ich nöse es trotzdem mit. Mann, ich weiß nicht. Vielleicht kann ich auch wieder meine Jacke einfach mal anziehen. Aber ich finde das Ohr-Jacke irgendwie immer schöner bei ihr. Ja, ich nehme das hier alles sehr ernst. Sonst nehmen wir einfach mal wieder die Jacke. Guck mal, das tat man schon lange nicht mehr an. Meine Güte. Entschuldigung, das tat man wirklich schon lange nicht mehr anziehen. Ich habe nicht mehr was zu essen. Er braucht Milch mit Honig. Ja, der kann ja Honey gerne aufessen. So, warte. Lass mich mal kurz gucken. Ja, ich nehme mal ein Tellerchen hier vorne mit. Oh, stopp. Moment. Das behalten wir die ganze Zeit natürlich bei uns. Ich habe erst überlegt, dass auch in die Erinnerungskiste, aber das sollte man schon bei sich behalten. Der Schneemann, der Schneemann, der ist, ich hatte übrigens den Schneemann ja nicht im Inventar, als er da vom Balkon gestürzt ist. Ich bin mega aber, glaube ich, auch virtuell. Jetzt muss ich den Schneemann noch mehr bei mir halten. Ich kann ihn nicht in die Erinnerungskiste legen, der ist ein Glücksbringer. Ist das ein Glücksbringer? Es gibt Glücksbringer und es gibt, ähm, es gibt Glücksbringer und es gibt Erinnerung. So, das ist es, ein Glücksbringer. Ja, ich werde irgendwann mit dem Schneemann verhungern. So. Ach ja. So, war jetzt noch irgendjemand, dem wir noch antworten wollten, vielleicht? Hatten wir, hatten wir. Mary können wir ja gleich auch nochmal so nebenbei schreiben, so, hey, ich hoffe, dir geht es gut. Fischi in your arms. Daran lag es klar. Ja, natürlich. Ja, hä, ist doch so. Ich hatte den einmal aus dem Inventar gepackt, um irgendwie Platz zu haben. Zack. Ist Ariane tot. Also, durch den Bug halt, aber trotzdem. Der Bug wäre einfach nicht auf, wie Ariane wäre ich, lesbisch, so Hottie. Oh, danke schön. Hier, nochmal der tolle Pusen. Aber die Hose ist halt auch cool, ne? Ja, 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 ja. Ja, ich freue mich, wenn ihr das, also ich freue mich, dass ihr das Outfit immer noch so mögt. Das ist doch irgendwie, das ist das typische Ariane Outfit. Das ist so dieses Standard-Outfit. Ich weiß nicht, ich sehe es einfach auch so sehr an ihr. Und ein Motorrad unterm Arsch, ne? Das schwarzes Motorrad unterm Arsch wäre auch schon ganz cool, ne? Fee. Aber ein eigenes. Hört ihr die Musik im Hintergrund übrigens? Kannst du doch mal ein bisschen leiser hier wieder machen. Okay. Oh. La Rue, La Rue ist noch da. Einmal am Auto riechen geht. Fee, reib dich daran. Wann macht das? So bescheuert. Gestern bei Fee einmal reingeguckt. Wie steht ein neues Auto? Was ist denn hier los? Aha. Ja, ja. Und Fee fährt das Auto nicht mal. Warum hat die denn den Schlüssel? Ernsthaft? Sollen uns den Schlüssel geben? Ich frage da nochmal. Fee. Der. Rhapsody steht immer noch hier. Hier. Gib mir doch den Schlüssel, wenn du ihn nicht fährst. Du hast doch 100 Autos. Ja, ich helfe dir gerne, aber muss noch zum Pidi. Ich soll ne Zeugenaussage. Sagen wir mal ein Fragezeichen. Zwei Stück. Machen. Was zur Hölle. Alles komisch heute. Hm. Ja, Ariane will den weiter... Ja, ist doch so. Dann soll Ariane noch den Schlüssel haben. Dann kannst du dir ja zur Not immer noch den Schlüssel geben. Oder kann den hier umparken und sowas alles. Ja, das ist ja schon wieder ganz toll hier. Warte mal. Da Pidi. Da Pidi. Da Pidi. Boah. Ich muss immer nach Autofahren. Aber die Musik ist grad... Ist das wirklich okay so für euch? Ich muss mal grad den Ton hier bei mir ein bisschen lauter machen auf dem Ohr. Ohne Kratzer. Jo. Was geht? Fee. Ach du, auch schön. Ich bin auf dem Weg. Hab heute in meinem neuen Apartment übernachtet. Riesengroß. Geiler Mann. Unfassbar. Brian ist einfach wohl sehr mit. Und Melodies alte Klamotten. Willst du die haben? Ach so. Das meint Brian. Da muss ich mal schauen. Unsere... Unsere Stile waren doch recht unterschiedlich. Aber bei Klamotten... Aber bei Klamotten... Aber bei Klamotten sagt ich grundsätzlich nicht nein. Wobei ich mittlerweile auf Boutique umgestiegen bin. Und gestiegen bin. Pum, 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 pum. Er verliebt mit ihm. Wie ein richtig guter, bester Freund. Ja. Willst du... Willst du eigentlich was von... Brian? Bist du gerade im Dienst? Ich fahre jetzt... Ich fahre jetzt... Los. Alter. Ich kann mir Fäh nicht schreiben, ne? Das ist nämlich gefährlich. Oh, warte mal. Nein. Ich fahre jetzt los. Kann während... Während der Fahrt nicht schreiben. Alter. Mach dem Motto aus. Fähne. Die töten... Bus-Chan, ja, aber das war nicht unser Bus-Chan. Das war nicht unser Bus-Chan, leider. Ähm. Das war schon wieder ein Mordanschlag von Fäh. Ist ganz so. Ich wäre beinahe vorgefahren, aus Versehen, ja? Ich wollte gerade was mit W schreiben. Hätte mich der Bus erwischt. Ja. Brauche eh jemanden, der mich abholt. Das Motorrad ist gerade in Benutzung. Ja, will ich? Nein, bin ich nicht. Bist du gerade im Dienst? Willst du was von Brian? Ja, will ich. Ich bin beim Eklips-Dauer. Ja, dann packe ich dich kurz ein. Bin auf dem Weg. Oh. Hey Ariane, ja, ich hab noch Klamotten in meiner Kleine schon, die ich eventuell weitergeben werden können. Ähm, die ich eventuell weitergeben werden können. Ähm, wenn wir bei dem Anzug nebeneinander stehen, dann geht für die Welt... Dann geht für die Damen die Welt unter. Ach, weiss. Ach, warte. Okay, das verstehe ich. Das mit dem Weltuntergang. Bin ja schon bei... Bei Larry halb... Halb gestorben und wurde fast zur Schnecke. Das erklär ich dir aber nicht. Ich wurde fast zur Schnecke. Oh, mein Gott. Er wurde fast zur Schnecke. Ey, das ist so... Das ist unser Insider. Den erklär ich dir nicht. Das erklär ich dir wirklich nicht. Das ist so schön. Ähm... Wurde schon fast zur Schnecke. Ähm... Ich hole gleich Fee ab. Muss dann zum Apartment. Ähm... Muss dann zum... Äh... Zum PD, weil ich eine Zeugenaussage habe. Wofür auch immer. Moment mal. Das frage ich dir gleich wegen der... Sie hat also auch eine Anzeige. Super. Nacke. Leute. Leute. Hier. Discord, do your thing. Do your thing. Da. Ding, ding. Wo ist der Eclipse Tower? Der war doch hier irgendwo bei mir in der Nähe. Eclipse Boulevard. Da. De Nacke. De Nake. Boah, ich will Cabrio. Alter, ich will so Cabrio und Motorrad. Das wäre so cool. Ich bin immer noch am überlegen, wie ich einen blöden Auftrag... Wie gesagt, ich würde generell... halt die Grafik vorbereiten. Ich kann es nicht! Der Autofahrt ist doch kein SS. Also ich bitte euch. Ähm, ich würde generell gerne da schon mal was vorbereiten. Und dann haben wir auch gucken, ob es in der RP dazu kommt. Ich würde es mir halt selber auch verbauen. Weil ich das... RP-technisch... so besser finde, dass... dass Ariane dann eher sagt, nee, sie würde auch nicht mit Honey zusammenarbeiten wollen. Und mit Walter Wald geht ja gerade auch nicht. Du hättest nicht überfahren können. Was? Steck ein! Warte. Magst du vielleicht jemanden mitnehmen? So, bitte nochmal. Magst du jemanden vielleicht mitnehmen? Wen denn? Warte. Äh, mag der Jüdinger auch fahren? Fährst du mein Auto viel? Natürlich. Nee, warte, ich muss selber fahren. Scheiße. Natürlich. Jetzt bin ich doch am überlegen. Nein, ich sollte selber fahren. Ja. Brian. Okay, jetzt will ich doch nicht fahren. Wieso nicht? Boah. Der hat ja mal einen schicken Anzug an. War richtig geil, ne? Guten Abend. Meine Güte, Brian. Du siehst aber gut aus. Vielen Dank. PD. Äh, ja. Oh ja, genau. PD, okay. Einen Moment. Ja, war ich jetzt noch ein bisschen abgelenkt. Ich warne vor, ich war scheiße. Ihr seid doch nicht im Dienst. Also bitte nichts sagen. Ja, natürlich. Warum lasst du so? Ach, so, so. Hä, was ist denn los? Alles gut. Hä, warum lasst du so? Boah, Arianna. Ich hab, das hab ich ja schon erzählt, ne? Wie geht's? Alles fit im Schritt, oder was? Ja, jetzt ist alles fit im Schritt. Nee, egal. Alles fit im Schritt. Ja, das ist super. Aber so, dann fahren wir mal hier links, ne? So. Oh Gott, im Himmel. Ähm. Ja, Ariane. Testament hab ich, kein Problem. Ja, ich kann nicht so gut Auto fahren. Tut mir leid. Ich versuch's da mal hin, weil hier steht ja jetzt ein Stopp. So. Ja, Ariane. Ist ja nicht so schlimm. Übung macht den Meister. So sagt man doch immer, oder? Ja, ich üb's schon die ganze Zeit. Den Meister bin ich immer noch nicht. Ja, das merkt man. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich bin heute so gut drauf. So, fahr ich mal weiter. Oh, ich hab die Aussage verpasst. Scheiße. Ist okay. Keine Sorge. Ja, ja, ich fahr da vorne, dann rechts. Okay. Oh, meine Hand schwitzt so. Scheiße, ich kann gar nicht mehr hier. Ich rutsch die ganze Zeit vom Rad ab, weil ich so nervös bin. Wieso bist du nervös? Das bin doch nur ich. Ach, deswegen bist du nervös, weil ich nicht bin. Zwei Polizisten fahren hier gerade mit. Ich bin noch... Hier bleib ich stehen, weil ich guck immer, kommt da ein Auto? Ich muss ja Vorfahrt gewähren, so. Ja. Und dann fahr ich immer so. Dann muss ich ja jetzt nochmal links. Ja. Und dann fahr ich jetzt hier lang. Dann können wir bitte auf uns zu lachen, da hinten. Mhm. Ja, sehr nett. So, ich muss ja jetzt links, ne? Ja. Deswegen halte ich hier nur bei dem Stopp, weil da steht Stopp. So, guck ich noch recht. Und dann fahr ich jetzt hier lang. Oriana, du hältst endlich mal ein Stopp-Schilder, das ist wirklich erstaunlich. Ja, damit mich keiner mehr ärgern kann und sagen kann, ich war Fadi. Äh, ich weiß, damit keiner mehr sagen kann, ich halte ja nicht. Ja. Nee. Gleich musst du rechts. Ja, ich weiß. Aber eigentlich links. Wirklich? Ja, natürlich. Jetzt ist es zu spät. Ja, jetzt musst du links. Nein, fahr rechts, bitte fahr rechts. Oh, ich bin wichtig. Ah ja, okay. Was? Ich bin gut. Okay. Was geht ab? Ich bin gut gelaunt. Was? Ich habe gesagt, ich bin gut gelaunt. Achso, ja, okay. Nicht so wie gestern, ne? Ja, wieso? Gucken wir mal. Ich war auch gestern gut gelaunt. Ja, aber wie viel Ur haben überhaupt? Ah, ich muss bald... Ja, du musst stoppen. Das ist ja gut von der Ariane, dass du nachdenkst. Ich muss immer alles kommen. Hier rechts kannst du einparken. Ja, passt die da gar nicht rein. Äh, Ariane, du passt da rein. Oh Gott, doch nicht vorwärts. Dann fahr doch nicht vorwärts in die Parklücke. Fahr rückwärts in die Parklücke. Jetzt mach mich doch nicht so nervös. Es ist hinter mir ein Auto. Nein, ich muss in die Wege gucken. Ja, fein. Fein, genau. Ich bin lieber hier dran. So. Okay. Ja, 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 ja. Du musst du sehr schön, Ariane. Und jetzt gerade ein... Ja. Moment, jetzt warte doch einmal kurz. Rein. Sorry, das reicht. Die, die... Okay. Die Besprechungen, die das Haus spüren übrigens, ne? Ja, ich weiß. Ich hab mir erst den Rest bekommen. Hier um 21.30 Uhr, ne? Sag mal, Fein, was meinst du mit... Hm? Was? Wann hab ich meinen Termin? 21.30 Uhr? Genau, um 23 Uhr oder nach nochmal mit dem Schatanleid. Ja, was ist, Ariane? Fein, musst du auch eine Aussage machen? Ich... Ich hab die schon gemacht. Ja, Fein, Fein. Gestern. Ist das das gleiche, wo ich was machen muss? Ich hab keine Ahnung, Ariane, aber ich schwör dir, ich reiß dir den Kopf ab, wenn ich dadurch irgendwelche Nachteile habe. Ja, dürfte ich erst mal wissen, was das denn überhaupt ist? Ich muss die Wahrheit sagen. Ja, mach das doch. Ich hab auch die Wahrheit gesagt. Ja, natürlich, wir müssen immer die Wahrheit sagen. Ja, aber bei was denn? Ja, erfährst du doch gleich, oder? Darf ich darüber reden? Der Polizist letztens hat gesagt, ich soll nicht im PD vorbeikommen, sondern anrufen, wenn ich einen Termin machen möchte. Also hab ich heute angerufen, da meint der Polizist, das geht nicht per Telefon, ich soll im PD vorbeikommen. Weißt du, das ist eigentlich ein komischer Haufen bei euch. Ja, ziemlich komisch, komm ich. Immerhin sehen wir alle heiß aus. Ja, ich guck dich. Guck ihn immer an. Oh, oh, guck ihn an. Ja, beide schon hübscher. Ja, und ich hab Bilder gemacht von Larry und Brian gestern von Ellis. Ich muss sie dir mal schicken, beide im Anzug und heilige Raviol. Da ging mir die Pumpe. Was macht er? Genießt er gerade die Sonne? Ich glaube schon. Schnappst du auch schwarz-rot? Ist das eine ernst gemeinte Frage, Ariane? Nee, wir haben den gleichen Geschmack. Beste Fault-Kombination. Hm, wir sind halt gut. Ja? Das hat er übrigens gestern auch schon gemacht. Was denn? Da stand er vor dem PD mit verschränkten Armen und war absolut nicht ansprechbar. Okay. Sollen wir schon mal vorgehen? Ja, komm. Okay. Und wie geht es dir? Ah, mir geht es wunderbar, weißt du, wieso? Weil ich in so einem richtig gut auf einem Sofa geschlafen habe, okay? Auf einem Sofa, einen riesigen Sofa, in einem richtig teuren Apartment, was ich jetzt einfach so besitze. Das ist ja schön für dich, du alte Angeberin. Ich meine, du kannst jederzeit vorbeikommen, weil wir haben da jetzt auch und zahlen Miete und so einen Scheiß, ne? Also, wenn du Bock hast, komm vorbei. Und dann kannst du mir dein Kleid im Schlafzimmer zeigen. Könntest du das bei der Mietgesellschaft anmelden, dass sie automatisch bei dir abbuchen, oder überweist du das, Brian? Wie macht ihr beide das? Äh, Brian hat gesagt, dass ich das anders weite, ich bezahlen kann. Ähm. Äh, bist du damit dann einverstanden? Natürlich. Ja, du gönnst dir, ich bin so doof, ich bleib immer stehen. Weil du Angst hast, überfahren zu werden? Ne, weil ich höflich bin und ich lass die lieber vor, obwohl ich eigentlich laufen darf. Das ist ja nett von dir, mh. Aber ist er... Ach. Ah, okay. Und, ja, ich glaube, der... Ich hab die Vermutung, dass er auch vielleicht was von mir möchte. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich darf sein Motorrad fahren. Ich hab seine Schlüssel, was soll ich... Hm. Peter hat sich auch für mich so schick gemacht. Wie bitte? Ja, die Antwort reicht mir. Alles gut. Ich hab dich akustisch nicht verstanden. Ich hab gesagt, vielleicht hat er sich ja auch für mich so schick gemacht. Äh, ja, über den Dreier haben wir auch gesprochen, hast du Bock? Was? Nein! Okay, schade. Mit, mit dir? Ja, mit mir und mit Brei? Nein! Wieso nicht? Weil ich nicht fremd gehe? Alter, Vierer halt. Mit der ich zusammen. Nein, ich teile nicht. Oh, Ariane! Ernsthaft? Oder meint ihr vielleicht ein Kartenspielabend? Vielleicht verstehe ich das doch einfach nur falsch. Ja, allerdings. Ich bin übrigens die vierte Begleitperson. Wenn ihr irgendwas zu viert machen wollt. Der hat mir jetzt... Der hat mich jetzt an... Äh, hier. Wie heißt das? Eingeladen. Werder? Denkst du, das hieß ein Date, Brian? Hm. Hört sich das so an, oder? Weiß ich nicht. Ich hab ihm gestern eine Zwiebel geschenkt. Ich hoffe, dir passiert mal was Schlechtes, weil du immer nur gute Sachen kriegst und du voll am Angeben bist. Hä, ich bin doch nicht am Angeben. Mensch, Ariane, ich hab doch nur drei Fahrzeuge und ein richtig geiles Apartments, als ich kein Geld zahle. Und ich bin die ganze Zeit nett und mir passiert nur Scheiße. Und ich werde ständig angehalten und darf weiterfahren. Hm. 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 So, wenn die mich jetzt wieder wegschicken, dann drehe ich durch. Na, ich geh in den Dienst und schick mich weg. Na, ich geh heute nicht in den Dienst. Eigentlich hab ich keine Zeit, weißt du? Was machst du denn? Dinge. Okay. Dann hau mal rein, wa? Der Arsch sieht ein Teil aus in der Rose. Dankeschön. Ja, schön. Wer ist P.D. Lewis? Ich hab keine Ahnung. Okay. Abend. Hä? Was ist mit euch beiden los? Was ist denn mit dir los? Warum lasst ihr mich stehen? Was ist mit euch? Warum stehst du denn? Also du standest da so, so ein bisschen, keine Ahnung, dein Kopf abgeschaltet, wir warten auf dich. Ja, wir haben die ganze Zeit gewartet. Ihr habt ja nicht mit mir gesprochen. Ihr habt die Seite zu Seite gegangen und hab ich unterhalten. Also hab ich gedacht, ich soll warten. Ach so, ja, nee. Jetzt hast du Gedanken versunken aus. Entschuldigung. Nein, ich bin, nein, ich bin nicht in Gedanken. Ich hab nichts zu verbergen. Bei mir kannst du ruhig immer dazu kommen. Hm, okay. Also Bescheid. Ich hab nichts weiter. Ich bin in den Etagen. Ich hab nichts. So. Ja, das stimmt. Das ist auch nicht schwer. Was soll das denn jetzt heißen? Ja. Hallo Titanic-Eisklotz. Was geht? Titanic-Eisklotz, das muss ich mir merken. Hallo Titanic. Dein Untergang steht bevor. Wir kommen weiter. So, ich hoffe, ich komm gleich dran in den Tag. Bist du nervös oder was? Nee, ich bin nicht gerne hier. Also ich bin gerne hier, aber nur zum Essen. Ja, und wegen mir wahrscheinlich, oder? Ja, dich sehe ich ja gar nicht mehr. Boah, Ariane, ich hab mir heute extra Zeit genommen. So, hier. Ja, haben wir halb zu. Einmal hier. Danke. Einmal hier. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Und was ganz wichtig ist, ne? Ja. Einmal hier. Ich hab noch die Nudeln. Okay. Achso, ich hab auch noch was für dich bei. Oh, danke, Brian. Dann wieder eine Zwiebel, oder was? Mist, jetzt hab ich aber nichts. Ja. Hä? Meine Mütze wieder. Hä, wo hast du meine Mütze her? Hä? Du steckst sie mir immer zu. Wo hat er sie denn denn hingesteckt? In die Hose. Okay, wo ist das? Ich versteh die Frage nicht. Natürlich in die Hose. Wo denn sonst? Na ja, du bist ziemlich knapp bekleidet heute. Das ist ja knapp bekleidet. Man sieht meine Brüste nicht. Das ist nicht knapp bekleidet, also. Ja. Oder, Brian? Ja, ja, ist richtig. Gut. Ich geh mich da mal umziehen, ne? Ja, viel Spaß. Ach, schade. Was denn? Wieso? Das sieht echt gut aus mit dem Anzug. Ist das eine Weste? Ja. Ist die auch aus der Boutique? Äh. Ja. Aber das ist schon ein paar Wochen her. Ein paar Monate. Okay, das soll ich trotzdem nochmal nachfragen. Das sollst du nochmal nachfragen. Tja, die kann ich vielleicht Larry noch holen. Ich habe auszusehen wohl eine Bestellung gemacht bei der Boutique, habe ich heute erfahren. Ich habe jetzt so viel Geld da gelassen. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was ich bestellt habe. Ah ja, nee. Ich habe auch damals irgendwas bestellt und habe es nie gekriegt. Also von daher, lass ich drüber reden. Oh je, okay. Kann ich das nach vorne? Ja, gerne nach vorne und spreche gerne. Gehe an die Leitstelle. Hallöchen. Hallo, ich hatte gerade angerufen. Ich soll als Zeugin hier aussagen. Ja, bei welchem Officer denn? Wissen Sie das? Äh, PD18 Louis. Okay, ich guck mal eben, ob er da ist. Nennen Sie, der fragen sollte, wer ich bin. Ja, der ist sogar da. Super. Moment. Einmal bitte das LSBD anfahren. Du hast eine Zeugenaussage. Der, die Frau wartet auf den Herrn Louis. Genau. Aufstoßen, Moment. Mach mal so. Sehr gut. Leitstelle Ende. Gut, ähm, man. Dann, der Herr kommt dann gleich zurück tatsächlich. Ja. Würde Sie sich so lange bitten, einmal hier hinten rechts an der Seite, können Sie kurz Platz nehmen. Okay, kann ich zu meinen Freunden hinter mir? Ist das auch okay? Das ist auch in Ordnung. Solange Sie hier bleiben und wie Sie finden, ist alles gut. Okay, danke schön. Jo. Oh, störe ich hier gerade? Nein. Alles Jules. Hallo. Hallo. Wir haben gerade für unsere erste Nacht eingeschlagen. Für die erste gemeinsame, weißt du? Was? Ich habe auf dem Sofa geschlafen, Ariane. Ähm. Weißt du, weil wir eine WG haben. Ja? Was macht ihr da so? WG-Sachen. Das macht man so. Das macht man so entschieden, oder? Ihr redet jetzt aber nicht vom Bumsen, oder? Ariane. Wo denkst du denn hin, Ariane? Ja. Ja, aber es gibt nichts anderes, was man in der WG macht. Ja, wenn ihr schon sagt, eure erste gemeinsame Sammacht, dann denke ich natürlich an sowas. Ich denke relativ schnell an sowas. Tut mir wirklich leid. Hm. Willst du mitmachen? Ariane, fehlt irgendwas eventuell? Nee. Doch. Das ist also ein bisschen von damals hingeblieben. Ich habe damals viel, ähm... Du boomst? Nicht im Bezug... Wo kriege ich das Oberteil eigentlich her? Meine... Meins? Mhm. Keine Ahnung, das haben wir doch schon mal versucht zu kaufen, aber das wolltest du nicht haben, weil das eigentlich so freizügig ist. Ja, ja. Meinst du das auch? Du brauchst haltend ändern dich, Ariane. Ich zeige dir alles, was du wissen möchtest. Ariane, es geht um deine Haltung. Meine Haltung? Ich dachte, du hast gelernt. Oh, es tut mir leid. Stimmt ja. Da war ja was. So. Viel besser. Ich dehne meine Füße immer so krass, wenn ich diese Haltung mache. Mhm. Schön, Ariane. Das ist mir schön ganz gut, dann kann man auch noch ein bisschen trainieren dabei. Mhm. Das hast du den Hintern. Ach, deshalb kommt der... Ah, jetzt verstehe ich. Was denn? Schon gut. Jetzt bin ich aber neugierig. Hä? Wieso bist du neugierig? Weißt du, du hast Hintern gesagt und hast du gesagt, schon gut, ich dachte, ich kriegst ein Kompliment, Entschuldigung. Ja, das war er. Ich hab Hintern gesagt, das ist ein Kompliment. Dass du überhaupt einen Hintern hast, ist ein Kompliment, Ariane. Na super. Was denn? Ist doch so. Das sind Kontoren. Warte mal, warte mal, warte. Ja, ich geb mir da immer besonders viel Mühe. Reppen laufen, lohnt sich auf jeden Fall. Guck mal, das ist dein bester Freund. Ja, ich seh schon. Mhm. Ich sag dir, wenn du mich in die Scheiße reitest, ne? Okay, Fee, was ist los? Sag die Wahrheit. Fee, was ist... Ja, ich sag die Wahrheit. Was ist denn hier los? Nichts. Du weißt, ich hab ja auch das mit Honey zugegeben. Ah, wir haben schon 20.25 Uhr. Ich könnte ja langsam in Dienst gehen und dafür bezahlt werden, dass ich gleich ein Gespräch habe. Aha. Mit Herr Weiß, Ariane. Ja, dann mach das ruhig. Ihr müsst hier nicht stehen bleiben. Ich warte jetzt noch und dann, äh, fahr ich mich gleich vielleicht mit Nina treffen. Wie lange hast du heute Dienst, Fee? Ja. Okay. Also, das kann ich dir nicht sagen. Ich muss, äh, ein paar Sachen abklären und hoffentlich wird das, äh, ja, nicht so lange dauern. Ist das der erste Satz, den ihr hier lernt? Ich darf dazu nichts sagen. Ja, natürlich. Ich darf auch so vielem nichts sagen. Ich sollte mal aufschreiben, wie oft ich diesen Satz wirklich schon gehört habe. Das heißt eigentlich nur, dass ich den Job gut mache. Ja, wow. Vor die Angeberin. Oder, Brian? Ja, absolut. Ja, danke. Ja. Ja, dann geht mal im Dienst. Kriegst du das hin? Ja, natürlich. Ist doch nur eine Zeugenaussage. Das heißt, ich habe diesmal nichts gemacht. Und dann, ich drücke dir die Daumen. Wir hören uns später. Und wehe, du lügst, Ariane. Ich lüge nicht. Ich sage immer die Wahrheit, verdammt. Ist auch richtig so. Ja. Lass dich nicht unterkriegen. Ja. Der Zachary. Das ist eigentlich okay. So. Miete immer noch 60. Okay. Aber, das verstehe ich nicht. Miete ist immer noch 60. Aber es müsste doch jetzt eigentlich... Ja, sein. Gehalt. Achso, das Ariane Barnes ist ein Gänsefüßchen. Brian ist zu lieb. So, wie kommen wir jetzt an die Klamotten? Ah, okay. 60 Dollar. Immer noch. Hm. Was habe ich denn da bestellt? Verdammt. Ach, ist da noch beschrieben? Ich muss nur einfach schreiben. Nein. Hm. Gabel-Ergen-Brudi. Ja. Scheiße, ist nicht da. Philipp. Hey, Mary. Hoffe, es geht dir. Hoffe, es geht dir gut. Und ein Herz in das nach da. Ich glaube, die zwischendurch melden ist halt auch mal wichtig, damit man sich nicht wieder komplett aus den Augen verliert. Boah, Arsch, Moment. Oh, nein. Nein. Darf ich dich ansprechen? Weiß ich noch nicht. Oder werde ich dann wieder geschlagen? Ich habe sie nicht geschlagen. Nee, das weiß ich, dass du mich nicht geschlagen hast. Wollen wir nicht sie sagen? Wir waren schon bei einem... Nee, ich möchte jetzt aber wieder sie sagen, weil ich ganz schön errate dich. Okay, dann sagen wir wieder sie. Ja. Also, nur, dass wir das... Ich wollte noch mal eine Geschichte ganz kurz zu sagen, dass Sie Bescheid bitten. Ich bin gerade dabei, Ihre Anzeige, dass die nichtig ist, die da gegen Sie war. Welche? Welche? Die, wo ich als angeschuld... Nee. Hä? Ja, die, die, wo die die Strafe bezahlt haben. Ja, das können Sie wohl nicht mehr machen. Ich habe die Strafe schon bezahlt. Ja, dann kriegen Sie halt das Geld wahrscheinlich wieder. Mal gucken, was wir da alles mal rauskriegen. Nein, das ist es für die. Hier kriege ich kein Geld wieder. Glauben Sie mir das? Ja, das werden wir gerade sehen. Ich bin gerade dabei, Herrn Weiß ganz arg zu verklagen. Herr Weiß zu verklagen? Sind Sie wahnsinnig? Nee, wieso bin ich wahnsinnig? Der hat sich nicht alle Tasten, sagt der Typ. Weil er Sie dazu getrinkt hat, oder was? Richtig, weil er hat mich zu der Aussage genötigt, er hat mich erpresst, also es steht im Moment üble Nachrede mir gegenüber. Ich sage mal gut, wenn Frau Marschall das nicht so sieht, dann ist man da halt keine übte Nachrede von seiner Seite, aber zumindest in meine Richtung übte Nachrede, Nötigung und was hatten wir noch? Bedrohung. Bedrohung? Aber das ist doch auch Bestechung. Ja gut, das lehnen wir dann noch. Im Moment fährt man nur bei den drei Sachen, weil das bin ich jetzt schon drei Stunden hier. Ich habe schon drei Stunden eine Aussage gemacht und eine Anzeige geschrieben mit den Damen. Okay, aber ich sage Ihnen jetzt schon, verbrennen Sie sich da nicht? Herr Weiß kann ganz schön gemein sein. Ja, das weiß ich. Er hat mich ja genug bedroht. Aber nur so, nicht dass Sie denken, dass ich Sie hier wirklich in irgendwas reinreiten wollte. Ich bin wirklich dazu absolut genötigt worden von Herrn Weiß. Also das war nicht schön, weil er hat mir die ganze Zeit damit geboten, wenn das, was ich sage, also wo ich auf Sie gehört habe, dass Sie, also was Sie erzählt haben, wenn das so ist, dass ich dann mit Frau Marshall angeblich vor zehn Jahren Sex hatte und die ja dann minderjährig war. Ja, und davon wusste ich aber nichts. Ich weiß ja nicht mehr, wie alt die Frau ist. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Das habe ich auch nicht gesagt, dass Sie das wussten. Es ist okay, die 100 Dollar will ich gar nicht wiederhaben, weil ich habe ja Scheiße gebaut. Aber das mag ja alles sein, aber trotzdem ist diese Aussage, die ich denn da getroffen habe, von ihm dadurch erpresst worden, dass er gesagt hat, ich hätte mit ihr Sex gehabt und er würde es unter den Schritt fallen lassen, wenn ich jetzt gegen Sie aussage. Ist das jetzt für ein... Ich kann Ihnen trotzdem nur den Rat geben, passen Sie, nehmen Sie sich auf jeden Fall einen Anwalt dafür. Die Anwälte, die taugen ja alle nicht, das war ich lieber selbst. Also die verdrehen ja hier. Oh, okay. Hallo, guten Abend. Na, schönen guten Abend. Hallo, Sie sind hier zur Zeugenhaussage? Ja. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Soll ich Ihnen meinen Ausweis zeigen? Ja, das wäre super. Das wäre fantastisch. Was habe ich dir das noch gesagt? Ach, Frau Bahns, ja, Sie habe ich vorgeladen. Ja. Ich weiß nicht warum. Ja, alles gut. Der sieht gleich auf. Oh, diesmal bin ich jetzt Zeuge, keine Angeschuldigte. Dankeschön. Okay, okay, dann würde ich Sie bitten, noch einmal ganz kurz Platz zu nehmen und wir kommen sofort auf Sie zu, ja? Okay. Super, Dankeschön. Schön. Wie doch, wüsste ich selbst... Hä, ich mache den Charakter auch voll. Ich mache den Charakter, der hat mich super tief in das Scheiß gerettet. Ich liebe aber den Charakter voll. Dürfte nie verwechseln. Er spielt den auch sehr konsequent. Boah, aber... Da muss man schon Eier für in der Hose haben, wie sie weiter weiß zu verklagen. Sehr geil. Der Typ sieht ein bisschen aus dem Skinner. Hä, wer... Achso, da vorne. Ja, so das gleiche vom Charaktermodell her, ne? Aber Skinner, finde ich, guckt ein bisschen grimmiger. Guck mal, ist grimmig. So wie Ariane leider auch. Ich muss unbedingt zum Friseur heute noch meine Augen brauen. Echt, ich verstehe den voll gut. Oh Gott, die klingt so professionell. Ich würde immer direkt ins Hemd machen. Ja. So, jetzt sind wir mal gut hier. Wie oft muss Ariane eigentlich noch hier hin, ey? Das ist, äh... Ja, zweite Mal schon. Das ist zweite Mal schon, ja. Aber guck mal, dann haben wir das auch mal mitgenommen. Das ist das Foto da vorne. Könnt man übrigens auch neu machen, ne? Und dass ich ihre Freundin angezeigt habe, das tut mir eigentlich... Naja, so richtig leid tut es mir nicht. Welche Freundin? Hä? Naja, deswegen sind sie ja hier, denke ich. Ne, ich weiß ja nicht, warum ich hier bin. Ja gut, das erfahren Sie ja gleich. Also ich habe ihre Freundin angezeigt. Weil ich sag mal, ich habe eine Gehirnerschütterung und ich muss den ganzen Tag im Bett liegen und so ganze Kram. Und ich sag mal, dass, äh... Naja, ich sag mal, man... Wie ich das schon gesagt habe, man kann vieles mit Worten regeln, aber mit Stegen eben nicht. Deswegen, ich habe ihre Freundin... Ich weiß nicht, wie die gute Frau heißt, aber das werden Sie ja wahrscheinlich gleich gefragt. Aber das... Sie sollten sich einen Sticker einfach machen mit den ganzen Anzeigen. Wieso, was soll ich denn machen? Sowas hatte ich tatsächlich auch schon mal überlegt. Ich habe nämlich nur... Ich habe nur welche bekommen, nicht gemacht. Ja, so. Aber ich lasse mich doch hier nicht von Frauen verprügeln, wo ich dann hinterher eine Gehirnerschütterung habe. Also, das läuft nicht. Also, es tut mir leid. Also, das mag ja sein, dass sie ein bisschen außer sich war. Ich hatte auch nicht gerade die beste Laune. Aber, ich sag mal, ich bin doch deswegen auch nicht rumgelaufen und habe hier irgendwelche Leute verklaufen. Also, was, das ist das Ding? Ich weiß tatsächlich nicht, warum... Ich weiß tatsächlich nicht, warum der Schlag kam. Das war nämlich... Ich stand ja ein bisschen weiter weg. Das habe ich erst mal gar nicht mitbekommen. Also, wie der Auslöser, direkte Auslöser, habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, das... Das müssen Sie, glaube ich, auch nicht... Also, ich darf ja jetzt hier... Ja, gut. Sie müssen dazu ja auch keine Aussage treffen. Es geht ja mehr darum, wie die Frau heißt... Weil ich nicht weiß, wie die heißt. Aber das wissen Sie nicht. Das brauchen Sie mir gar nicht erzählen. Ich will gar nicht wissen, wie die heißt. Ich bin einfach nur darum, dass Sie es gleich lehrt, dass man sich einfach irgendwelche Leute schlägt. Nur weil sie gerade danach ist, weil sie jetzt keine Laune hat, oder was? Oh je. Ja, okay. Ich hatte das ganz gut, wieso ich dann als Zeugin vorgeladen bin. Ja, also, es ist eigentlich für Sie nichts Schlimmes. Also, ich musste Sie halt angeben, weil ich nur Sie kannte von denen, die da waren. Und hier, äh, Ihren, Ihren, äh, was ist das, Ihr Freund, glaube ich, also Larry, weißt du? Der musste auch? Der war schon hier, ja, der war gestern. Der war schon... Ach so. Okay. Der war gestern hier. Der hat mir gar nicht gesagt, also hat er mir gar nicht geschrieben. Okay. Gut, das, das, vielleicht war das auch nicht, das war auch nicht so wichtig. Ich glaube, der, der, also den hatte ich auch nur angegeben, weil er ja den Strat geschlichtet hat, dass, dass die Schlägerei noch größer geworden ist, weil das wäre ja eine Riesenschlägerei geworden, wenn er nicht da gewischt wäre. Oh, das kann ich, ah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber sagen wir mal so, ist ja auch immer viel Alkohol im Spiel. Hatten wir nicht alle irgendwie getrunken? Nee, ich hatte gar nichts getrunken. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich... Oh, komm, die ist weg. Geht noch wieder weg. Ja, weg. Geht schon weg. Hallo. 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 Ähm, wir würden Sie, ähm, gern mitnehmen. Mhm. Ähm, und dann erklären wir Ihnen den Bestand, ja? Ja, alles gut. Super, dann einfach unauffällig folgen. Mach ich. Perfekt. Ich laufe hinterher, dann kann ich die Türen wieder zumachen. Gut, dass Sie so schnell hergekommen sind, ja? Ja, ich bin immer noch verwirrt. Beim letzten Mal wurde mir gesagt, ich soll das telefonisch machen, so einen Termin. Weil ich hier beim PD war. Oh. Ist er gerade? Ja. Äh, wir gehen mal in den anderen. Okay. Und gerade wurde mir nämlich gesagt, ich soll das nicht telefonisch machen. Ich muss auf jeden Fall direkt vorbeikommen, um einen Termin zu machen. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, ach so, Sie wollten nur einen Termin machen? Oder haben Sie ein bisschen Zeit mitgebracht? Nein, nein, Zeit habe ich auf jeden Fall. Okay, super. Ja. Alles klar. Ähm, nicht wundern, ich bin Officer, das sind meine Kollegen, das sind beides Rekruten. Und, ähm, ich werde, äh, ja, hier nur dabei stehen. Aber die beiden werden die, äh, Zeugenassage aufliegen, ja? Okay. Ja, super. Dann zwar erstmal schönen guten Abend, Frau Barnes. Ja. Ähm, mein Name ist Amos Müller, PD 89. Ähm, Sie sind, bitte? Ganz kurz noch, äh, mein Name ist, äh, 76 Jessica Denvers, zur Vollständigkeit halber. Ah, okay. Genau, dann wissen Sie, wer Sie befragt hat. Genau. So, dann würde ich jetzt einmal die Folge belehren. Wie gesagt, Sie sind heute hier als Zeuge vorgeladen. Sie haben das Recht zu schweigen, sofern Sie, äh, sich oder Verwandte ersten Grades damit belasten würden. Mhm. Sie haben das Recht auf einen Anwalt und Sie haben die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Ja. Ihr Recht hat soweit verstanden? Ja. Sehr gut. Dann, äh, Miss Barnes, konkret geht es darum, äh, um den Vorfall vor Alice Papp am 18.04. Und da wurde wohl ein Mann mehrfach, äh, ins Gesicht geschlagen. Ja, ja, das hat er mir gerade schon gesagt. Ich wusste nämlich die ganze Zeit nicht, warum ich jetzt hier hin sollte, weil ich konnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich nie irgendwas irgendwie verwickelt war. Aber ja, da war ich dabei. Ja, äh, können Sie uns da vielleicht mal Ihre Version der Geschichte erzählen? Puh, fangen Sie am besten ganz vorne an, ganz in Ruhe, wie Sie den, äh, Tatvorgang, wie Sie das wahrgenommen haben. Okay, Sie schreiben mit, soll ich dann, soll ich dann sehr langsam reden? Das wäre sehr lieb, das, das wäre, wäre perfekt. Okay. Genau, das wäre super. Ich hatte, ähm, ich hatte was Dummes gemacht und habe dafür auch schon eine Strafe bekommen. Da ging es zwischen eine Sache von mir und Frau Marsche, die hier arbeitet. Ähm, ich wurde dafür bestraft, habe meine Strafe auch schon gezahlt. Und dieser Mann, der hängt da so ein bisschen mit drin, der hat dann, äh, das in die, ich verstehe, ich stand damals mit Ihnen alleine, äh, in Ernis Bar. Ich habe dafür auch Zeugen. Und er nimmt diese Geschichte mit der Frau Marsche und mir und erzählt die überall in der Stadt rum. Und, ähm, und eine Freundin von mir hat das mitbekommen, hat mich angerufen und hat gesagt, hör mal, der erzählt das hier überall in der Bar rum und, äh, du solltest ganz schnell herkommen. Und das habe ich dann... Wissen Sie denn, wie der Mann heißt? Ich habe ihn Zeck genannt. Ich weiß nicht, der nach... Oma von der Barne, den wir haben, die Danti und der heißt aber Zeckery, aber ich weiß, dass ich ihn nachnamen nicht. Du hast ja aus der Strafe nicht rum. Das reißt schon, Zeckery. Alles klar, super. Genau, und, ähm, der hat dann, der hat das dann halt überall rum erzählt. Der hat erzählt, ich hätte gesagt, dass er eine, äh, minder... Dass er mit einer Minderjährigen etwas hatte. Und das wäre die Frau Marshall gewesen. Ich habe zwar einen Scherz gemacht mit der Frau Marshall, aber ich wusste weder, wie alt sie ist, noch wie lange das bei diesem Mann her ist. Das ist also wirklich gelogen. Und er erzählte, ich hätte das mehreren Leuten gesagt, was ich aber sofort widerlegen kann. Weil ich gesagt habe, die Oma arbeitet in der Bar, eine Freundin von mir. Ava heißt sie, kommt das auch damals? Also ich hätte das auch bezeugen können, dass ich halt alleine mit ihm war. Und dann wurde ich natürlich ein bisschen sauer, weil das Thema hat sich für mich gegessen gehabt. Und dann sind wir da angekommen und mein Freund hat mich begleitet, Larry Skinner. Und der hat dann versucht, das zu schlichten und mit ihm lange geredet. Es war eigentlich alles gut. Er kam raus, er hat sich bei mir entschuldigt, hat das alles erklärt. Die, äh, Freundinnen, die das da mal mitgehört haben, haben auch gesagt, waren immer noch sauer und dass er da halt gerade wieder am Flunkern ist. Dass er sich nämlich doch, ähm, ja, dass er mich quasi doch schlecht geredet hat, da vor ganz vielen wildfremden Leuten. Und dann war eigentlich doch wieder alles gut und ich hab mich ein bisschen umgedreht, ich stand ein bisschen abseits. Er hat noch ein bisschen geredet, ich konnte aber nicht genau verstehen, was, das hab ich ihm gerade auch gesagt. Und dann ging eine Schneegerei los, dann hat er irgendwie eine geboxt bekommen. Da hab ich gefragt, was ist denn los? Das hat sich auch relativ schnell wieder beruhigt. Meine Freundin meinte, dass er wohl irgendwelche frauenfeindlichen Sachen gesagt haben soll. Also irgendwas so in der Art, ich kann Ihnen das nicht genau wiedergeben, ich weiß es wirklich nicht. Also haben Sie denn gesehen, wer den ersten Schlag getätigt hat oder wer zuerst angegriffen hat? Oder waren Sie erst dann aufmerksam, als quasi die Schlägerei schon im Gange war? Ich wurde darauf aufmerksam, als die Schlägerei im Gange war. Ich hab aber gesehen, also ich hab eine ausgestreckte Faust gesehen, das war eine Freundin von mir. Es braucht viel, um sie zu reizen, das kann ich sagen. Ich weiß aber nicht, wer zuerst zugeschlagen hat. Ganz im Ernst, ich weiß es einfach nicht. Und den Namen der Freundin, wer hat denn da? Nina Hüttemann. Frau Nina Hüttemann. Aber wie gesagt, die schlägt mich einfach so zu, das kann ich mir nicht vorstellen. Als ich gegangen bin, also als ich etwas abseits stand, irgendwas gesagt haben, was sie sehr sauer aufgestoßen ist. Ja, Sie haben ja auch gesagt, dass sie in dem Fall dann recht wütend und ungehalten war, oder? Ungehalten und wütend? Oder beziehungsweise... Sag es, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob er sie zuerst geschlagen hat. Ich würde die Wahrheit sagen, ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob er zuerst... Es ist ja die Wahrheit, wenn Sie sagen, Sie wissen es nicht, das ist ja die Wahrheit. Ich hatte mich nur umgedreht und hatte gesehen, dass sie die Faust halt auch in dem Moment ausgestreckt hatte. Aber ich weiß nicht, ob er es war, ob es irgendjemand anders war, also ob sie sich verteidigt hat oder ob sie zugeschlagen hat. Das weiß ich nicht. Also Sie haben auch nicht gehört, was der Herr zu Ihrer Freundin gesagt hat? Nee, aber es muss irgendwas gewesen sein, was Sie getriggert hat. Bei einer anderen Freundin von mir, Mary Down, die wurde nämlich auch ganz laut. Die hat ihn auch richtig, richtig zur Sau gemacht. Und bis sie laut wird, dauert es auch eigentlich ein wenig. Er muss also irgendwas Schlimmes gesagt haben. Haben Sie denn gesehen, war das dann nur der Herr und die Frau Hüttermann? Die da in eine Schlägerei verwickelt waren oder haben Sie noch weitere Personen gesehen, die sich da irgendwo beteiligt haben? Also an der Schlägerei selbst eigentlich nur die beiden, aber es standen natürlich auch Freunde von uns noch. Mhm. Sie hatten gesagt, eine Frau Mary Down war noch dabei? Genau. Und äh... Die war halt sehr laut, nur mit Worten. Mhm. Und welche Freundin war noch mit dabei? Haben Sie da auch noch? Äh, meine Freundin, die Fee, die war da auch noch dabei. Die stand ein bisschen abseits. Ach, hier, die, unsere Rekrutin. Genau, genau. Frau Ivanov. Genau. Und ähm, der Brian Gamble war noch dabei und er und, und, ähm, Herr Skinner, die sind dann halt hin und haben das ganz schnell geschlichtet. Also sind dann ganz schnell dazwischen gegangen. Okay. Ich würde sagen, das war wirklich nur... Ich kann, ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wie viele Schläge das waren. Sonst könnte ich ja sagen, wenn es zwei waren, dann hat er bestimmt angefangen. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Nee, das ist ja kein Problem. Wenn Sie sich nicht daran erinnern können, dann lieber die Wahrheit sagen, Sie brauchen ja nichts dazu zu erfinden. Das wäre ja dann ungünstig. Wenn Sie es nicht wissen, dann wissen Sie es einfach nicht. Dann ist das in Ordnung. Für uns ist ja wirklich nur wichtig zu wissen, wer da alles daran beteiligt ist. Dann kann man halt auch noch einen anderen, wie würde man sagen, anderen Blickwinkel abdecken. Genau. Den Tathergang rekonstruieren quasi. Ich bin nur gerade ein bisschen, ich weiß nicht, er hat mich ja jetzt direkt abgefangen vorne. Hat mir direkt gesagt, worum es geht. Das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, dass der halt ein alter Flunkeropfer ist. Der ist sehr nett. Also ich komme eigentlich gut mit ihm klar. Aber wenn meine Freundinnen sagen, dass er da irgendeine Scheiße rum erzählt, dann glaube ich denen das. Die würden mich nicht anlügen. Das ist ja auch ganz normal bei Freunden, dass man an denen glaubt. Ja, aber wie gesagt, da braucht es schon was, bis da jemand zustägt. Okay, also ich glaube, ich hätte dann erst mal keine weiteren Fragen. Ich gehe noch mal kurz die Notizen durch. Wie gesagt, soweit das Wichtigste ist wirklich für uns einfach zu wissen, wer war noch beteiligt, dass wir wirklich den Tathergang rekonstruieren können. Dementsprechend, ich denke, da haben wir auf jeden Fall weitergeholfen. So, ich hoffe, ich kriege jetzt erst mal keine SMS mehr vom BIDI. Ach nein. Hatten Sie Sorge, als Sie die SMS bekommen haben? Ja, weil ich die ganze Zeit am Überlegen war. Ich bin letztens in dem Auto zurückgesetzt, da habe ich aber keinen getroffen. Da dachte ich, oh Gott, vielleicht war da vielleicht ein Mensch zwischen. Aber nein, da muss ich nur zur Reparatur. Da sind wir mir nichts eingefallen. Kann doch überlegen, kann ich jemanden mit dem Fahrrad mitgenommen aufzusehen? Ja gut, aber wenn Sie, ich sage mal so, wenn Sie nichts verbrochen haben, dann brauchen Sie auch keine Angst haben. Genau, also in der Regel müssen Sie sich da wirklich keine Sorgen machen, wenn Sie nichts verbrochen haben. Genau. Aber man muss ja nicht mehr was verbrechen, um angezeigt zu werden. Deswegen, das ist ein kleines Problem. Ja, aber ich meine letztlich, wenn Sie nichts verbrochen haben und trotzdem angezeigt werden, dann klärt sich das ja in der Regel auch. Im Normalfall klärt sich das ja. Ja, und ich meine, Sie wurden ja auch als Zeuge vorgeladen. Genau. Die Folge ist immer die harmlosere Variante im Normalfall. Ja. Puh. Super, also ich habe soweit auch keine Fragen mehr, tatsächlich. Genau. Dann können Sie aufatmen. Ja. Das frische Deo auftragen und dann geht der Abend weiter. Dankeschön. Alles klar, dann begleiten wir Sie wieder nach vorne, ja? Okay. Perfekt. Ja, wir mussten jetzt ehrlich sein, aber wir haben, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Also jetzt ernsthaft? Real-Talk? Aber du wolltest ja gehen. Upsi. Okay. Und? So. Ähm, alles klar, dann noch einen schönen Abend, ja? Mhm. Dankeschön nochmal. Schönen Abend noch, bis bei uns. Schönen Abend noch. Einen wunderschönen Abend noch. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Und? Ja, war der, äh, Zachary. Ja. Ich hab grad, der hat mich, der hat mich grad vorher abgefangen hier, ne? Also hier so vorne, und hat mir das dann alles erzählt, so ein bisschen, als würde er mich beeinflussen wollen. Ich verstehe tatsächlich, ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll. Ich finde ihn eigentlich immer noch ganz nett, wenn ich daran denke, was der aber für eine Scheiße über mich erzählt hat, die teilweise wahr war, teilweise aber gelogen. Ähm, also die Sache ist, weißt du noch dieses Box-Ding vor dem PD, äh, nicht vor dem PD, vom Alice? Das Box-Ding? Ja, als er eine auf die Maulung geführt hat. Ja. Weißt du, wer da angefangen hat? Ich weiß es nicht. Ja, das hab ich auch gerade gesagt. Achso, achso, du musstest schon. Ja, die haben mich auch gefragt, wer dabei war, aber ich hab gesagt, du standest irgendwie mehr abseits, und es waren, ja, es waren Nina und er, aber ich konnte halt nicht sehen, wer angefangen hat, und bei der Nina und bei der Mary, du brauchst halt schon ein bisschen, bis sie durchdrehen. Also er muss, ich hab's nicht gehört, er muss jedem was gesagt haben, was die halt extrem getriggert hat. Jetzt muss ich halt nur Nina anrufen und gesagt, darf ich das eigentlich? Ja, oder? Ich bin ja keine Polizistin, ich darf ja sagen, hey, und, äh, ich musste da gerade deinen Namen nehmen. Ja, theoretisch. Ja. Ich kann ja jetzt nochmal die ganzen Gesetze durchgehen, aber, äh, kein Bock. Ja, mach das nicht. Am Ende bin ich auch falsch. Nee, also ich, ich habe... Du standest ja, du standest ja weit weg, also du konntest, also du standest ja quasi hier so, und dann konntest du also das... Ich stand dahinter, nee, 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 nee. Ich stand dahinter, ich hab gesehen, wer angefangen hat, aber ich hab auch den Sachzusammenhalt erklärt, und gesagt, wieso das passiert ist. Ähm, ich wurde ja mit halt auch involviert, weil ich den Herr dann vor mir gestoßen habe, weil er plötzlich auf mich gefallen ist. Das war so eine kurze Reaktion. Hunter? Naja, solltest du dich von dem zerquetschen lassen, oder was? Nein, aber trotzdem war ich körperlich trotzdem aktiv, das ist das Ding. Das habe ich dir dann direkt auch gesagt, dass es definitiv keine Absicht war, falls er irgendwie über mich scheiße labert. Ja, du bist doch kein Punching-Ball, sag ich, ich würde mich für die genauso wegstoßen, wenn er einfach ein älterer, sehr sabber Mann auf mich fällt. Verstehst du? Ja, das Ding ist, ich hab halt Linas Namen genannt. Ja, ja, ich auch, ich musste ja. Aber ich hab auch gesagt, dass es wirklich was braucht, bis die, und dass ich nicht weiß, ob sie zuerst zugestammt oder nicht, kannst du mir das nicht vorstellen. Ja, hat sie. Ja, aber ich wusste, ich hab's nicht gesehen. Ja, ist alles okay. Alles gut, dass du das gesagt hast, was du gesehen hast, ist kein Problem. Hauptsache, dass, ja, die Aussagen einfach nicht zueinander gehen. Ja, meine Güte. Nee, dann ruf ich sie gleich mal an, sag dann mal Bescheid. Wie lange, wann hast du heute dein Gespräch? Ich hab's gleich um 21 Uhr. 21 Uhr? 21 Uhr, ja. Okay, bleibst du dann noch im Dienst, oder? Das weiß ich, das Ding ist, Ariane, ich hab richtig viel zu tun, weißt du? Okay, okay, verstehe ich. Ich muss für die Abschlussprüfung des PDs unbedingt lernen, die jetzt am Freitag ist. Mhm, mhm. Weißt du, wie toll das ist? Ist wohl vorverschoben. Dabei hatte ich keine Zeit. Vorverschoben, okay. Das ist ja, das hört man ja selten bei Prüfungen tatsächlich. Mhm. Ich bin momentan so ein bisschen heiß. Also, ich bin immer heiß, aber ich bin so hitzig, weil ich muss eigentlich noch so viele Sachen machen bis Freitag. Oh, okay. Okay, scheiße. Nee, dann gönn dir mal ein bisschen Zeit für dich, ne? Heh, nein. Ich muss lernen. Ich werde super lernen. Ja, das ist ja nicht Zeit für den PD. Ich meine Zeit für dich halt. So aus, in Ruhe. Handy beiseite legen. Mhm. Ja. Ja, das mit dir im Prime finde ich immer noch ganz, ähm... Mann, ging da schnell. Ja, ich hoffe, wir hüpfen bald mal zusammen ins Bett, weil der ist schon heiß. Die sah auf jeden Fall aus, oder? Ja, sieht wirklich gut aus. Mhm. Nicht so gut wie Larry, aber sieht schon gut aus. Ja, besser, ne? Nein. Ja, doch schon, oder? Hm, nee. Mal guck dir, guck ihn dir mal an. Du hast, hast du Larry im Anzug mit oder ohne gesehen? Mit und ohne, glaube ich, aber vor allem mit. Sollte ich ihn ohne sehen. Da bin ich zur Schnecke geworden fast. Hm. Okay. Hm, ja, ich hab'n sch- Ich meine, ich würd' ja lügen. Natürlich sieht er gut aus. Hm. Ich meine, ja, du stehst auf jeden Seitentyp und so, also alles easy, easy. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich glaub' das wär', äh, das wird gar nicht passen. Mhm. Ich bin sehr glücklich. Das ist doch die Hauptsache. Ja. Ja gut, ich werde dann in zehn Minuten, vielleicht bisschen davor. Verdeh' ich denn die Klamotten? Ich warte einmal, wirst du zu Hause? Warte mal, ich muss mal kurz was machen. Okay. Vielleicht durch Klamotten jemand. Okay. Hm. Ach, hier sieht Larry in den Anzug und sagt, ja, ich will das, gell? Das machst du so gut, das, weißt du, es kam einfach dann so raus. Boah, guckt der jetzt diesen Arsch an. Flippig. Also, Arianis jetzt. Arianis. Der hat nicht aufgehört zu reden und ich sag' nicht, wir werden endlich fertig. Ja, aber passt ein bisschen auf, ne? Der hört nicht mehr auf zu reden, der zeigt auch gerne an. Und jetzt jetzt heißt der Wahnsinn. Ich will mich doch anzeigen. Weswegen denn? Der ist hier wegen dem Herr Walter Weiß, der zeigt ihn an. Okay. Ja, bitte. Ja. Der hat den Herr Weiß jetzt angezeigt. Der Weiß hat ihn angezeigt. Umgekehrt. Er hat Walter Weiß angezeigt. Ja. Weswegen das denn? Der hat ihn wohl unter Druck gesetzt, wegen der Anzeige gegen mich. Der hat ihm gesagt, wenn er mich anzeigt, dann bekommt er eine Belohnung. Und so von wegen, ja, ich würde mir das ja nicht auf mir sitzen lassen. Und da hat er, ja. Habe ich ihn ein bisschen schwieriger gemacht. Ah, gut. Wann gibt's denn keine Anzeige gegen Walter Weiß? Keine Ahnung. Hast du denn eine Aussage auf ihm? Ja, habe ich. Ging um die Schlägerei vom Papp. Die Schlägerei, naja. Ja, war halt keine Schlägerei. Der hat eh eine Backpfeife gekriegt, weil er frech war. Fertig. Ja. Finde ich auch. Ja. Ich habe aber auch nicht gesehen, wie er angefangen hat. Habe ich wirklich nicht. Ich habe die Wahrheit gesagt, habe den Namen gesagt und fertig. Das ist auch richtig so. Ja. Darf ich meiner Freundin das Ding gleich am Telefon sagen? Was? Also, dass sie da jetzt auch vorgeladen wird, weil ich ihren Namen genannt habe? Nein, du musst es ihr nicht sagen. Aber ich darf, oder? Du kannst sagen, eventuell wirst du ja. Ja, ich mache mich damit jetzt nicht strafbar, oder? Nein, nein, nein. Ja, gut. Das ist eine Frage. All gut. Ja, macht Spaß dir, Dienz? Hm, total. Bist du ja oft rumstehen? Nee, eigentlich bin ich eher draußen unterwegs, aber jetzt gerade... Was soll ich jetzt rausfahren? Na, eine halbe Stunde habe ich dieses komische Gespräch. Was sagt ihr gerade dieses komische Gespräch? Ich in sieben Minuten. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß dabei. Ja, weil ich habe immer Spaß, Ariane. Hm, und ich fahre dann mal nach Hause und rufe ich es mal Amina an. Ja, viel Spaß. Ja, werde ich haben. Pass auf die auch. Fahrt vorsichtig. Mach ich. Ja, warte, ich wollte dir noch was geben. Was denn? Ja, warte. Da. Oh, das musste aber nicht. Aber ich dachte, wenn der jetzt eh die ganze Zeit da steht, dann könnte ich dem, wenn irgendwas ist, wenn irgendjemand wieder begegnenläuft. Eben, ich habe ja genug. Hast du dir jetzt Zwiebel gegeben? Mit Zwiebel? Ich schenke ihr nur rote Sachen bereit. Das habe ich dir doch gestern erklärt. Ja, mit Tomate war das, ne? Tomate, Ketchup und Chili Schorte. Ja, Chili Schorte. War schon sehr süß. Ja, gut, ich gehe jetzt mal, ne? Dann passt ihr auch auf euch auf und viel Spaß bei deinem Gespräch und bei deinem auch bei. Danke. Ja, wir hören uns später, ne? Ja, wenn ich vielleicht mal wieder rumfahren soll, sag einfach Bescheid. Ja. So. Ehrengambel, Ehrenfee. So, warte. Guck mal, Ent. Hallo. Hey, Nina. Ähm. Hör zu, ich war gerade die Aussage am Machen, ja? Und es ging um die, es ging um die Sache am Pub. Erinnerst du dich noch? Mit dem blöden Schlaupper? Ja, da erinnerst du mich dran. Ja. Und der hat... Sinder, ich dachte, das wäre geklärt gewesen. Der hat dich wohl angezeigt? Du hast da noch nichts, oder? Weil die haben mich nämlich nach allen Namen gefragt und ich habe gesagt, wer das dabei war. Ja, aber hör zu, ich habe gesagt, und das ist wirklich die Wahrheit, ich habe nicht gesehen, wer da angefangen hat und ich habe aber gesagt, dass, ähm, ne, ich habe gesagt, dass wir beide befreundet sind und dass ich nicht weiß, ob du zuerst zugehauen hast und dass ich nicht, naja, ich habe ja halt nichts mitbekommen, warum... Es hat nur einer zugehauen. Das weiß ich halt nicht, ich erinnere mich nicht mehr. Ähm, und ich meinte dann, ich meinte dann aber, bis die zuhaut, dann muss es halt schon irgendwas Schlimmes sein und dass der Mann halt auch irgendwelche Scheiße glabert hat, als ich weg war wahrscheinlich. Weil selbst, äh, eine andere Freundin von mir, die Mary, laut wurde und das sehr, sehr selten bei ihr passiert. Verstehst du? Mhm. Mhm. Und ich nicht gesehen habe, wer halt den... Habe ich halt wirklich nicht. Wer halt den Schlag abgegeben hat. Aber dass er irgendwas gesagt haben muss, was das halt ausgelöst hat, weil so plötzlich haust du nicht zu. Okay, wie kann der mich denn angezeigt haben? Wir haben uns dem mit falschem Namen vorgestellt. Ja, scheiße, und ich sollte... Mann, das ist doch alles Kacke schon wieder und ich sollte sagen, wer dabei war. Und dann kam halt, dann ging es halt um den Schlag. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wer da jetzt irgendwie geschlagen hat. Wie kommt die denn auf euch? Wenn der da hingeht und sagt, äh, hier, ich will jemanden anzeigen, der mich verprügelt hat und sagt dann, ich habe, glaube ich, gesagt, ich heiße Hillary oder so. Wie soll... Wie kommt... Wie kommt... Wie kommt die denn dann dazu, dich da einzuladen? Das frage ich mich, ist das... Warte, ist das nicht mein Auto? Oh, war das gar nicht mein Auto. Ähm, ich habe... Ich frage mich das gerade auch, weil, äh, ich war als Zeugin vorgeladen. Wahrscheinlich auch Larry, die ich gerade mitbekommen habe. Und, äh, Fee war auch als Zeugin vorgeladen. Die hat auch schon ausgesagt. Hä, aber wie kommt... Ja, keine Ahnung, wie das jetzt zustande gekommen ist. Ah, der kennt deinen Namen, ne? Ja, der kennt meinen Namen, aber weißt du was? Der stand nämlich vorne am PD, also innen drin. Der hat mich abgefangen, noch bevor ich die Aussage machen konnte. Und... Also so wie ich... Jetzt gerade? Und hat dann gesagt, hey, und ja, ich wollte nur erzählen... So ein bisschen, als würde er mich, ähm, weißt du, erst auf nett... Ich weiß doch immer noch nicht, ob ich ihm irgendwas Böses vorwerfen kann, aber... Der, äh, hat mich ein bisschen beeinflusst. Man kann dem eigentlich Böses vorwerfen. Ja. Der hat mich ein bisschen beeinflusst, noch vor der Aussage. Inwiefern? Er hat gesagt, hey, ich wollte ja nur sagen, ich wollte die, äh, Anzeige übrigens zurückziehen, die ich gegen dich gemacht habe. Und, ähm, bla bla, so ein bisschen auf nett. Weißt du, hab ich gesagt, nee, ist alles okay, ich habe die Strafe ja verdient. Ich habe vielleicht Christi, starte es zurück, nee, ist wirklich alles gut. Ich habe dann auch gesagt, ich würde gerne wieder sie sagen, weil das du, ich soll jetzt ja ein Blöck laufen, dann möchte ich das du wieder zurücknehmen. Und, ähm, naja, für mich schien das so ein bisschen, als würde er mich auf die Aussage vorbereiten, verstehst du? Mhm. Okay, ich sage dir was, ganz ehrlich. Wir haben dem, oder Mary hat dem gesagt, der soll sein Maul halten. Der hat so eine Scheiße verbreitet, du hättest den hören müssen. Das war so ekelhaft, dass ich am liebsten duschen gegangen wäre. So ekelhaft ist das, was der da in den Mund genommen hat. Was für ein Rixer, ja. Ja. Eine übergriffige, sexistische, ekelhafte, frauenfeindliche Scheiße hat er von sich gegeben. Und wir haben ihm gesagt, er soll das Maul halten. Ja. Und das war, ähm, haben wir ernst gemeint. Und wenn er jetzt meint, nicht das Maul halten zu müssen, dann, ähm, kann er sich jetzt warm anziehen. Wollt ihr mich gerne anrufen? Ja. Ich komme da hin und ich hole alle, die auch nur irgendwie was zu sagen haben, hole ich ran, damit das so viele wie möglich sehen und hören, was dieser Mann da von sich gibt. Und wie übergriffig und ekelhaft das ist, was der da tut oder getan hat. Und es immer noch nicht einsieht, dass es so ist. Das macht man nicht. Das ist total, das ist respektlos. Und das ist ne Straftat, die der begangen hat. Und damit noch rumzutönen. Und dann, wenn man ihm nett sagt, dass er gefälligst viel Fresse hat, wir hätten da direkt schon die Bullerei rufen können. Und hätten das Ganze groß machen können. Und anstatt dann die Fresse zu halten, wenn man, wenn man, äh, das gesagt bekommt von jemandem, so ein Fass jetzt noch aufzumachen, dann bitteschön. Ich warte drauf, dass die Polizei sich bei mir meldet, damit ich, dann, jetzt geht's rum. Scheiße, da will ich dabei sein. Lade mich nochmal als Zeugin, ist mir scheißegal, ich will dabei sein. Wirklich. Ja, da hab ich also, ganz ehrlich, er hätte sein Maul halten sollen. Ja. Aber so nicht. Aber findest du dich auch seltsam, dass er gerade direkt, als ob der so ein bisschen aufgewartet hat, er meinte, er wäre nämlich da, weil er den Herrn Weiß anzeigt. Und er meinte zu mir, Herrn Weiß hätte, Herr Weiß hätte ihn gedroht, hätte ihn unter Druck gesetzt, damit er mich anzeigt. Und hätte gesagt, er kennt eine Belohnung, wenn, wenn er mich anzeigt von Herrn Weiß. Das ist alles so sehr. Weißt du, was ich seltsam finde? Dass ein Riesenthema draus gemacht wird, wenn irgendeine Geschichte erfunden wird, dass jemand angeblich vor 800.000 Millionen Jahren mal kostet die Urte war. Da wird ein Riesenfass aufgemacht. Aber wenn hier ein übergriffiger, sexistischer Mensch rumrennt, der offensichtlich Straftaten begangen hat, und zwar sexuelle Straftaten. Das ist ein Sexualstraftäter, wenn man es mal genau nimmt. Ja. Denn er hat Prostitution betrieben, die in diesem Staat verboten ist, und anscheinend auch noch mit Minderjährigen. Also ist es ein schwerer Sexualstraftäter. Da wird nichts gegen gemacht. Holy shit. Du hältst mich bitte auf den Laufenden, was das angeht, ja? Ja. Oh Gott. Ich bin ja da ein bisschen wie weggefegt. Weißt du, ich versuche mir die Bogen zu glätten, aber ich muss zugeben, so ein bisschen... Ich bin da immer ein bisschen... Ja, alles, was jetzt auf ihn zukommt, ist sein Ding. Wir haben ihn gewarnt, er hätte einfach nicht messerhalten können. Das macht er nicht jetzt... Ich glaube, der wird ein richtig schlechtes Leben haben, vor allem, wenn der Herr Weiß jetzt beim Zeug... Er soll sich einfach ins Flugzeug setzen und wir fliegen. Ja, ja. Ich verstehe aber übrigens auch nicht, wieso da so eine große Sache draus gemacht wird. Und so wie ich ja vom Mary mitbekommen habe, hat Herr Weiß das verbreitet und halt der Zachary. Und ich stand ja mit denen komplett alleine da. Ich habe Zeugen dafür, Ava und Oma. Ich stand komplett alleine mit dem Alice Papp. Ja, was auch völlig scheißegal ist. Ich habe da ja ganz so groß geworden. Das, was uns da an dem Tag auch so einfach aufgelegt hat, ist auch die ganze Tatsache, wie er das auch erzählt hat, ist einfach ekelhaft. Richtig, richtig ekelhaft. Man hat sich einfach richtig unwohl gefühlt. Es war einfach abartig. Und wenn man ihm dann sagt, er soll die Fresse halten, weil das nicht in Ordnung ist, was er da verproduktiert, dann hat er gefälligst, die Fresse zu halten. Er kann ja froh sein, dass wir das da nicht an die große Glocke gehangen haben. Ja, stimmt. Daraus sollte man richtig überlegen, wenn einer von euch zu Resenius gegangen wäre. Nee, man hätte ihn auch einfach anzeigen können. Ja, das stimmt. Es ist und bleibt einfach ein Sexualstrafzimmer. Ja, ich bin mal gespannt, ob da jetzt was passiert. Tatsächlich. Ja, ich auch. Wenn er aus meiner Sache so etwas Großes gemacht wird, das hat er ja mitzuverantworten. Er hat es ja rum erzählt. Eigentlich müsste ich den auch anzeigen. Also er hat jetzt irgendwie drei Anzeigen gegen mich, gegen dich und wir jetzt eine noch gegen den Herr Weiß machen. Drei Anzeigen. Wird mal Zeit. Ich bin mal gespannt, wann die sich melden. Ja, sag mir Bescheid. Ich sag auch gerne nochmal aus. Also ist mir alles egal. Ich komme gerne nochmal zur Polizei. Okay. Alles klar. Ja, Nina. Dann tschüss, ja. Bis später. Bis später. Tschüss. Das ist ja, äh, ja. Ich rutsche es mal hier so rüber. Das ist ja, äh, puh. Puh. Aber auch schwierig, natürlich. Schwierig für den Zachary-Charakter jetzt, wenn sowas gegen ihn. Ich muss, ich muss natürlich auch alles hier mitspielen, ne. Ich hab die Sachen aber auch gar nicht mitgekriegt. Ich hab die aber auch in den Streams nicht gesehen und sowas. Ich weiß es halt nicht, was da da von sich gegeben hat. Aber, ja, Nina brennt extrem. Nina brennt, der ist professioneller Anzeiger. Nina brennt, er hat sich einfach die falsche ausgesucht. Die will in die. Ariane, ich hab immer ein ganz ekliges Gefühl im Bauch. Wenn ich mit Brian rede, glaubst du, ich hab Magen da... Was? Oh, das Gefühl kenne ich. Hatte ich aber auch zum ersten Mal, zum ersten Mal mit Larry. Hatte das vorher gar, vorher, vorher gar nicht. Fühlte sich an, als hätte ich Motten, sowas ja damals genannt, im Bauch. Oh, Fee, ich glaube, und ich hätte nie gedacht, dass das bei dir möglich ist. Ich glaube, du hast dich verliebt. So. Der Magenschleimer bekommt sie durch, weil wenn sie mit Brian redet. Hm. Aber es hat mir nichts geschrieben, was die Sache mit Ari da ist auch nicht. Ja, jetzt ist das Problem, ja, das ist, hab ich letztens noch drüber nachgehört, wenn die jetzt zusammenwohnen, geht das ja gar nicht mehr mit dem SMS-Ding da irgendwie. Wie? Hm. Weil wieso, jetzt so von rein, ähm, von rein von der, äh, kannst du natürlich auch vergessen, aber so rein von der Logik her, wieso solltest du eine SMS an deinen Partner schreiben, wenn du die ganze Zeit zu Hause bist? Weil gerade schläft ihr ja bei Ari, versteht ihr? Wieso solltest du eine SMS schreiben? Weil ich hatte auch überlegt, ob ich den Abend da, ähm, nicht den Abend, wann war das denn? Ich hatte mich irgendwann wieder privat eingeloggt, hab irgendwas, war das mit der PD-Sache schon? Oder war es dann nach? Auf jeden Fall hatte ich auch überlegt, ob ich da eine Nachricht schreibe, aber der wäre ja dann bei Ariane. Deswegen eigentlich, das, versteht ihr das, ist doch eigentlich dann unlogisch, oder? Hm. Ne Fesbi. Bonnen im Bauch, boah, ich muss schon wieder pinkeln, Leute. Scheiße, was mach ich denn jetzt, da fahr ich nicht hin. Puh. Stimmt eigentlich, ja, ne? Puh hat, glaub ich, mal gesagt, ihr seid pansexuell. Was ist das denn? Wie oft ich das einfach auf meinen Twitter hab, einfach. Wie oft ich das auf meinen Twitter hab, ey. Ja, cool, ey. Ja, Gott geht ab, hier. Wow, wow, wow. Okay. Ich würd mal Richtung zu Hause fahren, da gucken wir mal, was wir heute machen. Wir müssen immer aus der Boutique. Philipp ist wohl nicht da. Oh, nein. Scheiße. Oh, Gott. Entschuldigung? Ja, bitte? Ist das ihr Auto? Ja. Ich glaube, ich hab's grad auch so sehen, angedutscht, oder? Hab ich das getroffen? Ja, wir schauen mal. Oh, je. Ich wusste doch, die Parklöcke ist viel zu eng. Hier vorne oder was? Ja, hier vorne rechts. Ja, das... ...wehe nichts, also... ...will's mal nicht so sein, also wenn da... ...wehe gar nichts. Sieht alles eigentlich gut aus, also... ...hundertprozentig sicher? ...wird schon nichts passiert sein. Ja, wenn nicht, dann wär ich richtig. Nein, Spaß. Alles gut. Passt schon. Selbst wenn's ein kleiner Kratzer ist, ist... Ja, aber ich... ...soll ich ihm irgendwie trotzdem meine Nummer geben, oder so? Weil ich will da jetzt echt nicht schuld sein? Ja, für Notfall gerne, weil so gesehen auch gar nicht... ...auf ewig mein Auto. Ist vielleicht besser. Okay. Ich mein, ich seh gerade auch nichts, aber... ...ich gebe ihm die trotzdem mal sicher ist sicher. Ähm... ...bereit? Ja. Was ist denn hier noch los? Das ist die 555. Ja. 666. Ja. 99. Ja. Und die 6, das ist wirklich meine Nummer, ich verarsch die nicht. Sie ist gut, die ist gut. Ja. Okay, äh, ihr Name? Ariane Barnes. Alles klar. Das ist mir wirklich furchtbar, Alter. Aber es sieht wirklich nichts aus, äh... Ja, ist gut. Ganz kurz... Ja, es war eher so ein Streichel, mein Auto hat ihr Auto gestreichelt. Jetzt haben wir mal so... Das ist nicht das erste Mal, dass es passiert. Okay. Aber der war... Der war ständig Umfälle. Nein, 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 nein. Das ist nicht korrekt. Andere Leute bauen ständig Umfälle in mich rein. Mhm. Okay. Ja, ich fahr nur scheiße. Aber noch keinen Fall gehabt in der Art jetzt. Na gut. Na ja, falls was ist, Sie haben meine Nummer. Falls was ist, ich melde mich, alles klar. Okay. Vielen Dank und schönen Abend noch. Kein Problem. Ihnen auch. Danke. Tschüss. Ich hab das jetzt so gemacht. Wir müssen das ja ausspielen, oder? Warte mal. Boah, ich fahr jetzt einfach irgendwo hin. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Und ich muss so pinkeln, immer noch. Ich fahr jetzt einfach irgendwo hin. Ich fahr jetzt einfach irgendwo hin und dann gleich rechts. Ich hoffe, die fahren nicht hinter mir, weil die denken sich bestimmt auch, boah, die fährt ja richtig... Ich fahre jetzt so ein Knuss, Mann. Das regt mich so auf, ne? Ariane hat immer... Ich glaube, ich werde gleich mal auf Venture gehen. Ariane hatte nämlich immer noch nicht Bescheid... Oh, was ist denn da mit Klamotten da? Ja, ist immer noch ein ruhiger Tag. Die Anzeige habe ich ja jetzt nicht kommen sehen. Ich fahr jetzt einfach mal irgendwo hin. Wir kommen schon an. Wir kommen schon an. Irgendwo da ist ja mein Haus. Oh, da kommt der Bus. Irgendwo da vorne... Oh mein Gott, die Schlangenlinie hier wieder, ne? Wir kommen hier noch mal ein bisschen links. So, und dann hier gleich wieder rechts. Da habe ich wieder verpasst. Okay, ohne Navi kriege ich einfach immer noch nicht hin. Mit Navi auch nicht, aber ohne Navi erst recht nicht. So, jetzt einfach ein Weilchen geradeaus. Dieser Blinker. Uppi. Ja, warte. Das ist nämlich... So, jetzt ist er weg. Boah, ich fahr bald wieder mit Controllers. Geht halt gar nicht mit der scheiß Tastatur. Achso, ich hatte den Weg doch schon markiert. Wow. Ah, hier fühle ich mich wohl. Hier kennen wir uns aus. Da vorne gleich links. So, fertig ist die Soße, Leute. Professionelle Autofahrerin. Boah, das ist so pinkelig. Ich hatte was. Ah. Das macht der Kümmer aber auch mal wieder. Ja? Ja, hi. Wo bist du denn gerade? Äh, ich bin gerade zu Hause angekommen. Ich wollte kurz auf Toilette, hatte vorhin immer einen ganz kleinen Unfall, aber jetzt bin ich zu Hause. Okay, ähm, weil David und ich, wir wollen hier von Menschen weg. Achso, braucht ihr eine Fahrerin? Nein, aber wir müssen, wir brauchen ein Ziel, wo wir hinfahren. Oh, ich wäre dabei. Ich hätte schon Bock. Okay, dann kommen wir erst mal zu dir gefahren und warten dann vor der Tür, ja? Okay, aber ich bin ganz kurz, genau, ich bin ganz kurz oben auf Toilette. Ich muss nur dringend. Ja, wir warten dann unten. Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschö. Tschö. Dann bin ich aber mal gespannt heute. Wuhu. Hier ist so warm in den Raum. Jetzt ganz im Ernst, ich bin wirklich am schwitzen, ne? Also jetzt nicht wegen dem Auto fahren, aber ich bin so, kannst du meinen Controller nicht die Kameraempfindlichkeit einstellen? Gucke ich mal. Aber ich bin auch, ich muss zugeben, ich bin, äh, mit dem Controller fährst du hier viel besser. Aber ich bin Controllerfahrer, äh, äh, also Controllersteuerung gar nicht gewohnt. Ich bin PC-Kind. Von damals Konsolencamp bin ich halt vollkommen auf PC umgestiegen, deswegen tue ich mir da noch ein bisschen schwer. So. Gucken, wann Nina vorgeladen wird. Ob sie überhaupt vorgeladen wird. Die haben ja nicht nochmal nachgefahren. Ich habe ja gesagt, Nina Hüttenmann, regelär. Egal welchen Namen du sagst, regelär wird immer nochmal nachgefahren. Wo ist Ariane damals Nina Collins? Ja, wir haben sie kennengelernt. Wir haben sie kennengelernt. Wir waren einer der Ersten. Juhu. Warte. Bitte retten. Nina und David sind fast wie die 2.0-Version von Eddie & Collins. Ich, natürlich, das, das hört sich so gemein an, natürlich, wenn man irgendwie sagt, äh, hier das, ne. Aber, ja, es ist irgendwie so ein bisschen, aber es ist auch nicht, es ist auch absolut nicht das Gleiche. So. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Ich bin, äh, sofort wieder da. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, da bin ich wieder Ich habe mir jetzt ein Leibchen angezogen ein sehr, sehr luftiges was. Einfach so scheiße heiße du bist. So scheiße heiße du. Hier haben wir nichts. Achso, auf Venture wollte ich noch ganz kurz gucken. Moment. Ariane wäre ja immer noch zum Friseur. So. Sind da gerade Witze im Chat? Äh, ja doch, im Chat. Was ist da los? So. E-Mails kriegen wir grundsätzlich nie. Oh Gott, nein. Kann der Frau Bahnt sich an? So, jeder hat ein Geschäftsgebiet mal. Erhalten auf den Antigrafiken und das sind das. Da kommt auch sie. Ich habe gerade die Nachbarschaft wohnen. Ist da ein Name auf der Liste? Achso, ganz gut. Oh, schuldigung. Hallo Frau Bahnt. Ich weiß, Sie haben mir das Du angeboten. Jedoch, da es um etwas Geschäftliches geht, mache ich dieses Mal etwas förmlicher. Und zwar habe ich von Department of Labor eine Liste erhalten, auf der alle Grafiken von der Santos verzeichnet sind. Darunter eben auch sie. Und da ich sie schon kennenlernen durfte und sie quasi in der Nachbarschaft wohnen, ist mir ihr Name auf der Liste natürlich aufgefallen. Es geht um Folgendes. Ich bin beim Department of Labor als Autor gelistet, denn ich verfasse eigentlich nur für mich, nun wohl auch für Los Santos, diverse Gedichte. Damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, benötige ich Werbung. Ich kann zwar ein Werbegedicht schreiben und es auch sauber rezitieren. Ach, rezitieren. Kranus, vielen, vielen Dank. Boomhold, vielen, vielen Dank auch an dich. Kranus, vielen Dank für die Gifte. Das habt's, Dankeschön. Das muss ich kurz nochmal konzentrieren. Werbegedicht schreiben und es auch sauber rezitieren. Jedoch bin ich eine Niete, was Grafiken angeht und ein bloßer Text bei Venture sieht auch nicht so ganz seriös aus. Könnten sie für mich etwas zaubern, wenn ich ihnen ein Gedicht zukommen lasse und diese schöne an der Grafik aussehen lassen? Und wie hoch wäre der Preis für so eine Grafik? Hey, Brian. Hey, hey, ja, das ist ja, ähm. Hallo, Herr Hunter. Das könnte ich tatsächlich, tatsächlich, äh, machen. Und das klingt auch recht spannend. Moment, ich könnte so auch mein Portfolio ausbessern. Ich könnte so auch mein Portfolio ausbessern. Ähm, so mein Portfolio ausbessern. Oder auf, warte mal. Ich könnte so auch mein Portfolio, ähm, aufstecken und würde diesen Auftrag gerne annehmen. Über den Preis reden wir einfach nochmal, wenn ich mir das Gedicht und die Länge etc. angeschaut habe. Ich bräuchte, ich bräuchte dafür also das Gedicht, das gewünschte Format und allgemein, äh, ein Buchstabe 1, oder nicht? Ich bräuchte auch allgemein, ähm, nochmal einige Eckdaten, was... was unbedingt mit rein sollte. Nein, sollte. Ich kann mich natürlich auch kreativ völlig frei ausleben, aber da besteht natürlich die Gefahr, dass es dann den Kunden nicht gefällt. Ich... ne. Ähm, um das... Ähm, ja. Das ist das nochmal so. Ich kann das jetzt nicht so wie... Regulär sagst du halt, es gibt mehrere Entwürfe, man schickt die halt dann, ne, rum. Am Anfang, das gibt's, blablabla. Ich mach das jetzt mal... Ich mach das jetzt halt ein bisschen anders. Das könnte ich tatsächlich... Also, hallo Herr Hunter. Ich hab jetzt eine Doppelpuppe gemacht. Das ist mir jetzt völlig egal, Ariane. Das könnte ich tatsächlich machen und das klingt auch recht spannend. Ich könnte so mein Portfolio aufstocken und würde diesen Auftrag gerne annehmen. Über den Preis reden wir einfach nochmal, wenn ich mir das Gedicht und die Länge etc. angeschaut habe. Ich bräuchte dafür, ähm, also das Gedicht, das gewünschte Format und allgemein nochmal einige Eckdaten, was unbedingt mit rein sollte. Ich kann mich natürlich auch kreativ völlig frei ausleben, aber da besteht natürlich die Gefahr, dass es dann den Kunden nicht gefällt. Ganz liebe Grüße aus der Nachbarschaft. Schreibe ich trotzdem. Ariane Barnes. So. Zack. Das ist ja, genau, das ist ja unser direkter Nachbar. Cool. Ein Gedicht, oh wie schön. Ich sehe irgendwie, ich sehe schon diese blassen Farben vor mir. Da kann ich auch vielleicht was Schönes in Illustrator mal wieder machen. Ähm, ja, das klingt wirklich, das klingt wirklich gut. Der müsste natürlich selber so einen Werbetext irgendwie haben, was er da, ähm, ja, reinpacken möchte. Boah, 35.000, Alter, ey. Führerschein bestanden, der Orville. Schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch. Ich war ja immer mit Melody zusammen, also wir kennen ihn wenig, äh, wir hangen ja, wir hangen dann halt da mit, ne, aber ja. Gut. Verkauf ich Küchenutensilien. Entschuldigung, ich muss immer, weißt du, was muss ich einfach immer machen? Ah, die Masken sind voll cool. Er hat mich natürlich an, mein GTA Online Charakter. So, wir gehen gleich nach vorne. Wir gehen da nach vorne. Ich gucke mal ganz kurz aufs neue Kompon. Boah, ist doch ganz schön gefährlich hier. Die Mia Davies sind mal mit ihren geilen Fotos, ne, Fotograf Eason Light. Das musst du mal bei melden, ey. So. Neue Ware. Thrift Shop. Aha. Okay. Ja. Maschine fangen. Das tut nicht übrigens gut. Neue Ware. Die posten dann die, die Klamotten und du weißt direkt Bescheid über Venture. Das finde ich sehr cool. Ich will auf diese Mond schaue, ey. Ich bin gleich fertig. Scheiße, ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ich muss ja noch mal sagen. Aber du kriegst halt die meisten Sachen einfach nur mit, wenn du hier auf Venture guckst. Nina Lopez. Mia postet immer ziemlich viel. Ich like jetzt einfach mal ein Bild von ihr. Ich kenne sie nicht, aber ich like jetzt ein Bild von ihr. Und schreibe ein sehr schönes Bild. So. So. Soll ich auch mal wieder was posten. Ich bin so, eigentlich dachte ich, Ariane ist ja jeden Tag auf Venture unterwegs. Und ich mache hier gar nichts. Seitdem das so ist mit denen. Ja, die Kameras sollten realistisch platziert sein und so. Habe ich halt mächtig Probleme da irgendwie. Was Gescheites hinzubekommen. Judy, hallo. Sieht auch sehr schön aus. Ah. Vor allem diese Wolken hier. Ist das gestempelt? Das sieht sehr schön aus alles. Boah, Alter, was ist das denn für ein Auto? Entschuldigung. Fahrzeugreinigung. Ach du Scheiße. Ne, wir fahren in ein stinke Ding. Äh, ja, das hier wollte ich ja unbedingt mal machen, ne. Von der, wie die Sachen waschen will. La Catrina Reuseuse. Extensions. Färben. Bartaugenbrauen. 30 Dollar. Make-up 25. Ich mag, ich mag Arianes Make-up. Über die Augenbrauen vielleicht. Was? Okay. Verstehe ich nicht. So, solange es bei solchen Sachen nicht Mecca gibt, äh, denke ich, das ist okay. Deswegen würde ich auch gerne mal so ein Ariane und, äh, Skinner Ding hochladen. Ist natürlich noch schön, wenn man im RP jemanden finden würde, der zeichnen kann. Man sagt irgendwie, hey, kannst du mal ne Karikatur oder sowas von uns machen. Das hier Luna Frost ist, glaube ich, auch ein Charakter hier. Ich kann nicht einfach so was hochladen. Das müsste schon im RP irgendwie... Okay, jetzt hören wir mal auf hier. Mann. Oh, wow. Ja, hallo. Hallo. Bist du schon lange hier? Nö. Na, nur so 30 Minuten oder so. Ja, da ist doch ein bisschen mehr als pinkeln passiert. Ich hab doch gesagt, ich muss den Kackbrus rauslassen. Ja, ich hab grad hier eine Zeugenaussage, da musste ich aber auch ganz schön die Arschwacken zusammenkneifen. Oh ja, wir müssen gleich jemanden verprügeln auch und, ähm, oh ja. Ich hoffe, du hast einen Scheißen aufgewacht, damit wir den werfen können. Ah, du hast ja auch davon jetzt schon gehört, von diesen Zachary-Typen da. Well, well. Ich hab's gerade erzählt, ja. Den hat, den hat seine Lektion nicht gelernt, hab ich das Gefühl. Nein, der Lung war doch die ganze Zeit noch beim PD rum, aber da kann man jetzt halt nichts machen, sonst macht man sich wahrscheinlich auch wieder strafbar. Mh, naja, ich mein, der ist so dritten, ist alleine. Ich hab den geschlagen, weil ich mich noch gewehrt hab. Ihr könnt den bezeugen. Boah, hör auf, der tut mir ja bald schon neid, wenn das so weitergeht. Nee, aber der hat mich, ich find schon, der hat mich heute versucht, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, äh, auf die, 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 ähm, bisschen zu beeinflussen. Ja, auf die, auf die, auf die, auf die, auf die, auf die, ne, ein bisschen zu beeinflussen bei der Aussage. Hey, können wir vielleicht schon mal nach unten gehen? Ich krieg mal so weiche Knie, wenn ich hier so am Balkon stehe. Wieso? Weil ich ja immer einen blöden Albtraum hatte, dass ich hier runterknall, seitdem bin ich hier immer. Ach, wirklich? Ja, das ist voll tief. Ich muss ja schlimm gewesen sein. So ein ganz schlimmer Albtraum war das. Voll glaub ich ja. Ja. Nieh mal runter. Hey, komm Superwoman. Nina, the Iron Fist, Hüttemann. Was? Ich hab gesagt, Nina, the Iron Fist, Hüttemann, Hüttemann. Was hast du grad gesagt für einen Namen? Hä? Iron Fist. No, no, dann noch. Hüttemann. Okay, ich hab was andern. Ich hab was andern. No, ich hab was andern. Was hast du verstanden? Wahrscheinlich Hüttemann, weil ich meinen Mund heute nicht aufgeregt. Sag mal. No, ich dachte, Ariane hat ne Nuppenmann gesagt. Was? Ne. Das ist schon honey. Tschuldigung. Rabotten. Rabotten, Rabotten. Ich hab dann ein bisschen noch, ich war noch ein bisschen auf Windschau geguckt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man heute so machen kann. Oh, mir fallen natürlich die Dinger ein. Ja? Mir auch. Okay. Wenn jemand nen Zackel, dann könnte man Nagelpflege machen. Ja, vielleicht könnt ihr den ja da vorladen. Mhm. Vom Sportplatz, ich meine. Hab ich richtig Lust auf, wenn ich Armin bin. Ja. Oh, die Oma. Omi. Hallihallo. Grüß dich. Omen. Wie geht's dir? Boah, die haben den ja richtig gefressen. Holy shit, was ist denn da los? Ne, das ist hier verschoben worden auf nächste Woche tatsächlich. Ja, wir sind gerade bei Ariane. Vor der Türe. Weil wir die Abboote haben und uns überlegen, was wir machen. Business Meeting. David sagt, wir haben ein Business Meeting. Ich weiß noch nicht, von welchem Business. Was machst du denn? Ja, dann komm doch rum, oder nicht? Ja, dann warten wir hier. Wir stehen schon unten. Ah, schön. Vira, rutsch. Wir fahren mit der Kutsch. Wie du möchtest. Ja, mir auch. Wir fahren mit den Kutsch. Bine hat uns mit Essen versorgt. Hier ist ein Auto und Motorrad. Zachary, Sunny, Sunny, 2-0. Oh je, Menne, bist du schüchtern. Und wenn Omen kommt, dann noch den Sensenmann mit seinem Kutsch. Den Sensenmann? Richtig. Wer? Mit einer Ziege? Hä? Der hat eine Ziege. Der Henker? Oh nein. Der Henker ist bei der Oma. Hä? Na, dann soll der nicht hier rennen. Sie nimmt Reise aus. Oh Gott, ich glaub, sie rennt. Guck mal auf der Straße. Ich glaub, sie rennt. Die haut ab von ihnen. Hallo. Hallo. Da ist sie doch. Wie kommt... Oh je, je, brech dir nicht die Hüfte. Oh Gott, die Arme. Oh, Luft holen. Ich glaub, der... der... der stalkt mich. Warum? Was... war der jetzt echt bei dir? Ich bin zu dritt vor meiner Haustür. Ähm. Warum das denn? Keine Ahnung, weiß nicht. Er ruft mich denn jetzt an um die... Ich bin doch jetzt fast. Ich bin gerade außerhalb. Oh nein, du. Was? Was ist denn mit ihr? Das ist immer gestresst. Drogen. Aber warte mal. Nicht, dass sie irgendwas von Opa wollen? Wissen die, dass sie da wohnt? Weiß nicht. Aber ich sag euch eins, wenn ihr tot nehmen wollt, dann jetzt mit euren Alter. Nicht mit mehr mit 80. Was? Weil... Guck, das ist, was Oma geworden ist. Nein, ich glaub, die... Bin die tot? Mit Oma tot? Guck mal, wie denn gelaufen ist. Die ist aufs Bieden, glaub ich. Ja, das ist ja auch alles operiert. Vielleicht hat sie sich Muskeln auch implantieren müssen. Oh ja, scheiße. Die ist getaubt. Mit Doppelherz. Ja, guckt euch mal die Sportschuhe an. Die macht das nicht... Die macht das wahrscheinlich immer. Die hat... Die hat in einer Hosentasche hat die, äh... Doppelherz. In der anderen Hosentasche hat die hier, ähm... Franz Brandt Wein. Da spielt sie sich mit ein und so. Schmuck und dann geht er ab. Jeden Abend nimmt sie dem Opa und der Opa sie erst mal schön mit Franz Brandt Wein ein. Schossen dich, Würfel. Das ist gut für die Muskulatur und die Gelenke. Oh Mann. Warte, was ist denn ein Beispiel, Rundi? Ja. Und guck mal, wie sie gesprintet ist. Deshalb hab ich ja extra gesagt, pass auf, dass du die Hüfte nicht brichst. Hat die nicht? Nee, ne neue Hüfte hat die damals glaub ich nicht bekommen. Sie hat ja einen Unfall, da hatte sie auch... Das wird... Echt? Mhm. das wird eigentlich einiges erklären wenn die eine neue robo hüfte mit eigenem motor auf allgemeiner könnten wir ja zum marathon schicken wird ja gewinnen immer und dabei diesen ja diesen jahr gibt und die oma kennt die ganze geschichte mit dem säck woher weiß ich nicht erzählt kennt ihr noch nicht die oma mit autos in verbindung gebracht habe und ich dachte die oma hätte ahnung und ich dachte heute wäre hier dingens kirchen versteigerung haben wir ja freundlich erzählt und dann habe ich niemanden erreicht habe ich die oma anrufen weil ich das moment die oma ist doch immer hier mit dem schicken flitter unterwegs und die hängt auch in der werkstatt rum und so dann habe ich die anrufen dann sagt die ich habe gar keine ahnung von autos ich hatte jemand unbekannt wer kann das nur gewesen sein ich weiß gar nicht wie das geht ich habe doch gesagt ich weiß überhaupt gar nicht wie das ich weiß nicht die nächste runde doppelherz geht auf mich ja lass mal erst mal wir müssen erst mal diese die scheiße außerdem rechnet er jetzt damit wir müssen das ein bisschen ruhen lassen hast du schon sms bekommen nina ja ok als wir telefoniert haben kam die sms schon oh gehst du schon da geh doch gleich hin mach das doch direkt ja ich wollte erst mal mich ein bisschen abregen und überlegen was genau was genau jetzt schlau wäre vielleicht zu sagen und was nicht ich habe mich nicht beschweren abgesehen davon dass ich einen schon schlaf hatten aber ansonsten ganz guten dass du was ich hab's gleich ja ich habe in büscher gelesen bis zum morgens büscher oh ok welche bücher denn ähm bürterbuch und wie bald bist du gekommen seit 200 Jahren bei welchem wort hast du denn aufgetanzt bei welchem buchstaben ähm ähm ja bin sie den gen n grün n n n n n n n n Ich habe nichts dazu gelernt, denn alles muss ich wieder von vorne machen, das ist ein Schaden. Gab es da einen Höhepunkt in der Geschichte, Schlusswerterbuch? Den Öhnpunkt von den Geschichten ist, dass der Lügen war und der eigentlich noch Bilder drin waren. Das war so ein Kinderbuch. Apfel, Teddybär. Ich muss ja gleich anfangen mit den Englischen und so. Ich will meine Sprachen verbessern irgendwie schon. Oh, ich habe auch eine ganze Beile lang Bücher gelesen, weil ich mir so dumm hier vorkam. Die Ente macht? Oh, Nina. Die Kuh macht? Bist du 5 Dollar auf die Kuh? Und du machst gleich ein Fliege. Pass auf, du sprichst hier mit einem Strafleder. Aber ich bin auf Strafleder. Hey, warte mal, Nina. Hast du schon bei den Gesetzen geguckt? Das interessiert mich gerade. Nee, warte. Ich will sagen, was die mir geschrieben haben. Okay, okay. Ähm. Oh. StPO, Paragraph 4. Okay, warte eine Sekunde. StPO, Paragraph 4? Mhm. Vorladung. Vorladung. Okay, das ist es nicht. Das ist halt Vorladung einfach nur. Also die haben geschrieben, hiermit werden sie als Beschuldigte gemäß SPO Paragraph 4 zu einer Polizeischen Vernehmung eingeladen. Davor geladen. Ja, ich hatte ihn genau. Genau. Die haben das Recht auf einen Anwalt. Die haben sich binnen 48, 45, bla 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 bla. Also ich denke mal, es wird halt Körperverletzung sein. Er meinte, er war bei dir und die haben gesagt, er hat eine Gehirnerschütterung. Ja, und ich werde ihm ganz genau sagen, dass Leute ihm eigentlich das rechte Ei abgeladen werden. Moment, Moment. Hat er wirklich Gehirnerschütterung gesagt? Ja, hat er? Weil ich weiß noch, dass er in Gamble da war und er hat gefragt, ob er alles okay ist. Und er hat gesagt, wei wei, alles gut. Oh, okay. Wie hast du das gehört? Nima, hast du das gehört? Ja, da war ich... Ja, da war ich... Ey, was ist dein Arschloch. Mika, durf ich dir keine Körperverletzung hier? Vermögensverbot? Ja, aber dann wird er sagen, er hatte halt Schock in dem Moment und deshalb hat er erst mal nichts gespürt. Das wird er auf jeden Fall sagen. Wann war er denn bei Emdi? Ähm, das hat... Ich glaub... Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, noch am gleichen Abend. Der wird hundertprozentig gleich auch noch da sein. Ich... Sag mal... Wo zur Hölle ist denn hier Körperverletzung hier jetzt doof oder was? Ach hier. Ach du Scheiße. Fett mich mal jemand auf? Wegen hast du geschlagen. Ganz kurz, Oma... Wir waren... Ja? Nina? Hm? Versuch doch mal irgendwie rauszukommen, weil du musst dafür auch Haft absetzen und das Geld ist jetzt auch nicht so wenig. Scheißegal. Ich zieh alle mit rein. Ich hole den... Ich hole den Herrn Weiß. Der Walli hatte eh... Ich hab eh noch einen Hut bei dem. Und dann soll er mich da rausholen und dann werde ich erst mal groß verkünden, was der da alles verpasst hat und dass so ein Spassi wie dem... schön eigentlich das rechte Ei abgeschlagen gehört. Okay, Nina... War ein Journalistenbeitrag. Willst du, Oma... Oder ich fang mal an Oma. Du erinnerst dich noch an die Sache, die ich da mit dieser Honey hatte, ne? Wo ich doch zu dem Herr Zachary gegangen bin und naja, scheiße. Ja, aber darum ging's ja eigentlich gar nicht. Ja, ja, aber so fing's ja an. Das ist ja aus meiner Sache entstanden. Auf jeden Fall, ich wurde angezeigt von ihm und wurde dann auch bestraft. 100 Dollar musste ich nur zahlen, weil ich halt geständig war direkt. Und ähm, weil ich das Kleid an den Tag an hatte und ganz lieb die ganze Zeit war und so. Auf jeden Fall, äh... Nina zieh dir was weißes an. Ähm, auf jeden Fall ist auch da was anderes entstanden. Eine Situation, die Nina jetzt hat. Ihr habt mich ja beide angerufen, du und Mary. Ja, wir waren im Pub und da war dieser Typ. Und dann ähm, wollten David und ich, wir sind zu dem hin, weil wir... Was hörten wir denn von dem? Achso, wir wollten dem Marsch blasen, weil er einen Tengu zu dem ausgerissen und sich ins Maul gesteckt hat. Und dann haben wir gehört, dass er irgendwas von Ava wollte. Und ähm, dann ähm, wollten wir äh, rausfinden, was er von Ava will. Und dann hat er gesagt, ja, um das zu erklären, müsste er eine andere Geschichte erzählen. Mhm. Und dann halt mal haben wir gesagt, ja dann erzählen, weil wir halt wissen wollten, was der, was der da produziert. Und dann hat er wieder diese gleiche Geschichte erzählt mit dieser minderjährigen Prostituierten. Und ähm, aber so war es von ekelhaft, dass wir alle ähm, kurz vorm Kotzen waren und ich am liebsten geduscht hätte. So ekelhaft, übergriffig, sexistisch und frauenfeindlich war das, was er davon nicht gegeben hat. Ach du Scheiße. So dass der Mary dann... Ich hoffe, du hast dir deine reingehauen. Pass auf, dann ist der Mary der Kran geplatzt und die hat den, die hat den angeschissen und ihm gesagt, dass er die Fresse zu halten hat und sowas nicht zu sagen hat. Ja, richtig schon. Und dann sind wir rausgegangen und haben... Malin. Hallo. Wenn die beiden schon was machen, dann, dann muss ja wirklich die Kackern dampfen sein. Schön, dass du es geschafft hast, Malin. Ja. Dann war ich draußen und dann hat... Okay. Ich bin auch total begeistert. Hallo Mary. Ich hab schon gedacht, dass es klappt nicht. Hallo. Ja, ich hab auch schon gedacht, dass es klappt nicht. Aber... Ja. Wenn der Skinner hier war und wir eigentlich gehofft haben, dass sie dann mal da hinkommen und der Skinner dem mal von Mann zu Mann ordentlich dem den Arsch bläst und dem aufs Fressbrett legt. Na ja, kennt ihr meinen Freund? Ich so gut. Dann sind die gekommen und der Skinner hat sich mit ihm angefreundet. Ja. Anstatt ihm mal irgendwie die Meinung zu zeigen. Und dann stand er draußen und hat wieder angefangen, diese Geschichte zu erzählen. Na, der hat versucht zu schlichten. Und dann ist... Und dann ist... Der hat sich mit dem angefreundet. Das stimmt doch gar nicht. Und dann hat er nochmal gesagt, dass das ekelhaft ist, was er da von sich gibt. Und dass er die Fresse zu behalten hat. Und dass sowas... Dass man das nicht ausspricht. Und dann hat er angefangen und hat dann die Mary noch beleidigt. Und dann habe ich... Alter. Ich halt... Habe ich ihm halt gezeigt, was passiert, wenn man die Fresse nicht hält. Wenn man gesagt bekommt, dass man die Fresse halten soll. Ja. Und ähm... Und dann war der Gamble irgendwie da. Ich weiß auch nicht. Auf einmal war die halbe Polizei da. Und dann haben die den gefragt, ob alles okay ist. Und er meinte ja, ja, alles gut, alles gut. Und keine Ahnung. Ich bin dann auch weggegangen. Weil ich halt weiter habe Scheiße gelabert und ich konnte mir das nicht mehr antun. Und dann bin ich zur Seite gegangen. Für mich war die Situation erledigt und ich dachte, er hat es jetzt soweit zumindest verstanden, dass er die Sache auf sich beruhen lässt. Aber anscheinend hat er mich dann angezeigt wegen Körperverletzung. Verstehen mit dem. Und jetzt habe ich schon gesagt, wie kann das denn sein? Weil wir haben uns alle mit falschen Namen vorgestellt. Aber offensichtlich ist er gar nicht so dumm, wie er tut. Denn er hat Ariane als Zeugin angegeben. Und die wusste natürlich, wer ich bin. Alle waren irgendwie jetzt... Ich glaube, ihr beide müsst noch... Also Fee war schon da. Neri war schon da. Ich war jetzt schon da. Und ich wusste überhaupt gar nicht, worum es geht. Aber das, was ihr gesagt habt mit dem MD, unbedingt, unbedingt dann bei der Aussage sagen, das ist ja perfekt. Was ist denn mit dem Kerl? Ich muss jetzt kurz den Warte an. Der hat, äh, der hat hier im Pub, hat er ja die, ähm, Maid, glaube ich, heißt C, hat er ja zu dir gesagt, dass, ähm, die mich anrufen soll und dir sagen soll, äh, ich dir, Ariane, sagen soll, dass du in Gefahr bist. Weil der dich ja angezeigt hat. Und dann hat er gemeint, ja, er wurde gezwungen. Ja, das hat er mir auch gesagt. Herr Weiß hat ihn gezwungen. Ja, total blöd. Nee, mit Sicherheit nicht. Der hat jetzt den Herrn Weiß, ähm, der ist die ganze Zeit beim PD Guard gewesen, der hat mich dann auch nämlich zur Seite genommen, noch bevor ich die Aussage machen konnte, und hat versucht mich zu beeinflussen, hat gesagt, hey, ich zieh die Anzeige zurück, ähm, dann kriegen sie ihre 100 Dollar wieder, hab ich gesagt, nee, ich hab ja Scheiße gebaut, ich hab die gezahlt und fertig ist, ich brauch die nicht wieder. Ja. Kennt ihr, kennt ihr den sogenannten Butterfly-Effekt? Ja. Ja, wirklich. Das ist alles Honey-Schuld, so. Wäre jemand nicht so scheiße zu mir gewesen, weil das jetzt alles nicht passiert. War wirklich echt. Aber ich hab noch eine Sache. Ja. Den, der Gericht kann den gar nicht auf Schock, ähm, wie nennt man? Den kann gar nicht sagen, dass der ein Schock war, weißt du? Weil den war ja danach noch in anderen Gesprächen, in anderen Gruppen. Ah, okay. Den hatten dann, weißt du, den hat den Schock ja bestimmt schon längst nachgelassen, dann merken sie, dass mit dir irgendwann nicht stimmt. Aber den war ja in Gruppen geblieben bei anderen. Er hat gelegen und geredet. Also der Wally, der Wally kommt dazu, zu meiner Zeugenaussage. Okay. Ähm, Mary und Nina, ganz wichtig, ich hab in meiner Aussage gesagt, dass ihr beiden nicht Leute seid, die jetzt einfach zuschlagen und einfach laut werden. Ja, egal. Und dass er irgendwas gesagt haben muss, was euch extrem getriggert hat. Ich sag, ich sag dem gleich alles, was er gesagt hat. Oh, den hat so leidig. Mit Intelligenz hat denn irgendwas gesagt. Ich hab wirklich gefragt, aber wieso bin ich nicht eingeladet worden für eine Zeugenaussage? Ich schau nicht. Schau nicht mal. Äh. Ja, weil es wahrscheinlich reicht, dass sie mich jetzt haben. Ja, ich, ich denke mal. Die Polizei, ich sehe mir sehr gezeichnet. Ich denke mal, dass sie, ähm, dass die, die Ariane gefragt haben, ähm, wer da jetzt noch dabei war oder wer geschlagen hat. Dann hat die Ariane meinen Namen gehört und dann haben, waren die doch am Ziel. Wir brauchen euch ja nicht. Nee, tatsächlich hab ich jetzt aber auch nicht gesagt. Moment. Hallo, Herr Daniels. Das war alles so ein bisschen, die waren nett. Die waren wirklich sehr nett. Gerade nur, wo ich, wo ich gesehen hab, Hauptstrafe und sowas alles. Ich hab gesagt, sie würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Freundin von mir, sie würde hundertprozentig nicht einfach so zuschlagen. Da muss schon irgendwas gewesen sein, was das wirklich hart getriggert hat. Und, äh, ja. Ja, jetzt hab ich aber drei-, viermal wiederholt, damit das auch wirklich auch da drin steht. Ähm, weil du gehst halt wirklich nicht auf Leute zu und boxt die einfach. Da bist du ja nicht der Typ für. Aber wenn jemand vor mir steht, der sich, äh, damit rüstet, ne Minderjährige, ähm, irgendwie, äh, weiß nicht, als Prostituierte angeheuert zu haben. Ähm. Und dann auch noch vor seinen Freunden so groß tut und so macht, als ob das eine Heldentat ist. Und so, dass ich mich, als er erzählt hat, hab ich mich so unwohl gefühlt. Das ist unfassbar. Und jetzt stell mal vor, in diesem Pub sind ganz viele Leute immer. Das Pub ist immer voll. Da sind bestimmt auch Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen jünger sind. Mhm. Und die nicht so gut damit umgehen können. Und dann kommen die an so jemanden und der erzählt so ne Scheiße. Was denkst du denn, was das mit denen macht? Ja. Dann denkst du genau richtig. Eine Sache noch. Ähm. Ich bin Baseballschläger raus. Ich sag ja, dem gehört das rechte Ei abgeschlagen. Zu Herrn Weiß. Herr Weiß hat mit mir telefoniert wegen der Sache. Und, ähm, er hat mich ausgelacht, als ich meinte, weil er meinte, ich hätte das überall in der Stadt rum erzählt. Hab ich nicht. Ich stand mit ihm alleine im Pub. Wirklich ganz alleine. Hab auch gesagt, zur Not ist das können bestimmt auch Leute bezeugen. Dann meinte er, ja wer denn? Die Oma zum Beispiel? Da hab ich gesagt, tatsächlich hat die an dem Tag da gearbeitet. Und dann hat er mich die ganze Zeit einfach nur ausgelacht. Also ich hätte eine Zeugin gehabt. Oma oder Ava, einer von euch beiden muss ich gesehen haben. Dass ich mit ihm alleine stand. Ja, du standest ziemlich lang mit ihm alleine. Ja. Und er hat rum erzählt, ich stand in einer Gruppe. Ich hätte es in einer Gruppe erzählt. Und ich wurde einfach nur ausgelacht. Und das wurde überhaupt gar nicht. Also obwohl ich Zeugen hatte, wurde ich nicht ernst genommen. Ey, wenn ich den Wiederschäler renne, hole ich echt den Baseballschläger raus. Aber diese Geschichte, da geht's halt grad einfach nicht um. Ich weiß, ich weiß. Es geht darum, dass das ein ekelhafter Sexualstraftäter ist. Und ich das nicht einsehen kann, dass dieser Typ hier rumrennt und Leute belästigt, die ihm sagen, er soll gefällig seine dumme Fresse halten, weil man sowas nicht macht. Und er macht's einfach weiter. Und weiter und weiter und weiter. Ich weiß. Aber ich will nur, dass ihr wisst. Und dann steht da die Gewittung und jetzt heute auch noch rum, oder was? Ich will nur, dass ihr wisst. Was ist das denn für ein Spasti? Und so betont das, oder egal was war, betont das mehrfach. Weil ich wurde zum Beispiel null ernst genommen bei der Sache mit Zachary. Null. Ganz ehrlich, wenn die mich fragen. Ich sag denen auch ganz ehrlich, dass ich ihnen jedes Mal wieder eine verpassen würde. Weil sowas ist einfach, das macht man nicht. Und ich kann nicht verstehen, wieso jemand hier rumrennen kann, aber gleichzeitig so eine Hetzjagd in Gang gesetzt wird, weil jemand ein Gerücht über jemanden geführt hat. Nochmal, das ist ein Sexualstraftäter. Äh, Marien? Ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und ich bin an dem Abend extra weggegangen, weil ich da kein großes Ding draus machen wollte. Weil ich diesem Mann nicht die Bühne geben wollte, die er jetzt kommt. Mit diesem Verhalten. Und deshalb bin ich da weggegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr zusammenreißen kann. Ich wollte einfach, dass es aufhört, dass er die Fresse hält und keiner mehr davon redet. Weil das einfach nicht geht. Und so jemandem gehört nicht die Bühne mit solchen Sprüchen. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und er bringt es jetzt hin und stellt sich hin und fängt so einen Scheiß an, damit da wieder drüber gesprochen wird. Damit er noch zum treibsten Mal seine scheiß ekelhafte Geschichte erzählen kann. Kannst du mir noch was beantworten? Ja. Hat er von sich aus gesagt, dass sie minderjährig war? Ich weiß egal, ob die minderjährig war oder nicht. Ja, aber das ist ja schon krass. Das muss ich mir ja dann melden. Ja, aber selbst wenn nicht, ist hier in diesem Staate Prostitution verboten. Und wenn er sagt, dass er eine Prostituierte bezahlt hat dafür, dann ist es ein Sexualstraftäter. Fertig aus. So sind die Gesetze. Der wird eingesperrt. Der Sack. Das ist wahrscheinlich schon von dir. In seinem Namen. Sakkari. Es kann nicht sein, dass der hier nochmal diese ganze Geschichte aufrollt und da einfach nichts passiert. Es kann doch nicht sein, dass die Leute das so gucken. Ja, aber alle um ihn herum. Ich bin der Meinung, dass bei sowas muss man immer wieder laut und immer und immer wieder und so laut, bis es irgendjemand hört, sagen, dass das nicht geht. Die Sache ist, ich habe als Ariane die Sachen gar nicht so mitbekommen, dass er das jetzt auch rumzählt mit der Prostituierte und sowas alles. Da muss man sich halt mal gerade machen. Deswegen kann ich da nicht gerade so krass mit draufgehen. Das ist, ähm... Konsequenzen dafür bekomme, dass ich mich gerade mache gegen so jemanden. Nina streamt nicht, deswegen konnte ich das auch nicht sehen. Dann nehme ich die gerne hin. Sollen wir uns im Knastschechen fischen. Genau, er hat nicht bei der Prostituierte bei Ariane gesprochen, hat er nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Ist mir scheißegal, aber sowas geht nicht. Und erst recht nicht, wenn er einfach dumm ist und nicht versteht, dass das wirklich gerade über Grenzen hinausgeht, die den guten Geschmack nicht mehr treffen. Dann ist das eine Sache. Aber wenn er dann ganz deutlich gesagt bekommt, dass das ekelhaft ist und dass man sich unwohl fühlt und dass das übergriffig ist, dann hat man Gefängnis, das Maul zu halten und da nicht noch eine größere Geschichte auszumachen. Wenn ich den heute im Pub sehe, dann spreche ich ihn darauf an. Oh, viel Spaß, Mama! Ja, wenn der mir blöd kommt, hole ich den Baseballsläger, ich kenne da nichts. Ne, der wird nicht aufhören zu reden. Eigentlich hätte ich gerne, dass keiner mehr über diese Geschichte spricht, damit das überhaupt, damit das einfach weg ist. Ja, aber du musst ja gleich nochmal darüber sprechen. Richtig. Und damit sollte es eigentlich auch dann erledigt sein. Man sollte ihm eindringlichst sagen, dass er das Thema bitte unterlassen soll. Ja, das würde ich ja machen. Und dann sollte darüber keiner mehr sprechen. Ach so. Weil dem dann jedes Mal wieder eine Bühne geboten wird und jedes Mal kann er sich dann wieder profilieren damit. Ich kann jetzt nicht direkt mit Ariane mit drauf. Jedes Mal müssen, dass sich wieder Leute anhören. Weil wir natürlich auch andere Sachen so mitgekommen haben. Und das muss doch nicht sein. Ja, meine ich sehe, Polizei wird sich drum kümmern und ihm das sagen. Wirst du wissen? Weil ich meine, er hat ja dann die Anzeige erstellt, ne? Ich meine, er wird wahrscheinlich nicht keiner aufhören. Mir scheißegal, dann zeige ich den jetzt gleich an. Mein Gott, hier ist ganz viel mit der Anzeige. Ähm, weiß nicht, ob der schon gesagt hat, der hat den Herr Weiß heute auch angezeigt wegen drei Sachen, weil er mir erzählt. Deswegen war der auch die ganze MPD, deswegen wird er gleich wahrscheinlich immer noch da sein. Ja, also der Walter meinte auf jeden Fall, er ist dabei. Ich soll einfach dann Bescheid sagen, wann das ist und wir könnten das heute machen. Ihr seid schon beim Duut? Ja, dann kommt er. Ja, ich gibt ihn einfach. Tja. Oh. Er meinte, er kommt dazu. Pass auf, wenn er da ist, wird er dich auch zur Seite nehmen. Versuchen, dich zu belabern. Boxt ihn nicht, ja? Nicht im PD. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Ich glaube, der hat gerade am Schritt schon gemerkt, dass das einen Grund hat, warum ich dabei bin. Nein, nein, ich meinte Zachary. Der war die ganze Zeit da. Mit dem rede ich gar nicht. Der ist auf mich zugekommen. Das war egal, ob ich jetzt da saß und ein bisschen so... Ja, ich, ich ignoriere das einfach. Der kann, also der kann auf... Der kann sich an mich dran binden. Er hat kein Wort mit dem weg. Meint er gerade Zachary? Ja. Ja. Okay, dann tun wir so, als hätten den sich angefasst und die schreien durch Ganten wie die ihn und lassen ihn nie in Ruhe auf ihn zu belästigen. Und dann kommt der Polizei und nimmt den mit. Wir können jetzt bestimmt auch ehrlich alles hinnehmen. Ja, aber ich kann einfach dahin gehen. Okay, also sollen wir jetzt dahin fahren oder was? Ja, machen. Okay. Aber wir sind schon fünft. Ja, deshalb müssen wir mit zwei Autos fahren. Ich bin mit Opa hier. Ich fahr bei Marie mit, dann lass ich mein Motorrad nicht. Okay, soll ich noch viel mitnehmen? Ich will einfach nur nicht selber fahren. Ich bin heute wieder fast gegen gefahren. Ich habe einen Unfall gebaut. Was? Nein, nur einen ganz kleinen. Ich habe auch nur mal ausgetauscht, alles gut bezahle ich. Ja, der Boss. Ja, dann kommt dann Drake bei mir ein. Warte eine Sekunde. Ich freue mich einfach immer so. Bustv oder was? Fährst du jetzt auch mit dem Auto? Äh. Achso, kommst du nicht mit? Ja, ich würde eigentlich schon, aber ich meine, wir haben ja nur vier Plätze. Ja, wer fährt denn da jetzt? Äh. Ja, Mary. Ich glaube auch, die will mich nicht mit dabei haben wahrscheinlich. Also... Hä? Mache ich vielleicht was anderes. Warten, habt ihr Beef oder was? Eigentlich nicht, aber sie ist ab, so abweist, wie sie zur Zeit ist, war sie schon lange nicht mehr, deswegen. Ich rede mal darüber. Ich würde ja gern schon die Show jetzt gleich sehen. Willst du wirklich nicht mit? Naja, ich will mich jetzt hier nicht aufdrängen. Du dringst dich nie auf. Ich bin voll froh, dass ich dich mal wieder sehe. Hm. Ja, einfach fahren. Ja. Wie gesagt, wir können auch zusammen fahren, zur Not fahre ich einfach mein blödes Auto. Du bist zur Fahrpraxis, äh, ein bisschen. Ja. Hm. Ja, komm. Weißt du was? Kriegst erst von der Idee schön. Ja. Und wenn du die isst, dann kannst du gar keinen Unfall bauen. Ja, dankeschön. Dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Ja. Das ist magische Schokolade. Die hilft. Ich bin gerade überlegen, welches Auto ich nehme. Vielleicht nehme ich sogar den, den Website. Der fährt sich nur echt scheiße jetzt. Erwarte nichts Großes. Ja. Muss denn noch jemand mitfahren? Ja, ich, ich fahr mit Oma hinterher. Wir fahren mit dem, mit meinem kleinen Auto. Okay, dann drehen wir uns gleich an Pd. Ja, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh, meine Güte. Entschuldigung. Da hab ich gesagt, mein Auto, das ist überhaupt gar nicht mein Auto. So. Ach. Navi brauch ich leider immer noch. So, Oma, halt dich gut fest. Ja. Du machst das super. Ja, warte mal ab. Ich wurde jetzt ganz oft schon angemeckert von Leuten und Brian hatte Angst um sein Leben. Was? Ja. Ach, die labern bestimmt nur. Ja. So. Ja, dann geh jetzt mal vor. Ach so. Ja, schön geklingelt. So. Hab ich gar nicht gehört. Hab ich gehört. Ja. Hab ich gehört. Ja. Ah, Telefon. Ich kann gar nicht. Warte mal, ich nehm mal ab. Die Klappe schenkt ja keiner. Ich passe auf. Ja. Hallo. Hallöchen, Ariane. Hallo, Amy. Wie geht's dir? Äh, gut und ihr? Ja, ganz gut, bin ich an deinem Auto fahren, muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh Gott, das tut mir leid. Nein, alles gut. Ich will auch nicht lang stören, aber Daisy, die CEO von Aphrodonis, wollte ihr die Nummer geben. Es geht irgendwie um kleine Tiere. Um kleine... Hä? Wie, warte mal. Wie? Daisy vom Aphrodonis? Es geht um kleine Tiere? Ja, irgendwie sowas. In Unterhosenform vielleicht? Äh. 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 In Unterhosenform, Daisy? Soll ich da heute vorbeikommen, oder was meinte sie? Äh. Ich sollte die Nummer weitergeben. Von mir? Also. Ah, okay. Damit Lucy anrufen kann. Oh, jetzt soll ich mich schon wieder verfahren. Okay. Ne, alles gut. Ja? Soll ich die sonst einfach per Nachricht schicken, wenn du gerade Auto fährst? Ja, das wäre super. Das wäre super. Okay. Ich rufe dann der gleiche an. Das ist noch kein Unfall. Okay. Ne, mache ich nicht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So. Oh, ich bin... Jetzt soll ich mich schon wieder verfahren. Nein, dass ich links fahren müssen. Entschuldigung, fahre ich mal hier. Ach, die fahre geradeaus. Ja? Ich bin geradeaus. Ja. Okay. Ja. Kann ein bisschen Musik anmachen, sozusagen. Uts, 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 uts. Uh, ich fühle diesen Lied einfach. Ich fühle ihn so sehr. Ja. Bewege mich zum Rhythmus. Uts, 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 uts. Uts, 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 uts. Ariane fährt super. Ariane hat keine Angst. Ariane hat Anti-Ä, äh, Angst-Zokolade gegessen. Ariane kann jetzt fahren. Oh, das Auto wackelt so. Was machst du gar nicht? Tja. Na gut. Ach, kuck mal. Oh, guck mal. Das ist sehr schön. Wupala. So. Lass ich hier rein? Nee, ich fahr mal nochmal hier vorne hin. Ah! Da ist direkt zum Parkplatz. Geil! Perfekt. So. Warte. Super. Motorhaus. Ja, perfekt wie eine Eins. Super! Ja. So, hier. Zwei Dollar. Let's go. Ja, perfekt. Ja. Und wie immer, muss man nach sowas? Das muss man wirklich. Ja. Perfekt. Perfekt, Oma. Perfekt. Du musst aber deine Haarsträle ein bisschen nach hinten machen. Die fällt dir ins Gesicht. Ja. Ich muss sowieso... Eigentlich heute zum Friseur mal meine Augenbrauen machen. Oh. Kann die das inzwischen? Ja. Wie? Also zumindest habe ich auf Venture gelesen, dass La Catrina, die machen das. Aber ich wollte unbedingt zu Andrea. Können die auch die Farbe wechseln? Das weiß ich gar nicht. Make-up machen die auf jeden Fall auch. Und ich wollte eigentlich, wenn der Philipp auch arbeitet. Was zur Hölle habe ich bei der Boutique bestellt, dass da jetzt auf einmal Sachen sind, die ich abholen soll? Hm. Scheiße. Ich muss dir, ich muss dir dann mal was zeigen. Ja, was denn? Was weichten, um ehrlich zu sein. Was Schlimmes? Okay, warte, bleib mal stehen. Ja. Und jetzt schau mal meine Augenbrauen an. Warte. Schau mal die Farbe ganz genau an. Hm. Du hast ja helle Augenbrauen. Aber anfangs... Ich hab vor allem sehr blaue Augenbrauen. Weißt du, was der Walter weiß immer sagt? Kannst du mich auch mal angucken? Der sagt immer, ich hab grüne Augenbrauen. Oma, hab ich grüne Augenbrauen? Ich glaub, ich glaub, ich hab so grün-blaue Augenbrauen wie ich. Okay, wir sollten vielleicht wirklich mal dahin gehen. Das wäre eine ganz gute Idee. Oh Gott. Was ist die... Ja, das ist wahrscheinlich wegen dem Licht irgendwie her. Ich weiß nicht, die Sonne bleicht vielleicht was aus. Na ja, bei mir war das eher so ein paar... Also ich hab die mal gefärbt gehabt vor Jahren. Und irgendwie seitdem... Ich weiß nicht, was ich da genommen hab für die Kacki, du. Oh. Ja. Ja, ich denk, bei mir nicht viel, viel Make-up. Seitdem hab ich die. Das ist vielleicht ein Make-up irgendwie, dass sich das nicht mit der Sonne vorträgt, keine Ahnung. Ja, nur das können sie auch sein, ja. Guter Punkt. Wo sind die denn hin? Wahrscheinlich schon vorne. Sie sind... Meine Güte, ganz schöne Raser. Ja, aber wirklich. Wollte mal den Herren da rauslassen? Geht's ruhig durch. Ja, alles gut, Oma. Ich bin dick geworden. Oh, verdammt. Jetzt, Oma. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, das ist aber peinlich. Warte mal. Vielleicht doch mal vorne reingehen. Wer hat denn da abgeschlossen? Eigentlich müsste ich ja noch aufhaben. Ich darf mich wegen Brandschutz eh nicht abschließen. Wie letztens, hatte ich da auch den Potbar vorne. Stimmt, eigentlich dürfen die ja süß. Aber guck mal, da sind doch ganz schöne Leute drin. Das muss ja gehen. Ja, muss ja, ne? Ich bin so gespannt jetzt. Das... Ah. Ja, ganz allein. Hm, peinlich. Ah, da ist... Wer? Andrea! Ich. Ari! Hi, gerade noch von dir geredet. Na? Ja. Sag mal, macht ihr auch Augenbrauen? Habe ich das schon gefragt? Äh, nein, aber ja, machen wir. Bah, perfekt. Wie Augenbrauen. Ich bin Friseurin. Ach, Sohn. Die Beste von der Sämtisch. Macht ihr auch Fußarren? Das dauert noch. Äh, oh, okay. Ja, da kann ich dir die Nummer von meinem Onkel geben. Der hat sie gerne Fußarren. Ah, okay, no, 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 ist okay. Hm, das ist so ein unangenehmer Fetisch oder so? Nee, no, da war nur ein Fagen, denn kann ja sein, dass ihr eine Rosache macht, weiß ja nicht. Nee. Oder Beinhaare färben. Beinhaare. Oder Armeare. Oder Armeare. Beinhaare färben. Nee. Eine Rosache. Damit man nicht mehr epilieren muss. Ja, da geh. Nee. Gar nicht mal so. Oh, Mary. Ja? Ja? Kannst du dich mal schrecken? Marien, komm und mach mich mal bitte. Ja, dann komm her. Ui, komm her, Marien. Ja, dann komm doch her. Ui, dann komm her, Marien. Ja, dann komm doch her. Ja, komm doch her. Ui, Marien. Was können wir hierher machen? Auf die Ladestation. Hey. Mist, ich kann das nie aus der ZMS? Irgendwie... Schau mal her. Danke dir, Amy. Wieso ist das dein Gesichtspack? Ich verstehe das nicht. Also, ich verstehe, wie das dazu kommen kann. Sieben. Vier, acht. Vier, vier, fünf. Daisy. Die heiße Daisy. Ja, hallo. Hallo, Ariane hier. Hallo, Ariane. Hallo, ich hab Philipp nicht erreicht, aber ich hab was ganz Wichtiges. Ja, Philipp hat gesagt, ich muss eine Bestellung abholen. Ich hab voll vergessen, hab ich schon wieder was bestellt. Ja. Ja, Philipp hat gesagt, ich muss eine Bestellung abholen. Ich hab voll vergessen, hab ich schon wieder was bestellt. Nicht freiwillig, aber... Oh Gott sei Dank, ich will die ganze Zeit überlegen. Wenn du Zeit hast, müssen wir uns in der Boutique treffen. Das mach ich gleich sofort, ich bin grad mit einer Freundin bei... Jetzt sofort? Nein, nein, wann? Ja, so in einer halben Stunde? In einer halben Stunde. Okay. Ruf mich an, wenn du da hinfährst. Dann fahr ich auch los. Okay, aber jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, Daisy. Okay, schade, Philipp ist nicht da, aber ja, das wird ganz toll. Okay, bin gespannt, bis gleich. Dann. Tschüssi. Oh, NPK. Oh, T-Shop. Ah, die ist ja auch. Warn ich weiß. Oh, wi-fi. Oh, die ist ja, wir sind wieder. So, guck. Ich kann da hin. Geh, du hast du in Kafi. Warn ich? No, wei. Dann ist es ja gut. Ey, wach T-Shop fell. Ja, Ariane ist dein Gehalter. Hey, ich habe gerade einen Auftrag bekommen für den Grafik. Wir können es, wir können es. Immerhin. Entschuldigung, guckst du da. Ach, alles gut, alles gut. Bin ich aber gespannt. Ich soll zur Boutique kommen. Ich habe da unfreiwillig etwas bestellt und soll es abholen. Oh, wei. Du, ähm, ich müsste dann um elf beim Pub sein. Ah, okay. Ja, ich muss, ich gehe so in einer halben Stunde, habe ich dir gesagt. Ah, super. Ja, dass mich jemand hochfährt, zumindest zum Auto. Das wäre ganz toll. Ja, das mache ich. Sonst müsste ich holen auf. Das wäre unangenehm. Liegt ja alles sowieso auf dem Weg. Also, die Boutique ist ja nicht weit entfernt. Bin auch überlegen, mit Fahrrad hinzufahren. Huh. Bin echt gespannt. Ja, du. Wahrscheinlich hast du irgendwie den Leoparden-Bikini oder so. Ja, das habe ich schon. Das hast du mir geschenkt für Larry tatsächlich. Hatte der auch schon an. Hat ihn nicht gefallen mir schon? Larry hat ja ein Leoparden-Bikini an. Nicht ein Leoparden-Bikini. Das ist ein Leoparden-Boxer schon. Ach so. Ja. Ich fand es voll gut. Ja, Philipp hat die auch. Ja. Ja. Und nein, ich mir ankart. Mir schwankert Böses. Ähm. Ich, ähm. Bin gerade am überlegen. Warte mal. Wir haben jetzt. Warte mal. Irgendwas sagen. Wir haben eine halbe Stunde. Ich dachte. Ja, das klappt alles. Du bist also heute in der Bar? Jo, genau. Ich arbeite immer Dienstag und Mittwoch 23 Uhr. Dienstag und Mittwoch. Okay. Und, ähm. Gibt es das Neues von der Hochzeit? Immer noch kein DOJ? Ja, pass auf. Oh, das ist ein guter Punkt, du. Ab dem Freitag haben wir einen Termin mit der Eindabe vom DOJ. Und dann müssen wir dir dann vorlegen, wann und wo und wie wir heiraten wollen. Das Problem ist nur, wir brauchen noch eine Location. Und das sind wir jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen am Gucken gewesen. Und gestern habe ich mir was angeschaut auch. Also, es ist so, so halb perfekt eigentlich nur. Es ist noch nicht so ganz perfekt, wie ich es gerne hätte. Aber ich bin da auch, ich habe da hohe Maßstäbe, deswegen. Soll es ja wahrscheinlich nicht so riesengroß sein, oder? Ja, kommen ja nur irgendwie 30 Leute, glaube ich. Für Feier selber, weil wir wollen das ja, Opa ist nicht so der Typ, große Feiern. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann lade ich nur die wichtigsten Leute ein. Und dann, ja. Wie hat er mir überlegt? Irgendwie aber... Ich hatte gerade überlegt, da wo Eddie sein Stück aufgeführt hat, aber das wäre natürlich viel zu groß dann. Oder ja, so eine schöne Barbe. Kommt da jetzt schon irgendwas in die engere Auswahl jetzt? Also, wir haben uns gestern drei Orte angeguckt gehabt. Wir hatten einerseits, das war so ein Gebäude, da ist ziemlich viel Platz, aber das sind mehrere Sitzhecken auch. Da ist in der Mitte so ein kleines, nicht wirklich wie ein Pavillon, aber schon so ähnlich, also so ein Rundell irgendwie. Okay. Da könnte man dann theoretisch, ja, diese Zeremonie, keine Ahnung, machen. Und dann gäbe es dann auch noch für den DJ einen Ort. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu groß für 30 Leute und ich glaube, das würde dem Opa nicht gefallen. Und dann haben wir in Chumash diesen Pier angeschaut, den hat Ava vorgeschlagen gehabt. Ja, da hatte ich auch mal überlegt, jedenfalls zu heiraten oder so. Der ist so schön. Der ist wirklich schön, nur mit dem ganzen Müll ist das ein bisschen... Ja, und Ava hat einen Abgang gemacht von dem und deswegen haben wir da jetzt schlechte Erfahrungen. Oh, okay. Und damit das nicht während der Hochzeit passiert, haben wir gesagt, okay, dann nicht. Scheiße. Weil bei den Mülltorn, die können wir ja auch alle beiseite schaffen. Ja. Und dann noch als letztes, weißt du, hinterm Eddies Pub, da kommt doch ein Stückchen weiter nach der Tankstelle noch, kommt doch so ein See. Und da ist noch in der Mitte so eine Insel. Genau. Ja. Und auf der Insel, dass wir das machen und dann die Feier einen Ticken weiter, also auf der anderen Seite vom See. Das ist eigentlich auch ganz schön. Ja. Und was ist immer so reingeworfen? Ich weiß ja nicht, ob es vom Stil passt, aber es ist ja die Siesta mit dem ganzen Außenbereich, auch am Strand und so. Das war natürlich auch eine Idee. Also wir brauchen halt einerseits einen Ort zur Trauung und dann noch einen für die Hochzeit selber. Weil Opa will das ja nicht kirchlich machen. Mhm. Das heißt, das brauchen wir einen richtigen Ort dafür noch. Es müsste so einen kleinen Festsaal oder sowas geben, den man sich melden kann. Ja, genau. Aber das haben wir bisher halt noch nichts gefunden. Verdammt. Oder irgendwas, was halt perfekt für die Trauung ist und dass man dann danach noch irgendwo hinfährt für die Feier. Ja. Naja, perfekt wäre natürlich, wenn beides die, also wenn der Außenbereich sich dazu eignen würde, dass man nicht mal wegfahren muss. Ja, genau, richtig. Ja, ist ziemlich schwierig. Also wenn du irgendwelche Ideen hast, immer her damit. Ja. Ich zeige morgen dem John, zeige ich alle Sachen. Morgen Abend. Und da habe ich gesagt, bis dahin werde ich mir nochmal Gedanken machen, ob irgendwas einfällt. Er hat natürlich dann gleich gemeint, ja da wo er den Antrag gemacht hat, das wäre doch auch nicht schlecht. Wo war das denn ungefähr? Ich habe keine Ahnung, wo der mich da hingeschleppt hat. Es war, wir sind da so eine Straße hochgefahren, so eine Art Landstraße und dann hinter so einem Damm irgendwie. Also da war so ein Damm gewesen, da sind wir irgendwie durchgefahren und genau. Okay, da ist doch leider nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo das war, du. Da oben, da ist aber nicht genug Platz für sowas auch. Ich habe gerade noch überlegt. Das wäre aber glaube ich zu groß. Aber es ist so schön, das Weingut. Willst du dich noch erinnern? Ja, da habe ich auch schon dran gedacht gehabt. Ja. Wer hat denn das gesagt? Ich glaube, Choja dann gemeint. Ja, aber nicht, dass dann wieder Eva einen Abgang macht. Was ist denn mit Eva? Eva, meine Güte. Ich weiß auch nicht, ey. Aber schön ist es auf jeden Fall. Ich habe einen schönen Abgang gemacht. Das ist natürlich ungünstig bei einer Hochzeit. Ich meine, eine MD brauche ich jetzt nicht noch bei mir. Naja, vielleicht kann man das direkt mitmieten zur Sicherheit. Aber ich überlege gerade auch so. Du könntest... Naja, beim Weingut gibt es ja auch so viele Parkplätze. Ich weiß, hier wird das eher kleiner. Ja, ansonsten... Okay, das ist jetzt blöd auch da, wo mein Bruder beerdigt wurde. Ja, das ist doch doof, weil da jetzt die Arsche rumfliegt. Hm. Ja. Schwierig. Ja. Nina, streich mal deine... Äh, ne Strähne hinten. Da ist eine... Ja. Dankeschön. Ja, ich habe keinerlei Ideen mehr, ehrlich. Keine Ahnung. Das überfordert mich eh zur Zeit für dich. Ja, das glaube ich. Ich bin voll durch den Wind deswegen. Vielleicht haben die beiden ja einen guten Ort. Was ist los? Ja, habt ihr vielleicht eine Idee, wo man eine Hochzeit feiern kann? Am besten mit innen- und außenbereich? Uh. Ja, genau. Ewig. Hm. So. Wie sagst du, Sally's erste finde ich eigentlich ganz schön wegen dem Strand und sowas. Wäre das dann ja abends oder wäre das tagsüber? Äh, abends. Abend eher. Ja, am besten irgendwas, was auch so richtig schön beleuchtet ist. Mann, ich kenne mich noch zu wenig aus. Mein Weihnachtsbaum. Dein Weihnachtsbaum. Du hast den Weihnachtsbaum. Wir haben... Wir haben in einem Haus... In einem Haus haben wir drei Etagen zu verfolgen. Da könntet ihr... Ihr könntet eure Hochzeit feiern auf drei verschiedenen Floors. Ich bin mal an einem... Wir sind ja im Megapark der Wohnung. Was ist denn mal hin? Bitte? Ich bin gerade am überlegen, wo das war. Ich bin mal an einem... Haus vorbeigefeiert. Oh, das war total schön. Da... Wir hatten... Wir hatten so... Ich glaube, da war so ein Söldpools auch im Hintenhof und... Warte, meinst du nicht, dass es war... Nee, das war ein guter... Und so ein Grill. Das ist geil. Das war total... Das sieht einzig aus, wenn ich... Oh, du weine, bitte. Ich meine, den Wein in Palito, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich nagel dich auf alles fest. Die Idee von Mary ist immer nicht ganz gut. Vielleicht kann man ja einfach eins der schönen Häuser, die noch frei sind, irgendwie mieten. So allgemein. Ja, find mal eins, was noch frei ist. Lass mal... Wie... Eigentlich. Gibt es kein Partyplanner in der Stadt? Ähm... Ja, teuer, ne? Ja... Da wiesen! Besser nicht, dann findet ihr Hothead nicht dran. Dann bin ich doch fast festgenommen. Dann bin ich doch fast festgenommen. Dann bin ich doch fast festgenommen. Den Gedanken zählt, ja. Das macht ein Fifty Taler, bitte. Oh man, nein. Ja, das ist total schwierig. 50-Simmer-Stücke. Ich hätte einfach dieses große genommen, was wir gestern gesehen hatten. Das Problem ist nur das ist hoch. Das ist aber 100%ig zu groß. Weil dein Stimmen klang aber ein bisschen anders. Aber fahr mal nach Felito, Oma. Irgendwo ist da dieses Haus. Woher sie kriegen, Oma? Ein Haus mit Pool im Hintergrund. Ja, nein, das war kein Swimmingpool. Das war nur so ein Whirlpool. Und da war so ein Grill. Und da war so eine Mauer davor. Das war wirklich schön. Und vorne die Türen, die waren so mit Glas. Ach, meinst du die Lodge oben? Ach, die. Ja, da war ich mal. Wir fahren nach Lodge. Weißt du, wo wir zum Omega Event sind? Im ersten... Ja, genau da. Das ist so schön, Oma. Dann musst du wirklich den ganzen Abend damit rechnen, dass die Leute das singen. Jo, wir fahren nach Lodge. Hallo. 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 Oh mein Gott. Zumindest, wenn die alle so lustig sind wie ich. Ja, das sind die... Das war die gute Idee. Machst du das schon mal, Ariane? Ja, schon zweimal. Einmal mit Eddy und einmal mit Marianne. Philipp und ich sind da auch schon mal eingebrochen. Was? Was? Ja. Kannst du das nochmal wiederholen? Vielleicht brauche ich das gleich in meiner Aussage. Was? Ihr seid eingebricht? In Eis? Habt ihr euch was getan? Äh... Aber warte mal, das hab ich akustisch nicht überstanden. Wo denn bei der Lodge? Ja. Upsi. Ja, scheiße. Wir sind auch... Ich glaube, der behindende... Wir sind ja auch eingebrochen. Ja? Also irgendwie sind wir alle nicht... Ich hab' ich nicht. Ich hab' voll Bock heute dahin zu fahren. Ich bin wie Robin Hood. Ich bin der Recher der Entärmten. Ich hab' noch nie eine Anzeige bekommen. Nur mal so 10 Informationen. Rabottenhut wissen. Ich bin der Rabottenhut? Ich würde es sagen, ich auch scheiße. Ich hab' aber... Oma! Das ist der Hund. Ach ne, du arbeitest ja heute. Lass uns doch die Tage mal hinfahren und anschauen. Ja. Ja, nach 3,4 Stunden. Ja, gern. Ja, kann man das machen. Also wie gesagt, morgen fahr' ich dann mit Opa rum. Ah, okay. Und guck' ich nochmal an. Und brichst dann nochmal ein. Warte mal, du warst mit Eddy da oben. Jetzt geh' noch in der Flisse mit Omen da nach oben. Nein, nein. Das... 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 Was? Eddy hatte das tatsächlich gemietet vom Grafen. Der hat uns dann auch so Badeamtkirchen... Warte, der tut da... Oh, Helmut hat auch schon Helm. Dann nennen sie nicht mehr Helmi. Hm? Ja, muss man auch wollen, ne? Ja. Kann man das vielleicht noch offiziell nieten, ohne einzubrechen? Ja. Der Graf ist aber ja auch... Der ist ja nicht mehr da. Der ist ausgereicht. Bestimmt brauchst du eine Geliebung bei DOL, wo du den anmelden. Ja. Richtig, wenn ich Geld damit einnehmen würde, in der Wied, ne? Mhm. Da ist doch ne schöne Bar, wirklich. Ja. Und ansonsten, wenn die Nein sagen, dann kackst du dir den Wachhol. Und dann löst du wirklich. Bist du doch trotzdem eingebrochen? Dafür bin ich aber, glaub ich, zu langsam für. Ja, aber so wie du gerade gerannt bist, aber... Aber ich glaube, sobald du auf Toiletten gehst, ich will gar nicht wissen, was bei dir unbeziehbar rauskommt. Hä? Aber ist das nicht so bei... Nur weil man alt ist, muss man nicht... Ist das nicht so bei alten Menschen? Dann muss man nicht Bandwürmer zum Scheiß haben. Ist das nicht so bei alten Menschen? Weiß ich gar nicht, wie das gespielt bei FAPA. Mein Damen ist ja gesund, danke. Achso, okay. Ja, aber... Ich kenn den von Filmen. Also bei den Ommen immer so... Aber ich will nicht ein Zeige. Würde ich nicht, genau. Nee. Was guckst du dir denn bitte die Filme an? Du Omas Glocke? Nicht, nein. Wer hat noch geschrieben? Verliebt? Ich? Nein. Höchstens unglaublich angegeilt. Wobei ich habe mir gestern eine Zwiebel geschenkt. Ist lange her, dass das Essen war so? Weil verliebt war. Uuuuuh. Den Gruseligen. Da stehe ich ja. Cool. Ist wahrscheinlich nicht mehr da, ne? Gruseligen. Hey, wie war dein Gespräch? Gruseligen. 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 Oh, das finde ich ganz gut. Oh, das finde ich ganz gut. Oh. Gruseligen. Wenn da so jemand reinflüssig. Den Gruseligen. Wunderschön, macht das wieder immer. Gruseligen. Gruseligen. Schaut dir. Schaut dir. Schaut dir gut in mir hin. Ich krieg schon Gänsehaut. Schön finde ich das. Glaublich. Dann kann ich dich in den Ofen packen wie ein Entchen. Ich kann dich in den Ofen packen wie ein Entchen. Wie ein Entchen? Ein Entchen. 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 Ein 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 Entchen. Wie lange dauert das denn hier? Ich bin dir meugierig. In Viertelstunden ist es vorbei. Ist so. Ist so. War doch klar oder? Ich glaube, wir werden später kommen. Ja, ich glaube auch. Super nervig. Wusstet ihr, dass das Wurstkartell oben zieht? Nee. Die sind nicht mehr da oben. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die hinziehen. Aber die ziehen auf jeden Fall hier raus. Jetzt wollte ich mir was zu trinken holen. Wahrscheinlich keinen Bock mehr auf die Polizisten hier. Ich hab auch Ungen und Bursen. Essen denn dann die Polizeimänner? Ja, unterwegs. Und runter. Die warten irgendwie alle gerade, oder? Ja, es ist... Die haben eine Besprechung. Ja, das hat Feen mir auch gesagt. Wenn jetzt schlimm Kriminalität hier wäre, dann wäre... Da hast du vollkommen recht. Mach mal, Marie, einen unbekannten Anruf. Alarma, Alarma. Meinst du denn, Herr Leitsteller geht überhaupt an Telefonwende? Alarm. Alarm! Du kannst mal anrufen und fragen, um die deine Taxi-Nummer für dich schauen. Ja, natürlich. Bitte helfen Sie mir. Ich bin hier in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Das klingt super authentisch. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich befinde mich in... Ja, ich hab jetzt auch Angst. Oh, du meine Güte. Guck mal bitte an den Tür. Ist das das nicht? Ja, du bist die Frage. Oh! Oh! Oh, nein. Oh, nein. Ja, das ist doch... Oh! Oh, nein. Ich hab da noch ein bisschen dran. Ich... Ich denk... Oma? Die Oma verprügelt den. Lass es, lass es... Guck mal, den beobachtet... Nee, geh ruhig, Oma. Mach mal. Mach den so sauen, Oma. Aber guck mal, jetzt guck doch mal, der taucht schon wieder vorher hier auf, der weiß, dass Nina hier hin muss. Genau wie bei mir heute. Ja, ganz zufällig. Überprüf mal, ob ihr irgendwo Wanten an euch habt. Was haben die denn hingestellt? Elektronischen. Ah, okay. Guck mal in deinem Schuh, du musst mal deinen Schuh ausziehen und den ausschütteln. Du bist da in den Wanzen drin. Ein Wanzen? Hast du den Sinn von den Mikrowellen? Ich hoffe doch mal nicht. Und? Du musst aufpassen, bei den ganzen Mikrowellen. Guck grad. Nee, da ist nichts drin. Okay, gut. Mach mir da nichts zu schmerzen. Ich glaub, da war was drin. Was? Du kommst mir viel bekannter vor, jetzt. Was? Du hast mir eben schon so'n Eindruck gemacht, als ob da was nicht stimmt mit dir. War bestimmt die Wanzen im Schuh. Ach, okay. Okay, ähm. Kann ich wieder raus? Ich warte, bis die Wand zuschlägt. Warten wir noch, oder? Ja, noch fünf Minuten, dann startet den Brückelei. Geil los. Mit der Omen mein Sohn. Hoffentlich. Dann können wir direkt hierbleiben und unsere nächste Anzeige kassieren. Ach du Scheiße. Ist nicht lustig. Schau mal ein bisschen. Lina? Ich rauf bitte. Ja? Also bei sowas find ich's auch lustig. Okay, gut. Hat jemand vielleicht einen Unsichtbarkeitsanzug oder sowas? Ich würd gerne lauschen. Ich find ich auch einfach lieb dran. Von, von, äh, Ehrenpotten. Ehrenpotten. Soll ich dir sagen? Einen Sohn? Kennst du, kennst du das, kennst du das Land Litauen? Was macht die denn? Heißen sich ja. Kennst du das Land Litauen? Ich hasse einen Hogi. Ich hasse einen Hogi. Hörst du, hörst du mir zu? Jetzt kommt eine lustige Information. Für dein, für dein Vokabelheft in Litauen. Oh, also, auf Litauisch heißt Harry Potter Harry's Potaris. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hab Essen gekriegt. Ja, ich schwör's dir. Das ist wirklich so. Liebe, Harry. Oh nein. Harry's Potaris. Wunderschön. Hm. Super lustig. Ich hab mich jetzt warten. Harry's Rabottis. Zacken Rabottin. Schmecken die lassen. Wie die da jetzt hockt, ey. Was ist mit dir? Ey. Ich hab ihm ja gerade schon was gegeben. Weil, lass um, was gucken gehen. Da ist doch keiner mehr. Ich trau mich. Ach, sind die schon umgezogen oder wen? Ich geh mal gucken, ob da jemand ist. Nina? Ich glaube, du solltest das wirklich nicht machen. Ja, uns ist die Kontaktlinse rausgefallen. Ich hab die EU-Frau da vielleicht. Wo die Kontaktlinse? Na, pink. Na, da. Hä? Stimme kommen kann. Du, das hab ich nie in den Raum gestellt, ne? Also, was soll das? Hä? Ja, brauchst du mir jetzt hier nicht so anschein. Ja, hihihi. Scheiße, was ist der eigentlich noch los? Ja. Und den Scheiß, äh, was? Um die aus der Scheiße zu holen, oder was? Ist die jetzt nicht so? Du hast die doch angezeigt. Wer hat denn deine Rihanna angezeigt? Nina, Nina. Geh mal vor zu Mary, dann kannst du es nicht sagen. Der weiß war das. Wer hat die angezeigt? Okay. Was hat der denn gesagt, dass du dich da erpresst gefühlt hast? Er hört nicht auf, ne? Scheiße, ich hört ihn gar nicht. Ah, jetzt! Er hat mich gar nicht aufreden lassen, sondern er hat gesagt, entweder ich mach jetzt eine Aussage gegen Ariane oder ich geh in Knast. Dann hab ich gesagt, wenn ich jetzt Ariane verrate, also nicht Ari, dann mach Ari, der wusste ja nicht, dass die Ariane heißt. Ich sag, wenn ich meine Freunde oder meine Bekannte jetzt verraten ist, dann hat er gesagt, ich geh um. Und dann hat er gesagt, das ist mir egal, entweder bring ich dich um oder es geht nicht nach. Er hat gerade gesagt, dass wir hier weiter weg sind. Und dann hab ich gesagt, wer soll dich umbringen? Ariane? Was soll ich um? Die hat mir mit dem Brot geboten, wenn ich die verrate. Oh Gott, da faucht es aus ihr raus. So kalt, was? Gehen Sie bitte nicht weg, wenn Sie weg sind. Gehen Sie bitte weg, wenn Sie weg sind. Gehen Sie bitte weg, wenn Sie weg sind. Gehen Sie bitte weg, wenn Sie weg sind. Aber wenn er mich die ganze Zeit mit Knast geboten hat, weil ich hier angeht, dass ich irgendwas mit Minderjährigen hatte, das hab ich nie erzählt, dass ich jemand mit Minderjährigen hatte. Ja, das hätte man ja klären können, muss man ja nicht gleich irgendjemandem anzeigen. Hä? Was? Hä? Dann hat er ja jetzt weiß und gesperrt. So, was ist denn dann passiert? Genau, was war denn da ein Papplut? Dann? 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 Ich bin viel zu schön für das Krängnis. Was hast du denn in dem Moment erzählt? War ich stark. Nina, bin ich nicht gut. Ich kann meinen Namen gar nicht kennen. Boah, der hört mich auf zu sehen, Mama. Nein, nein, nein. Das ist mein Meister auf jeden Fall. Sagst du nichts zu? Mal ganz ruhig hier. Was soll ich dazu sagen? Moment, Sonny, ich muss gleich zurück, einen Momentchen. Gleich, einen Moment. Soll ich vielleicht das sagen, was ich zu ihr gelassen habe? Ja, sag doch mal, was du da gesagt hast. Warum hast du auf die Presse bekommen? Also, die, wie gesagt, Frau Mary heißt die, die hat mir dann gesagt, ich bin bloß, ich bin bloß. Soll ich jetzt die Presse halten, und die hätte ich jetzt hier mal mit der Ansage gemacht? Dann habe ich die mir zugehört, keine Ahnung. Nein, nein, nein. Nein, die macht extra für mich aufmachen. Warum ist das nicht? Warte, die macht extra für mich aufmachen. Ach, ihr könnt mich mal. Das ist gelobt. Du bist bescheuert? Kannst du mir einfach irgendjemandem darüber sagen, dass der dumm ist? Gut, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich ohne Waffen angesehen. Jetzt habe ich gesagt, dass er dumm ist. Das hast du gerade gesagt. Äh, das ist eine Aussage, die sagt, dass Mary dumm ist. Wieso? Hörst du dir selber nicht zu, oder was? Wir haben scheiße nicht gut genug. Ach, aber was ist passiert, was das für Gewalt tut? Ach, was du noch machst. Was hast du denn geschlagen? Ich habe auch nicht geschlagen. War nicht eklig in meinem... Weißt du auch nicht, ne? Ach, war verdammt. Ich weiß noch, was für Aushalt ihr bekommen. Ja, wenn man hier Frauen kann, die Scheiße von sich gibt, ist das doch logisch. Wenn man hier da anfängt so, ich bin im Kampf des Wissens ohne Waffen angetreten, hast du dir sozusagen gesagt, dass sie dumm ist. Ich habe keine Ahnung, so viele Spucke wie mir da entgegenkommt, da kann ich gar nicht richtig zuhören. Ja, richtig. So. Ja, richtig. Ja, richtig. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe dich gerade gar nicht erkannt. Ich muss jetzt leider ganz schnell los. Bist du hier gleich auch noch da? Ja, ja. Ich bin noch ein bisschen hier. Alles gut? Ja. Ich wollte auch gar nicht lange stören. Nein. Ich wollte nur einmal fragen, ob du etwas von Melody gehört hast. Melody ist... Ja. Ich weiß selber noch nicht genau, was mit ihr ist, aber sie kommt wohl nicht zurück. Sie ist weg. Aber ihr geht es wohl gut. Mehr weiß ich leider auch nicht. Sie hat sich bei mir nicht gemeldet. Ja, bei mir auch nicht. Ja. Es ist schön, wenn es ihr gut geht. Ja. Das ist die Hauptsache. Das war bei mir auch die Hauptsache, deswegen habe ich mal nicht weiter nachgefragt, weil das schien alles so mysteriös und geheimnisvoll. Ich... Ja, ja. Hör zu. Ich muss wirklich flitzen. Ich bin gleich auch wieder hier, ja? Ich spreche dich gleich noch mal an, ja? Ja, gerne. Ich stehe oben mit meinem Arbeitgeber. Nein, dein Arbeitge... Jot. Ja, der oben. Der da oben... Von Fuchs zur Wiese. Warum sieht ihr denn so gruselig aus? So einige Scheiße. Ich bin jetzt voll erschrocken. Naja. Für das Aussehen kann man ja nichts. Ja, der guckt trotzdem ganz... Man sieht ja gruselig aus heute. Okay, ich muss dann los, ja? Ja. Lass dich nicht aufhalten. Nein. Pass auf dich auf, ja? Ja, du auch. Bis gleich. Bis gleich. No. Oh. Warum? Warum denn er? Warum? Ist dieser Typ von den Henker-Typen-Dings da. Ariane kennt ihn noch nicht. Da darf man nicht, ähm... So. Okay. Dann gucken wir mal... Wo wohnen wir denn? Wir wohnen da. Hä? Wieso weiß ich denn, wo das ist? Hä? Oder vielleicht sogar hier müsste es sein. So, Leute. Puh. Und? Interessant eigentlich, ne? Was jetzt alles... Kommt jetzt! Ich kann's mir denken, aber ich weiß es nicht. Ich liebe Daisy. Ich will sowieso der Stammkundin sein. Frag nicht wegen dem blauen Rock. Ariane, frag nicht wegen dem blauen Rock. Oh. Entschuldigung. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Es ist nicht einfach. Ich muss jetzt einfach das nicht gleich überkommen werden. Ich will jetzt einfach mal kurz noch ein bisschen finden. Hier. So. Ich weiß nicht, wie viel wenn ich nicht mehr kriege. Oh, aber hier, 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 hier. Das ist die falsche Seite, ne? Das ist doch nicht wahr. Immer die falsche Seite zum Schaum. Ah, ja! Da, wo der Geldautomat ist. Guck mal, wie ich mir selber schon nicht mehr, wie ich mir selber nicht mehr traue. Echt, die ganze Zeit dachte, ich habe irgendeine Bestellung gemacht und schon wieder vergessen. Das sagt einfach schon alles. Und das ist nicht Ariane, das bin ich. Ja, echt? Habe ich eine Bestellung gemacht? Oh. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Wer war nochmal der, wer, diesmal war es Alex, ne? Schreifehler. So, jetzt die andere Seite. Ah, hier, hier. Ah, ja! Ach, mein neuer Lieblingssort. Ach, das finde ich wunderschön. So. Ich habe das schon hier. Okay. Du nimmst das jetzt. Ja. Und, warte mal, was ist das da? Ich bin so aufgeregt. Ja. Das da, hast du die Hände frei? Oh mein Gott, ja. Was da noch? Nein! Nicht gucken. Einfach Augenzone anziehen. Okay. Ich habe auch noch was. Aber in dem Kleidkopf will ich. Okay. Ich habe auch was. Oh mein Gott! Nein! Wir haben die Schuhe im Dingenskauf. Die Leopanen. Die Schuhe, die haben wir leider nicht mehr. Ich bin so nervös. Ich muss tatsächlich erst mal ganz kurz was essen. Kennen. So. 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 Bin ich aber gespannt. Oh mein Gott. Was tust du? Oh. Meine Güte! Meine Güte! Ich bin Philipp, habe ich auf seinen Sack und eine Hose. Oh Gott, jetzt brauchen wir aber eine Motto-Party. Ja. Am Samstag ist eine Bad Taste-Party. Wo genau? Sonst machen wir einfach so im Bahamama-Mamas. Oh mein Gott, ich hoffe ich... Sonst machen wir einfach so ein Rudel. Wir sind jetzt ein Rudel. Wir sind... Ja. Miau. Das kann ich doch nicht. Ket, ket. Ruh. Ruh. Ja, das geht noch mal um. Ja, uh. Das zählt noch mal auf. Das war eine rollige Katze. Ja. Vielleicht wäre ich gleich auch rollig, wenn ich mir das hier so angucke. Ach, wenn ich mich die ganze Schaude auch. Boah, wie cool das ist. Ich wusste gar nicht, dass es... Ich muss sagen, ich finde den Rock jetzt gar nicht so Bad Taste-mäßig. Mein Güte. Also ich meine, so hässlich... Oh mein Gott, das passt alles zusammen. Das passt wirklich alles zusammen. Dass sie gut dominieren. Ja. Das ist schön. Als Philipp mir geschrieben hat, das mit der Bestellung, da habe ich ernsthaft gesagt, ach so, ja, dann habe ich wohl wieder was bestellt. Ja, kann ich mich gerade nicht daran erinnern. Ich hole es auch mal ab. Ich habe da so ein schönes blaues Oberteil mit einem roten Gürtel und ich habe eine Dame gesehen. Ich habe da auch einen Rock. Genau. Ja. Habt ihr den schon völlig hier? Also... Warte. Also das Oberteil nicht, das gibt es bei Porn und Nies, aber ich schaue mal hin. Genau, das Oberteil habe ich schon. Wie kann ich das bitte? Wie kann ich das bitte? Da! Da! Hier. Super. Ist da auch 70 Dollar? Ja, 70 Dollar. Okay. Das Leo geht auf mich. Oh, Dankeschön! Ach, alles gut. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Was sieht so gut aus? Ich lasse das jetzt auch erst mal an. Ich auch. Mal gucken, ich bin im Auto von... Die steht aber auch wirklich von dampf gut. Ja, da stehen alle Enghosen. Ich guck dir meinen Hintern an. Genau, ich wollte gerade fangen. Ich wollte es nur nicht so unnötig sein. Uh. Ja. Warst du schon mal im Alice? Stimmt, ne? Ja. Und da ist dieser eine Kellner. Der ist Finley. Kennst du den? Hat der so eine Locke an den Haaren oben? Ist das so ein Hübscher? Ja, so ein Blonder. Ja. Ja, so ein Hübscher. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, sag ihm, er muss eine Gabel aufrufen. Er muss eine Gabel? Dann macht er nämlich... Dann macht er... Oh, da ist eine Gabel runtergefallen. Oh! Gib die dann mal auf! Oh! Ich habe die Kontaktlinze da vorne verloren. Ja. Warte. Ida? Uh! Ja! Guck mal, da hinten liegt meine. Ja, okay, das wird jetzt nicht toll aussehen. Und auch. Das wird echt gut. Oh, warte, mein Telefon. Oh nein. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, schon wieder! Wer denn? Jetzt ist es... Hey, kann ich dich gleich zurückrufen, Fee? Ja. Okay. Oh, bei dir ist das immer super einfach. Oh Gott, Herr Weiß, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Oh Gott. War er eigentlich heute hier? Ich weiß gar nicht. Er muss immer noch seine Sachen abholen. Ach ja, stimmt. Ja, das... Ja, falls ich den gezwungenermaßen sehe, ich muss gleich eh nochmal zum Pidi, kann ich Ihnen dann Bescheid sagen. Warte mal, ich guck mal kurz nach und wenn du ihn siehst, muss ich beschweren. Okay. Jetzt komme ich mit, aber das will er bestimmt nicht. Auf dem Popo. Da! Hat er nicht abgeholt. Hat er nicht abgeholt? Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Den er weiß. Ich höre auch nicht. Ich habe gerade sowieso so ein bisschen... Ja, aber wenn ich den sehe, der sieht aus wie ein Mann, der in Parfüm badet. In Parfüm? Also ich habe nicht an ihm gerochen, aber er sieht aus wie ein Mann, der in Parfüm badet. Ich finde, er sieht aus wie so ein hagerer Haken. Ich weiß nicht, wieso ist das erste, was mir eingefallen ist. Weil er wirklich sehr hager ist. Hager? Mhm. So ein bisschen wie so ein... Ein Lauch. Wie so ein Haken. Ja. Oder genau wie... Oh, da muss ich mich aber erstmal entspann hier. Oh meine Güte. Boah, ich danke dir. Das ist ganz schön. Oh Gott, die nächste Bad Taste Party kann kommen. Aber trotzdem, ich würde... Meinst du, der ist gerade am PD? Der müsste am PD sein. Meine Freundin Fee ist Rekordin. Ja, mach das. Der gibt es jetzt auf die Straße. Oder will ich jetzt dabei sein? Gut. Treffen wir uns dann beim PD? Sehr. Ja, können wir machen. Aber wir müssen so bleiben. Ich bleib so. Ja gut, ich auch. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe... Das fühle ich heute. Warte, ich muss aufschließen. Ja. Ich gehe in die Scheibe. Oh. Oh. Okay, gut. Der lange Abend des Gesetzes. Ja. Gott sei Dank habe ich die Hose. Ich muss nie hier mitfahren. Ist das deins? Ja. Also ich habe noch vier weitere Autos. Meine Güte, da werde ich zu Schnecke. Okay, ich fahre. Ich sammle schlechte Autos. Du sammle schlechte Autos. Guck mal, der da hinten ist auch noch meiner. Der blaue. Der hässliche. Ja, der sieht ja ganz... Ja, was soll ich denn... Ach ne, warte mal. Ich bin ja gar nicht mit meinen da. Ja, das ist der von Dary. Das ist eigentlich ganz schön. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, wir müssen jetzt die mal verprügeln. Ja. Ja. Frau Barns, was haben sie da an? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt haben wir wirklich... Jetzt haben wir... Wow. Jetzt haben wir wirklich was im Schrank, was halt echt... Ganz furchtbar nicht ist, aber ich liebe es, ey. Oh mein Gott. Irgendwo, ich muss gleich am Koffer... Am Kofferraum übrigens, ne. Die ist super. Boah, ja. Ich mag die auch voll. Mir egal, was das für den Charakter ist. Ich habe, wie gesagt, keine Meta-Impfung, ne. Aber ich finde sie... Auch wie sie jetzt sehr cool weggefahren ist, es ist alles schon so. Ja. So wird Ariane niemals sein, tatsächlich. So kann ich Ariane niemals spielen. Voll schade. Motorrad, ja. Die wäre wert für Ariane gewesen. Aber es gibt nur The One and Only. The One and Only. Es ist so gut einfach. Also ich brauche mehr Bier, glaube ich. Ja, es ist so gut. Was ist mit euch los? Der Aufspiel ist wirklich der Hammer. Oh Gott. Ich brauche Phil... Was hat sie für Philipp? Leute, was hat sie nur für Philipp? Überleg mal. War ich hier richtig? Ja, geht schon. Sie hat ja gesagt, schade, dass Philipp nicht dabei ist. Was hat sie für Philipp zur Hölle? Philipp, warum bist du heute nicht da? Oh, kein Fahrradfahrer nix. Okay. Kein Fahrradfahrer nix. Oh Gott, der blaue Rock. Das ist jetzt gerade auszusehen. Der ist einfach da so... Der mit Kirschlikör noch. Warte. Ich schluss nicht. Wie geht's mit mir? Warum? Was? Was? Dass ihr alles Oh, einfach Ariane, ja. Oh Gott, du bist in Ordnung. Das wäre wieder so sehr frau. Da versuche ich mit Ariane mich so voll zu benehmen einfach. Gerne. Ich bin beim Piggy. Hab da gleich noch was zu tun. So, da bin ich. Ist ja nicht unangenehm zum Laufen, der Rock? Ja, ein bisschen, aber ich kann ziemlich gut auf hohen Schuhen rennen. Kann ich wirklich? Ja, das kenne ich. Darin habe ich Übung. Ich auch. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Doch nicht, wir gehen mal da rein. Okay. Mach das. Von wie aus. So lange es nichts illegales ist. Äh, ja auf jeden Fall. Okay. Okay. Ich habe so Gutscheine, die bringe ich immer ganz gerne in Umlauf. Da schreibe ich dann immer lustige Sachen drauf. Oh je, okay. Ja, das... Oh nein. Das war ganz freinlich. Der saubere Glasscheine. So. Oh, da vorne ist Brian. Hallo. Ähm, Mr. Weiss im Haus. Was bräuchten sie denn? Ich habe was für ihn, was er bestellt hatte. Daisy Cain von Aphrodonis, hallo. Nein, also sie kann schon bei Skinner sein, wenn sie es ist, aber trotzdem... Das ist ja... Für mich ist es immer noch so ein bisschen... Ja, ich könnte mal nachfragen. Man will ja nicht sofort vergraulen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ja? Marianne, sonst fährt der Leopard die Krallen aus. Boah, ich hätte ja richtig Angst vor dir, wenn ich er wäre. Ich hätte auch Angst vor mir. Abend. Abend. Hallo. Kann man den beiden Damen noch helfen? Was soll denn das heißen? Nein, nein. Ich wollte gerade den Feierabend, deswegen fragen... Kann ich ihn noch helfen? Mir ist nicht mehr zu helfen. Nein, äh, ich bin... Entschuldigung. Warten Sie, wie heißen Sie? Vorn. 43. Warten Sie. Sie kriegen was. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott, ich bin schon wieder so neugierig. Doch. Doch. Bitteschön. Ist was Kleines. Dankeschön. Wir können sie einlösen bei einer Frau ihrer Wahl. Nein. Ich glaube, das finden meine Freundinnen nicht so witzig, aber trotzdem. Sie können sie auch bei ihrer Freundin einlösen. Das ist tatsächlich eine gute... Nein, ähm... Kann ich Ihnen helfen? Äh, wir warten. Wir warten. Darf ich nichts zu sagen? Dann würde ich Ihnen noch einen schönen Feierabend. Äh, schönen Feierabend. Danke. Ich muss wirklich aus dem Feierabend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihnen auch. Tschüss. Ja, tschüss. Du schaffst es ja ganz schön, die Männer nervös zu machen. Was? Das war noch gar nichts. Oh! Kann ich noch besser, aber dann sagt man wieder, Daisy, die geht immer so ran. Aber warst du liiert oder was? Wie war das jetzt? Also ich, ich bin quasi noch verheiratet. Hast du auch... Auf dem Papier, aber... Ah, okay. Aber du hast jetzt keinen, keinen neuen oder so? Ne, noch nicht. Ah, okay. Das ist jetzt schwierig. Hm. Ja, es kommt also... Also 0850? Ich mag 0815 Männer nicht. Hm. Ich überleg gerade, 0815 kenn ich... Ich finde ja nicht alle besonders, aber irgendwie... Ich weiß, was du meinst. Alle auf ihre Art besonders. Alle auf ihre Art, ja. Also ich nehme auch nicht nur Männer, so ist das nicht... Ja, Dito. Aber... Du hast ja schon... Ich bin ja sehr glücklich auch. Reicht auch. Echt? Hm? Ist der nicht ein bisschen langweilig? Nein, gar nicht. Oh, okay. Der kann ganz schön lustig sein. Ich glaube für andere kommt der ziemlich langweilig rüber. Er hat mal über meine tote Katze gelacht. Was? Ja. Okay. Okay. Ja. Ich hab da bei euch beiden jetzt mal nicht mehr nachgefragt. Das erste, als sie meinte, hattet ihr was miteinander? Nein. Echt er nein? Wir waren mal wandern. Wir waren mal wandern. Okay. Ja, und dann hab ich ihm von meiner Katze erzählt. Ja. Überfahren wurde und ihn vom Straßenrand abkratzen musste und dann hat er gelacht. Hat er dir nicht richtig zugehört? Ja, doch. Achso. Hä? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Der fand das wohl lustig. Den fanden wir noch. Ich kann mir das wirklich absolut nicht vorstellen. Ja, was machst du denn jetzt? Larry, Larry? Hm? Ja, mein Kater, Larry. Dein Kater hieß Larry? Ja. Okay, ja, dann weiß ich jetzt, warum er gelacht hat. Ja, aber doch. Das ist nur ein Name. Ja, ich weiß. Kann ich dafür, dass er heißt, mein Kater? Ja, ich weiß. Du hast doch mal klauschen. Er wusste, er konnte sich jetzt nicht direkt erinnern. Ich glaub, das hat ihn ein bisschen Bummer gemacht. Ja, ich sah damals noch ein bisschen klauschen. Das sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Ich brauche noch ein bisschen anders aus. Vielleicht ist es dann einfach irgendwann nochmal von deiner Katze und guckst mir, wie er reagiert. Oh Gott. Mein letztes gefragt, ob wir ein Pferd anmelden können. Warte mal, er hat das gefragt? Ne, ich hab das gefragt, ob wir ein Pferd anmelden. Ja. Herr Weiß hat gesagt, es geht um es mal einen Anzug, weil ja, wenn ja, dann sollen sie mir den gerade bitte aushändigen. Ich bringe ihn nach oben auf die drei. Ich habe die Erlaubnis von Herrn Weiß. Baut er sich nicht? Ich weiß es nicht. Also. Die wirken jetzt nicht gerade einschüchternd, also. Nein. Ich bin ein wilder Leopard. Achso, ja. Ja, stimmt. Ihr Outfit sagt dies, ja. Ja, ganz gefährlich. Ja. Ganz gefährlich? Oh. Okay. Dann muss ich natürlich aufpassen. Ja. Ich glaub, sie haben die andere frei. Ich schulde mir dann aber noch Geld, ne? Ich habe hier noch zwei Sachen. Oh, Sekunde. Sekunde, ich gebe gerade meinen Kollegen. Moment. Traut sich nicht. Natürlich traut er sich nicht. Unserem Mädchen. Mhm. Bestimmt noch im ganzen Parfüm. Es wäre so schön peinlich, wenn er jetzt hier doch durch Zufall vorbeikommen würde. Weißt du, wie ich dem das erste Mal begegnet bin? Nee. Was sonst? Sag ich dir gleich. Das dann noch. Das dann noch. Okay, entschuldet er mir trotzdem. Okay. Der soll mir sagen, was er davon behält und was nicht. Okay. Okay, so. Mhm. Und dann soll er ihm das geben, überweisen, oder soll ich das mitbringen, wenn es mir gibt? Wir hätten sie's gern. Nee, kann doch was denn? Ich krieg das Geld irgendwann. Okay. Der weiß doch, wo wir sind. Ich richte ihn aus. Der kommt halt nur nicht vorbei. Okay. Alles klar. Der ist Lagerpflanzen. Ich sag's ihm. Gut. Okay. Sonst fahr ich die Krallen aus. Okay. Alles gleich. Ich sag's ihm. Ja. Ja, was würdest du gerade sagen? Ach ja. Ich war drei Tage im Start. Ja. Stand oben am Alice. Wahrscheinlich zufällig neben dem. Und dann kam da so ein Biker und hat ihn mit zu sich geschlagen. Denn er weiß. Und das war meine erste Begegnung mit ihm. Oh, schön. Ja. Ja, das fand ich auch sehr schön. Zeichnen. Äh. Ist bei mir in meiner Erinnerung geblieben. Hat das jemand vielleicht gefilmt? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich kannte den, der das gemacht hat. Oh, das hat's überwunder gegeben. Also später, weil ich war ja dann später auch bei dem Balkan. Ah. Halte ich dich von irgendwas ab? Ja, ich muss tatsächlich gleich. Ja, dann. Nee, ach, alles gut. Ich muss, äh, ich krieg Klamotten gleich, ähm, von einer alten Freundin wahrscheinlich. Da soll ich mal was durchgucken. Ich weiß, ich hab ja auch noch so zwei Säckeklamotten von mir aus dem alten Schrank, also. Ja, die Sache ist, ich hab auch einen ganzen Rucksack voll. Der wird aber geklaut, den hab ich, Larry wird ausgeraubt, da waren die Klamotten. Ja, blöde Sache. Du kannst dich gerne nochmal bei mir melden, dann geb ich dir, äh, die zwei Kartons auch nochmal zum Durchschauen. Ja, da bin ich da sowas von dabei. Ich bleib trotzdem deine Standkundin. Das find ich gut. Ja. Vielleicht, vielleicht hören wir das mal mit dem in die Fresse nochmal nach. In die Fresse mit der, also mit der... Ja. Ich hab den letztens eine reingehauen. Das ist das letzte Mal wahrscheinlich. Ich bin mit denen in meinem Schlafzimmer, weil wir... Ne, warte, ich muss das alles erzählen, ich muss das alles erzählen. Moment, Moment, Moment. Also wir sind... Arianna! Nein, 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 nein. Nein, hör zu. Wir hatten... Wir hatten... Der hatte die Polizist, der hatte sich selber eingeladen bei mir zuhause, um so einen Lesezirkel irgendwie zu machen. Das klingt ja nach ihm. Ja. Und er meinte, er meinte... Ja, der hat echt ein bisschen gestattert dabei. Er meinte zu mir, dass, ähm... Ich krieg 400 Dollar, wenn ich bei mir den Kühlschrank voll mache. Und die Leute es bei mir machen dürfen. Und ich hatte... Ich hatte meinen Kühlschrank schon voll, hatte nur ein paar Zutaten da, ein paar Brötchen gemacht, hatte 400 Dollar angenommen. Und, ähm... Dann hatten die da so rumgelesen und er wollte... Einen Henker einladen, den ich nicht so sympathisch finde. Jetzt zu mir nach Hause. Lass uns vielleicht mal... Ja, ja, ja. Warte. Scheiße. Diese Tür. Sehr gut geputzt. Naja... Auf jeden Fall, ähm... Hab ich die ganze Zeit gesagt, nein, nein. Und dann war da großes Gelächter. Dann hab ich gesagt, jetzt kommen Sie mal bitte kurz mit. Ich will mal einmal mit Ihnen reden. Sind wir ins Schlafzimmer, fing er an sich auszuziehen. Was? Also erst das Oberteil, ja. Und dann hab ich gesagt, Herr Weiß, reißen Sie sich zusammen. Hab den voll einige Zimmer so richtig fett in die Fresse. Und er ist richtig schön weggeflogen. Das war die schönste Sache, die mir seit langem mal hier passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so toll aussah. Er war so harger, ich sag's ja. Stell dir vor, du hast so ein Brett mit ein paar Einkärbungen und zwei kleinen Nippeln dran. Also ich stehe eher so auf, ähm, so muskulösere Männer. Ja. Ja, ich... Männer, die härter drauf sind. Ich tatsächlich nicht so. Ich denke mal, das sieht so aus, als hätten die Tumore unter der Haut. Ich bin ganz komisch. Also... Also... Ich kenn da... Männer. Mhm. Gut aussehende Männer. Und... Auch vom PD, und die kommen ja immer in meinen Laden, um sich Sachen zu kaufen. Die ziehen sich immer von mir aus. Uuuuh. Da sind ein paar sehr gut aussehende dabei. Ich finde nicht, dass das aussieht wie Tumore. Ja, ich hab da so ein ganz... Ich weiß nicht. Ich bin immer so... Ich mag tatsächlich ein bisschen Bauch rein. Ja, der Lehrer hat doch auch keinen Bauch. Ein ganz... Ganz kleines. Ich sag ja, der Kühlschrank ist immer voll... Ja, in einer Beziehung, da nimmt man ja immer automatisch so. Mhm. Ja, scheiße. Außer du, du siehst ja super aus. Oh, dankeschön. Naja, ich hab auch ein bisschen zugenommen. Was ist wo denn? Ja, so ein bisschen... Guck mal. Ich hab ja grad den Spiegel bei dir geguckt. Mein Hintern ist ein bisschen breiter geworden. Ja, aber das ist doch... Das ist doch gut. Ja, ich find, der sollte mehr rauskommen. So richtig... Weißt du, wenn ich zum Beispiel eine enge schwarze Hose trage, dann denk ich mir immer, ich möchte, dass jemand denkt, das ist ein richtig geiler Nagritzarsch, da will ich ein Stück rausbeißen. Jetzt, dass man dir eine Hintern beißt. Natürlich nur... Natürlich nicht echt. Also... Also... Schade, okay. Also kommt drauf an wer. Ich bin in der Beziehung. Natürlich, wenn der was macht, wäre der natürlich okay. Und so. Ja. Okay, ich sollte dann mal... Ja, schade. Gut. Der ist mir wirklich ganz warm. Ich sollte dann jetzt mal wirklich langsam... Das zieht die Jagd aus. Okay. Vielleicht mach ich das gleich auch. Ja, aber dann bin ich ja nicht mehr da. Oh mein Gott. Warte ab, ich brauch den Rock wahrscheinlich noch mal in einer anderen Farbe. Ich bin bei Firmladen. Ja, in ganz vielen. Ja. Hab ja schon fast alle. Ne, wirklich jetzt. Ich hab den jetzt in blau, schwarz und weiß. Habt ihr den in noch mehr Farben? Ja. Scheiße. Gut, dann werde ich mal... Mach mal um den Papagei dann. Ja, gut. Bevor ich den doch noch ausziehen will. Okay. Muss auch in die Richtung. Das ist komisch, wenn wir uns jetzt sagen. Ach ja, stimmt. Das können wir jetzt noch nicht machen. Ja. So kann unangenehm mal sowas. Ach. Sagt man tschüss und dann geht man da noch eine halbe Stunde miteinander. Mhm. Ist mich ja schon... Ist nicht aggressiv. Ist mir ja schon öfters passiert tatsächlich. Ja, deswegen sag ich gar nicht tschüss. Außer ich leg... Außer beim Telefonieren sage ich immer tschüss und leg aufbefreund, wer was anderes sagen kann. Das passiert mir immer aus Versehen. Das hab ich immer so schlecht gewissen. Mach ich um Dominanz zu zeigen. Das ist da jetzt anpinkeln, einfach auflegen. Das ist da jetzt was? Ich fühl... Ich fühl... Ich fühl diesen Leoparden einfach schon zu sehr. Sorry. Okay. Wartest du? Ich parke da hinten, parke ich. Wohin? Ach da. Okay. Ich gehe jetzt auf die andere Straßenseite. Okay, ich muss noch hier lang und dann irgendwann rechts. Ja. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Und Philipp muss sich melden wegen dem Anzug. Ja, ich bin die ganze Zeit, die haben mir überlegt. Okay. Ich sag Ihnen auf jeden Fall, ich sag Ihnen gleich Bescheid. Ich habe ihn auch schon geschrieben. Weißt du was ich schreibe? Ich habe ihn jetzt, wenn ich gehe? Ich habe ihn auch schon, aber der... Oder hat er mich schon geantwortet? Nee. Ich muss es gleich ein Telefonat führen mit einem Polizisten, mit einem Gember, der mich gerade fahrt, warum ich das dann hab. Mit ganz viel Fragezeichen. Weil sie stand eben gerade, als ich auf die Warte habe, stand ich und er hieß, Hallo Miss Kane. Als wäre es schon normal, wenn ich so rumlaufe. Oh. Ja, toll. Bei mir fragt er. Ja. Du siehst halt immer so gut aus wahrscheinlich. Jetzt hör mir aber auf. Ja. Kann ich jetzt zurückgehen? Ich muss ja mal Leuten Komplimente machen. Ja, ich auch. Ich leider auch. Aber ich kann nicht damit umgehen, wenn ich welche bekomme. Achso, ja dann mach ich das bald ganz oft. So, rock doch in verschiedene Formen. Du gehst jetzt da lang. Okay mach ich. Bis dann. Geh da lang. Tschüss. Das ist ein lustiges Flirten. Es ist kein richtiges Flirten. Das macht sie nicht. Ich hoffe, dass... Oh mein Gott, sie wäre so perfekt gewesen damals, als Ariane noch so richtig krass rangegangen ist. Hm. Ja, die ist sehr witzig. Aber tatsächlich redet sie auch genauso wie mit Philipp zum Beispiel, wie sie mit Ariane redet. Das Ding ist schon okay. Ah. Ich habe ja damals beim Dingens... Wo war das? Beim Elis habe ich ja gesagt, boah der Charakter sieht so gut aus. Fand ich Ariane direkt wieder nicht so gut aus. So. Im Auto werden wir mal den Gamble jetzt gleich zurückschreiben. Was hast du da an Ariane? Oh schön. Nein. Ariane verlässt Kinder niemals. Niemals. Es sei denn, natürlich, es passiert ihrem was Schlimmes oder so. Aber nein. Ich glaube, ich glaube und das ist jetzt, wie gesagt, im RP kann alles passieren. Ich glaube, sie hat eben Soulmate gefunden. Wie gesagt, es kann alles passieren. Vielleicht funkt ja wirklich irgendwann mal jemand dazwischen. Oder der Walter weiß, der kriegt irgendwie... War Oma gerade noch da? Nee. Nee. Der kriegt es irgendwie doch noch hin. Ich habe keine Ahnung. Aber selbst da hoffe ich natürlich, dass es nur temporär ist. Weil das immer sehr, sehr witzig ist. Das wäre aber auch ganz witzig tatsächlich. Aber ja. Hm. Das Einzige, was mir natürlich Sorgen gemacht hat, ist das mit den Gefallen. Weil ich weiß natürlich noch nicht, wer, was und so. Aber das ist halt so. Im RP kein Meter, ne? Ich weiß halt viele Sachen nicht. Ähm. 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 Ich bin eine Raubkatze. Nee, ich musste keine, keine, keine Aussage, keine Aussage machen. So, was war... Scheiße. Ich habe vergessen, was ich jetzt machen wollte. Ich würde gerne zur Oma später noch. Reden sie nicht mehr mit mir. Ich war gerade im... Ich war gerade im Gespräch und bin immer noch nicht wirklich cool mit dem, was sie gesagt hatten. Ich würde... Ich hätte mir... Ich hätte mir eine Entschuldigung gewünscht, weil es mir wirklich beschissen ging, den Abend. Scheiße. Äh. 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 Weiter ist wirklich, wirklich nett. Ja. Total. Bist du fertig mit dem Gespräch? Philipp? Philipp? Jetzt musst du etwas abholen beim Laden. Un... Warte mal. Unbedingt. So. Ich muss jetzt noch auf Toilette wieder. Was... Mach... Was machst du? Ich hätte jetzt kurz Zeit. Ich bin am Pidi. Es muss unbedingt jetzt sein. Es muss unbedingt jetzt sein, einfach. Es muss jetzt sein. Oh. Ja, hallo? Äh, Ariane? Baby! Ich bin ein Lampardenwerfer. Ich will das Bruder aufgenommen werden. Bitte was, Amy? Nochmal? Es... Es ist Rudel aufgenommen werden. Hast du getrunken? Äh... Vielleicht. Oh. Du willst ins Rudel aufgenommen werden? Dann... Ja, ja. Dann sag das... Hast du... Dann sag das doch mal, Daisy. Ich glaube, das ist bestimmt ein großer Spaß. Daisy hat gesagt, es soll dich anrufen. Oh. Ach, du bist gerade ja dann so... Von mir aus? Äh, gerne. Komm ins Rudel. Ja. Juhu. Ich bin Teil des Rudels. Juhu. Ein Teil des Rudels. Juhu. Kannst du denn noch... Juhu. Kannst du denn noch... Rrrr. Was sagen? Rrrr. Ja. Das müssen wir wirklich alle perfekt... Das war jetzt aber ein Pups. Ach so. Kein Pups. Also eher so ein... Na... Genau, genau. Rrrr. Ja. Okay. Wo bist du denn? Wo bist du denn gerade? Ich bin mit Lolitas. In Lolitas? Okay. Dann, äh... Aber fahr nicht unter Alkoholeinflussauto, okay? Nein, nein. Das mach ich nie. Ich hab immer ein Taxi an meiner Seite. Okay. Passt auf dich auf, ja? Ja. Ich muss hier gerade noch gleich ein ziemlich unangenehmes Gespräch wahrscheinlich führen. Oh nein. Ich, äh... Ja, dann, äh... Ich würde... Also der Philipp kommt ja wahrscheinlich auch ins Rudel. Da freu ich mich schon drauf. Oh, sag ihm das. Ja, super. Okay. Dann, oh Gott, ich krieg eine Nachricht. Dann, Amy. Oh Gott. Pass auf dich auf, trink nicht zu viel, ja? Ja. Ja. Pass auf dich auf. Ja. Das Gespräch wird nicht so unangenehm. Tschüss. Ja, hey. Tschüss. Voll besoffen. Also, ne? Fee, 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 Fee. Hi. Hey, Fee. Wer weiß, will sich gleich mit mir treffen? Was ist da los? Oh Gott. Na schön. Brauchst du Unterstützung? So moralische? Na, ich glaub, du willst mich mit mir alleine treffen. Ich hab gesagt, ich möchte eine Entschuldigung für das, was da passiert ist. Aber ich wette mit dir, das wird dir nen Scheiß. Ich bleib die ganze Zeit bei meinem Standpunkt, der wird mich heute so hassen. Wo bist du gerade? Okay. Beim PD, ähm, ich werd gleich rausgelassen und muss gleich, äh, Dinge tun. Heier? Dinge tun? Was Schlimmes? Nein, alles gut. Ich bin grad auch beim PD, weil ich hier anscheinend nicht wegkomme. Ich ruf dich gleich zurück, tschüss. Okay. Alter, ich hab was zu trinken. Ich, ich bleib einfach in den Klamotten, es wird's scheißegal. Boah, ich nehm den, ich nehm den weiter einfach mit zum Dieter Spa. Das wär so lustig einfach, wenn sie auch da ist. Was? Ich hab mir kurz was zu trinken. So, Nina mal anrufen. Oh, uah. Hallo. Hallo, Mary. Äh, ist Nina noch bei ihrer Aussage, oder hat sie das, ist das durch? Ja, sie ist noch bei den Aussagen. Was? Aber den Gespräch ist jetzt unterbrecht worden, weil den Herrn Weiß bekommt grad eine Hosenlieferung. Ah, ja, da hab ich ihn direkt mit zu tun, aber ich wusste, hä, warum hat der denn, das muss jetzt eigentlich gar nicht sein, voll komisch, dass die das jetzt deswegen unterbrechen. Keine Ahnung, also Nina ist da noch mit anderen Zeitpolizeileuten sind in den Raum und die reden und reden und reden und reden. Okay, tut mir leid, das wusste ich nicht, ich, ich wusste gar nicht, dass Herr Weiß jetzt da, okay, ähm, ja ich komm ja auch vom PD nicht weg, bist du noch, du bist eben in dem Raum oben, also bist du im PD drin oder noch davor? Ich steh vor dem Büro von Herrn Weiß, der hat sogar ein Schild auf seinen Tür, da steht sein Name drauf, damit der den wahrscheinlich nicht vergisst oder so. Ja, oder damit jeder sieht, wie wichtig er einfach ist. Ja. Ich hab den jetzt dann reingehauen, Mary. Das hast du sehr gut gemacht, Ariane. Es tat auch sehr gut. Ähm, gut, ich verdurste hier halb, ich geh mal ganz kurz was zu trinken holen. Ich, äh, schwir hier aber auch noch am PD rum. Äh, okay. Weil er jetzt auch gleich auch mit mir noch reden will, keine Ahnung. Okay, dann komm einfach hoch auf Etage 3. Kann ich ja nicht einfach. Kann ich ja nicht einfach. Warum nicht? Das war alles abgeschlossen. Ja, aber dann geh zu der Leitstelle und sag, du hast jetzt einen Termin mit den, äh, Herrn Weiß, du sollst auf die Etage 3 kommen. Ich versuch's. Bis gleich. Das klappt schon, bis gleich. Oh Gott, da muss ich jetzt aber echt aufpassen, da will ich jetzt nicht rumlügen. Bitte hab was normales zu trinken außer Alkohol. Bitte hab irgendwas normales zu trinken außer Alkohol. Nein. Ich schreib's ihm weiter jetzt gleich mal. Oh. Ja. Aber wir haben kein Geld. Hier ist gar kein Automat, wird mich verarschen. Wie viel Geld haben wir denn noch? Ja. 19 Cent. Gehen wir davon auf Wasser? Nein. Gut. Nächster Automat ist im PD. Ich hasse gerade alles. War das für zwei Minuten? Nein. 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 Ich hab mich gerade angerufen, ihr habt es gesehen. Nach dem Anruf mit Mary. Das Auto war ja zu, ne? Ja. Gut, dann weiter. Was ist heute los? Okay, das ist ein Polizei-Auto. Wir sollten jetzt wirklich nicht an dem weißen Auto da irgendwie rummachen. Ah, das schöne weiße Sheriff-Auto, ey. Oh, mit den Schuhen auch noch, wie geil das einfach ist. Das ist so lustig. Das ist jetzt perfekt, dass der weiße Style nicht mit uns reden will. Es ist einfach perfekt. Arianna, was hast du da an? Ich habe keine Ahnung, wo mein Motorrad ist und ich weiß nicht, was er damit angestellt hat. Herr Weiß will nicht in 10 Minuten sprechen. Ich bin am PD. Reicht dir das noch oder bist du schon müde? Ja, das ist ein Rock hier mit so einem Schlitz. Aber natürlich, ja, so ein Rock animieren. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen wie eine Hose, aber das ist eigentlich ein Rock. Also, wenn es eine Hose wäre, würdest du in der Mitte sehen, dass das da auseinander gehen würde. Ich habe kein Geld für Lebensmittel. Es ist soweit, Leute. Ich bin auch nicht müde. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Da hast du ja mal keinen Rucksack und so, ne? Fee ist mit irgendwas beschäftigt. Legt bei mir auch immer auf. Ich kann aber auch dann fix zu dir fahren, wenn du es magst. Ja. Hallo Frau Barnes, wie geht's Ihnen? Herr Weiß, sind Sie oben mit mein, mit Nina Hüttemann und mit Mary? Genau, 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 genau. Weil ich, ich wollte jetzt auf Sie warten, darf ich da auch warten? Äh, ja, dann müsste ein Officer, ähm, ja, ich, gehen Sie zur Leitstelle und der Officer bringt Sie hoch, ja? Okay. Danke. Ja. Honey bei der Leitstelle. Hallo. Abend. Ich, ähm, sollst du mir Herr Weiß hoch? Ja, ich... Ja, so verstanden. Komm. Okay. Frau Barnes, würden Sie mir grad folgen? Natürlich. Super, schön schön. Und in der Hunde bin ich nicht, da sind doch die Zellen. Das kann ich verstehen, dass Sie dann hier möchten. Ja, nicht nochmal. Waren Sie schon da unten? Ja. Oh. Ja, ich bin ohne Führerschein gefahren. Nichts Schlimmes. Na ja, gut, das, 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 das geht noch. Ja. Müssen Sie eh nach hinten durch, ansonsten bringe ich die Dame grad eh, ich muss eh nach hinten. Ja, zum Herrn Weiß muss die Dame. Achso. Achso, ja, kriegen wir in kein Thema. Alles klar, bis bald, folgen Sie mir. Okay, super. Ja, reicht. Danke. Dankeschön. Hört's ein bisschen ab. Durch schmierige Umkleider. Kommen Sie mit. Oh, ist richtig, aber ein bisschen mehr Schweiß. Ja, das ist normal. Ja, ich weiß, das muss ja. Bei hart arbeitenden Männern. Oh, ja. Das war jetzt auch kein unangenehmer Schweißgeruch. Das können Sie ja sagen. Ja. So, da ist er auch schon. Bitteschön. Okay, dankeschön. Gut, gerne. Danke. Ariane. Frag dich. Wollt ihr auch in das Rudel aufgenommen werden? Kennt ihr Daisy? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, 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 ja. Kennt ihr Daisy von der Boutique? Yoga Daisy? Weiß ich gar nicht, Yoga Daisy. Ganz hübsche mit bunten Tattoos, blande Haare. Finde wie Yoga Daisy, ja. Ja, tja. Ganz kurz, ganz kurz. Ich hab dann gesagt, dass wir die Kinder zur Hilfe gehören haben, aber das nicht so verbracht hat, weil die sich auf keinen Angefallen haben. Und dann, ähm, so wollte er nicht zufrieden, hat aber dann wieder den Finger auf andere gezeigt und ihm gesagt, dass alle anderen schuld sind. Und er hat offensichtlich immer noch nicht verstanden, was er da verpflichtet hat. Ja? Und dann, äh... Was ist denn heute los hier? Es ist so lustig, alles durchgehend. Okay, alles klar. Was ist denn, hast du eine Strafe bekommen? Nein. Also noch nicht. Ich meine jetzt, ähm, die müssen dem natürlich nachgehen, aber, äh, es hat sich schon so angehört, als ob sie das verliegen, soweit sie mich runter zu spielen und mich will dann gleich nochmal mit dem Worte sprechen, weil ich hab dann ja einen für ihn. Oh, okay. Okay. Dann müsst ihr mal ein... Ja, für was Größeres. Ja, ja, genau. Ja, aber ob er das dann wirklich auch macht, ist ja die Frage, bei was Größeres. Also er war jetzt eben gerade wirklich der, der... Der ist sowieso... Zu der ist der... Ich weiß nicht... Gib zu! Knutsch dir heimlich rum, Nina! Oh, Nina! Ja, iiih! Ja, ich... Wirklich... Ariana, ich sag's dir, die beiden, die führen eine geheime Beziehung und da wissen wir noch nichts von. Die beiden sind... Wie ein Ehepaar. Ich kann mir denken, warum... Er meinte gerade zu mir, ähm, dass man sich mit mir wohl nicht anlegt. Und dann hat es dann wieder auf dem Gitter gar nicht. Ich bin weder angegangen worden, noch bin ich gleich worden. Das ist alles auf meine Feuer gegangen. Aber dann... Aber das geht halt nicht. Vielleicht gibt es halt Grenzen. Es gibt Sachen, die sind lustig, da mach ich auch wirklich drüber. Aber es gibt Dinge, da macht man halt keine Späße da. Achso, ja. Da ist halt einfach nur Geschmack. Ja. Ja, aber trotzdem versteht ihr euch einfach viel zu gut. Und den schmiert ihr ständig schon nicht im Maul. Der sagt, ich hab noch nie aus dem Mund von den Herrn Weiß gehört sowas wie, da hast du recht. Oder ich stimme dir zu. Und den hat er schon 50 Mal zu dir gesagt. Okay, das verstehe ich gar nicht. Das passt doch gar nicht zu ihm. Sowas sag doch nicht. Ich sag ja, da läuft was. Ich konnte ja nicht meine Zeugin vorladen lassen. Und dann hat er gesagt, nö. Wie hast du das gemacht, Nina? Wir sind hier mit dem Mann hochbasiert einfach. Ich stehe neben Nina. Den beleidigt mich normalerweise in einem Totenhinweis. Und ich stehe neben Nina und der sagt, hallo Frau Dauna, wie geht es Ihnen heute? Wir sind so still, ist alles in Ordnung. Was? Ja, ich weiß es nicht, Ariane. Das macht gar keinen Sinn. Ich muss aussagen. Ist Nina für... Okay. Viel Glück. Der war sehr verständlich, was das Thema angeht, weil er gesagt hat, er kann das auch überhaupt nicht ab, wenn Frauen so angegangen werden. Ja. Und meinte auch, wir sollen dem, also wenn wir die nicht gesehen, dann sollen wir ihm aus dem Weg gehen. Sag ich, ja, das ist gar keine Frage. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass andere Leute... Ich glaube, der David ist begeistert von einem Outfit. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich kann es erklären, aber eigentlich kann ich es mir selber noch nicht erklären. Ich habe die Sachen geschenkt bekommen, ich gehöre zu Rudel. Ich wusste nicht, dass ich hier im Zoo bin. Ich wusste es. Irgendwie den Giraffenfrauen, ähm, Bansenfrauen... Der Giraffenfrau? Woher T-Shop? Der Tiger. Genau, ein T-Shop. Am Samstag ist eine Bad-Taste-Party im Bahama Mamas. Hm. Aber das sieht doch nicht scheiße aus. Da sind aber Ratten im Bahama Mamas. Ratten? Wirklich? Ja. Aber Nina und ich, äh, wollten wir mal am Dachbunden wegen Hochzeiten bei dem Laden. Warte, warte, eine Sekunde, eine Sekunde. Ich bin bevor... Ich mach, wenn ich mein Geschicht schmerzen will. Ja, 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 ja. Fee? Ja, ich bin wieder fertig. Kacke, wieso? Ja, wo bist du? Ja, ich bin jetzt hier beim Walter Weiß vom Büro mit Nina, mit David. Schön. Ja, ist das Wissen. Ja, dann komm doch mal hoch. Du bist doch wahrscheinlich noch im Dienst, oder? Ne, bin ich nicht. Aber ich kann trotzdem hoch. Soll ich hochkommen? Wenn es geht, klar, gerne. Hm? Ich weiß nicht, ob ich das hier war. Ist jetzt hier wie, ähm, wie so ein Rimmelplatz. Hier darf jeder einmal hoch. Äh, auf welcher Etage bist du denn? Drei. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ähm, war stehenblieben. Schau dich mal. Also gut, ein bisschen das Frauen und so, kann man ja nicht, äh, einsam. Ähm, als Nina und ich bei den barmen Mammen waren, wegen Hochzeiten gucken, kam so einen komischen Typ nach uns zugelaufen. Und, äh, den wach dann so, hey, Barmen Mammen, Ratten, passen auf, geht nicht in den Tränsladen. Oh, okay. Auf den Toiletten sind Ratten und so, und, jetzt hab ich angesingen, Barmen Mammen zu So. Frau Ba... Du meine Güte, was haben Sie denn vor? Ich bin eine Raubkatze, Herr Weiß. Wie macht denn eine Raubkatze? Rrrr. Okay. Äh, Wischelhoff, haben Sie meine SMS gelesen? Wie unhöflich. Äh, holen Sie sich die Karte bei mir ab, ich hab die hier, ja? Ja, voll. Wenn vier ist der, ich hochkomme die... Äh, kommen Sie dann, wenn Sie Zeit haben. Ich bin noch hier, ja? Ah. Ich bin noch zwei, drei Stunden hier. Wenn Sie Zeit haben, holen Sie die ab, ich hab die bei mir. Hat das mal jemand gemeldet mit dem Ratten? Danke. Wir müssen der Sache noch genauer aufrufen. So. Mhm. Frau Barnes, dann kommen Sie mal mit. Ja, okay. Ich will nicht schreien, Herr Weiß, ich kann heute nicht, ich hab so gute Laune. Schön, warum haben Sie so gute Laune? Was haben Sie vor mit dem Outfit? Ich gehör zum Rudel. Ähm... Zum Rudel? Ja. Zu welchem Rudel? Äh... Von Daisy und jetzt von Amy. Wer ist Daisy? Aus der Boutique. Ach, die ist wirklich sehr nett. Die hat mir heute mal eine Klamotten vorbei gehabt, mit einem neuen Anzug. Ja, die hat auch so Klamotten. Okay, Frau Barnes, ganz kurz, äh, ich erklär Ihnen ganz kurz. Haben Sie... Also, ich weiß, das ist ja jetzt unfassend. Ich musste gerade alles abgeben, wegen der Schachtelzigaretten. Haben Sie zufriedigerweise was zu essen dabei? Ja... Moment. Nee, Herr Weiß, hab ich nicht. Haben Sie was zu trinken dabei? Nee. Scheiße. Okay. So haben wir... Ja... Oh, da ist Vieh, die hat bestimmt was zu essen und zu trinken dabei. Ja, fragen Sie die mal. Oh, da ist jemand in Sheriff Uniform. Ja, hast du ja was zu essen und zu trinken? Natürlich habe ich was zu essen und was zu trinken. Dankeschön. Was zu essen für den Herr Weiß und was zu trinken für mich? Natürlich. Die Jacke ist ganz cool. Ich weiß, hat 200 Dollar gekostet. Boah! Kannst du die auch... Wie sieht die denn zu aus? Oder sieht die scheiße aus, zu? Ja, wie sieht die scheiße aus? Nein, die sieht eigentlich voll gut aus. Nein, Marc. Nee, finde ich nicht. Ich glaube, du hast gerade ein Gespräch. Ich würde an deinem Spiel reingehen. Ja, ich... Okay. folgendes. Ja. Ich habe mit der Frau Marshall auch noch darüber gesprochen. Oh nein, ich habe nicht wieder das Thema... Lassen Sie mich doch mal ausreden. So. Und es geht ja um diese Geschichte am Leuchtturm. Ja. Und ich habe mit der Frau Marshall auch lange darüber gesprochen und wir... Also das sollte die Frau Marshall Ihnen persönlich sagen. Nee, nee. Lassen Sie mich doch mal ausreden. So. Es geht darum, das war ein lockerer Abend und ich bin so ein Mensch. Manchmal bringe ich einen Spruch. Ich kenne das ja. Ich kenne das ja. Genau. Wenn Sie dann aber einen Spruch bringen, ja, meiner Meinung nach, also wo man darauf aufbauen kann, mit den Eltern von Skinnern, dann ist es so, dass wir uns da zu sehr darauf fokussiert haben und dann möchten wir uns entschuldigen. Also ich möchte mich entschuldigen dafür. Das war nicht richtig. Herr Weiß, ich habe Ihnen das... Darf ich trotzdem kurz was sagen? Ich habe Ihnen das ja gar nicht... Ich habe Ihnen das ja so an sich gar nicht... Ach mein Gott, ich kenne Sie doch. Alles gut. Bei Fee war ich sauer. Ich habe mich dann noch bedankt, dass Sie mich nach Hause gefahren haben, weil ich mir gedacht habe, Sie wollten wahrscheinlich nicht, dass ich da nachts rumlaufe um drei Uhr irgendwie. Aber das Einzige, was mich geschert habe, ist das mit denen auf Distanz zu meinem Freund ging, weil das ist wieder ein... Nee, darf ich Ihnen erklären, wie ich das gemeint habe? Darf ich Ihnen... Ich glaube, das ist ein riesen Missverständnis. Das habe ich Herrn Skinner auch erklärt. Aber mir war das so gelegen, dass ich das Gefühl hatte, dass an dem Abend, dass es nur um Sie, um Herrn Skinner ging. Und ich meinte, jetzt seien Sie doch nicht so abhängig von dem in Bezug auf, ich wollte, dass Frau Barnes mit uns unterwegs ist und nicht Herr Skinner. Das war damit gemeint. Sehr unglücklich aus. Aber das Gespräch ist auch immer wieder auf Larry gefallen, Herr Weiß. Ja, natürlich. Das stimmt. Aber das war mein... Ich habe das so gemeint. Wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann tut es mir leid. Aber ich kann nur sagen, ich kann gar nicht beurteilen, ob Herr Skinner jetzt abhängig ist oder wer da abhängig ist. Ich weiß das ja auch gar nicht. Ich sehe mich auch gar nicht. Gar keiner ist von jemandem abhängig. Aber ist doch scheißegal. Na doch, von Ihnen im Grunde. Sie sind ja beide von gegeneinander von sich abhängig, weil Sie ja ein Paar sind. Herr Weiß, ich sehe meinen Freund kaum. Äh, mein Freund sehe ich kaum. Mein Mann? Was? Ich sehe meinen Freund kaum. Hallo Walter Weiß. Er ist Max. Ja. Komm einmal wollte ich es mal reinbringen. Diesen Vorsprecher. Also heute ist ja alles sehr witzig. Ja, ich weiß, der hängt da ja. Aber da können wir nichts gegen machen. Wobei ich weiß, dass da jemand schon dran ist. Ja, ich weiß. Sie müssen auf folgendes achten, Herr Sparks. Der provoziert Sie. Ja. Und wenn Sie dann reagieren, dann kommt der komische andere Opa und macht dann Fotos. Ja, ja. Aber die anderen. Ja, ja. Aber die anderen. Ja, das sagt ja jeder. Aber die belästigen Sie so lange, bis sie irgendwann austicken. Sie dürfen auf keinen Fall austicken. Das ist super wichtig. Sie haben geschrieben, Brian tut sein Motorrad. Ja. Sie hat geschrieben, ich weiß. Ja. Klar. Hm. Ja, ich weiß, ich weiß. Sie können Ihnen aber immer einen Platzverweis geben oder Ihnen sagen, er soll sich distanzieren. Lassen Sie ihn die Fotos machen. Ja, ich weiß. Hören Sie mir auf. Ich habe eine lange Geschichte mit dem Mann. Gerne, gerne, Herr Sparks. Ich danke Ihnen für die offenen Worte. Machen Sie es gut, ja. So. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, was ich sagen wollte ist, wie dem das Ganze auch gelaufen ist, ich habe schon dem Herrn Skinner gesagt, dass mir das leid tut. Und Herr Skinner hat auch immer noch einen Platz im LSPD. Das ist nach wie vor, also ich weiß jetzt nicht, was seine berufliche Perspektive ist. Das weiß ich. Das wissen wir zur Zeit auch nicht. Ja. Sagen Sie, Herr Weiß, darf ich die ganze Zeit nicht was fragen? Ne. Natürlich. Besteht so gar keine Chance mehr für ihn zum SD zurückzukennen, Cherry? Gar nicht mehr? Also, nicht in Leiterner-Funktion. Er kann aber, was ich ihm anbieten würde. Er kann zurück zum Sheriff-Department als Sergeant. Was ist ein Sergeant? Dritthöster. Und das SD hat heute zehn neue Mitarbeiter bekommen. Zehn? Ja. Aber ich weiß nicht, dann wäre also ein Sheriff noch über Ihnen? Ja, das wäre der Herr Smith, ja. Der macht das nämlich sehr gut. Der hat sich das auch verdient. Ja, natürlich. Das sage ich auch nicht so weit. Ja, der Herr Skinner, also, wir waren es nicht so ungut. Also, das, was da alles passiert ist, ist einfach nicht optimal gelaufen von beiden Seiten. Also von Herr Carson und Herr Skinners Seite. Ich war da tatsächlich... Aber wäre er dann direkt unter den Sheriff oder wäre da sogar noch einer über ihn? Er hat... Also, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, das hängt, wie der Herr Smith das selber entscheidet. Aber Herr Smith ist auf jeden Fall die leitende Funktion dort. Ja. Und es gibt auch keinen Assistenten-Sheriff oder sowas? Das kann durchaus sein. Also, das soll er nachfragen. Ich weiß nicht, wie die sich einigen. Aber er wird nicht das Sheriff-Department leiten. Das auf keinen Fall. Ja. Aber er würde da schon arbeiten können. Klar. Habe ich ja angeboten. Okay. Aber ich möchte ihn erstmal für eine Woche dann im LSBD sehen. In blauer Uniform. Nur um ihn zu erinnern. Ja, aber mit kurzen Ärmeln dann? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Ja, mir aber nicht, Herr Weiß. Der kann aber auch keine Ärmel tragen. Ist mir scheißegal. Ich hatte ihn jetzt ganz oft schon gefragt, ob er einmal so eine blaue Uniform für mich anzieht. Naja, Herr Weiß, ich hatte noch eine Frage. Ja. Gut, das ist mir sehr unangenehm. Was kommt jetzt? Der Auftrag, den Sie mir gegeben haben für die große LSBD-Plakatwerbung da am Stadtpark. Ja. Der ist mir tatsächlich sehr wichtig. Weil ich würde hier so ein bisschen was in der Stadt hinterlassen. Verstehen Sie? Hinterlassen? Wollen Sie abbauen oder was? Nein. Aber hier ist alles so gefährlich bei mir in der Straße. Wenn dann da und Leute erschossen. Nein. Dann ziehen Sie doch um. Dann werden doch viele Wohnungen frei. Herr Weiß, jetzt warten Sie doch mal kurz. Was? Ich wohne tatsächlich sehr gerne da. Nein. Ja. Ich meine, ich würde das super gerne machen. Ich habe noch ein bisschen Bammel. Wohnen Sie auch in Beinwood? Entschuldigung. Okay. Jetzt hören Sie mal bitte. Können Sie bitte zusammenreißen? Das wäre mir ganz sehr schwer. Ja, ist doch gut. Gut. Ich wohne auch in Beinwood. Nee, ich würde das wirklich gerne machen. Ich habe natürlich eine Bammel. Weil Sie irgendwas mit PR meint. Ich möchte ungern mit Frau Marshall zusammenarbeiten. Aber da kommen Sie leider in der Sache nicht mehr rum. Dann müsste ich leider den Auftrag wohl doch ablehnen. Aber warum sind Sie... Also darf ich Ihnen was sagen? Jetzt hören Sie mal zu. Mhm. Ich habe mit Frau Marshall gesprochen. Und die schämt sich wirklich in Grund und Boden. Weil die hat sich nämlich voll mitreißen lassen. Und die hat zu mir gesagt, sie würde... Also die hat ja eine... Sie kennen ja die Geschichte mit der Anzeige wahrscheinlich, oder? Ja. Genau. Ich denke, die Anzeige... Die wird einfach im Sande verlaufen. Und ich glaube, ihr ist es sehr, sehr wichtig... Ich habe meine Strafe schon gezahlt, Herr Weiß. Die Anzeige schon durch. Ja, was haben Sie gezahlt? Ach, 100 Dollar. Ich habe doch direkt alles zugegeben. Ja, gut. Hören Sie mir doch mal zu. Hören Sie mir doch einfach mal zu. Ja! Und es geht darum, dass ich finde, dass Sie das sehr bereut. Und ich finde, würde es sehr groß... Also Sie müssen ja keine Freundinnen werden. Nee, das wird das nicht. Aber ich würde es schön finden, wenn Sie ihr die Möglichkeit geben, dass sie das klären kann. Und dann können Sie getrennte Wege geben. Ich finde, man hat ein Leben, ja? Und man lebt so kurz, vor allem in dieser Stadt hier. Es wäre doch scheiße, wenn man im Hinterkopf die ganze Zeit hat, dass man jemanden hasst. Ich glaube, wenn Sie da ein Gespräch führen und ihr die Möglichkeit geben, sich einmal zu entschuldigen, was Sie daraus letztendlich machen. Ja. Aber das würde ich... Ich habe Ihnen auch geholfen, oder? Sie haben mir oft geholfen, das habe ich nicht vergessen. Genau. Dann tun Sie mir den Gefallen. Ich habe Ihnen schon viel Gefallen getan, Herr Weiß. Nein, ich habe Ihnen den Skinner gebracht. Wir hätten uns bestimmt auch selber gefallen. Das ist nämlich, wir sind Seenverwandte, wissen Sie? Nein. Herr Weiß, hören Sie mir zu. Sie und Fee, Fee ist eine meiner guten Freundinnen, sage ich mal. Ich wusste, woran ich bin. Sie haben mir oft geholfen, Fee hat mir tatsächlich auch oft geholfen. Ich habe Frau Marschel nur im Negativen kennengelernt und oben am Observatorium hat sie mir eine Entschuldigung gegeben, die sich angehört hat, als würde sie von einem Zettel ablesen. Ja. Ich traue der Frau nicht. Ich weiß, das müssen Sie nicht oder das brauchen Sie auch nicht, aber geben Sie ihr die Chance. Tun Sie mir den Gefallen. Herr Weiß, ich weiß echt nicht, ob ich das kann. Ich mag die nicht. Das schaffen Sie. Hören Sie sich das einfach nur an und dann sagen Sie, ja, Dankeschön. Und dann ist die Sache doch gegessen. Jeder geht dann seinen Weg. Aber Frau Barnes, jetzt kommen Sie. Das ist eine Entschuldigung annehmen, meine Fresse. Sie haben erzählt, sie ist eine Prostituierte und wer hätte mit 16 Jahren Pimmel genutscht. Ich habe mich dafür... Nein, Herr Weiß, ich wusste nichts vom Alter. Das müssen Sie mir jetzt echt mal glauben. Als ob ich dann sowas erzählt hätte. Ich habe mich dafür entschuldigt. Ich bin dafür gerade gestanden. Also geben Sie mir den Gefallen. Ich habe Ihnen auch schon oft geholfen. Und tun Sie mir heute Abend den Gefallen. Herr Weiß, für mich wiegt das schwerer, wenn Leute um mich herum beleidigt werden, als ich sage, hätte Sie mich selbst beleidigt? Ich weiß. Und ich glaube, die Frau Marshall hat ja schon ein Gespräch geführt mit... Ich sage Ihnen was. Die Frau Marshall hat gestern von mir einen Anruf bekommen. Okay? Die sollte einen Termin mit allen Kollegen vom LSPD machen. Die hat gestern bis 3 Uhr nachts, hat die 36 Termine heute vereinbart. Das ist ja auch im Job, da kann ich ja nichts für. Nein, hören Sie zu. Ich habe heute neun Stunden lang, ich habe heute neun Stunden lang in meinem Büro gestanden, an einer Stelle und habe, ich kann Ihnen sogar die Namen sagen, mit 36 Polizisten gesprochen. Oh Gott. Einer nach dem anderen. Ich bitte Sie, Frau Barnes, tun Sie heute mindestens eine gute Sache. Herr Carsten hat Scheiß gebaut, wurde hier gekündigt. Was? Ja, erzähle ich Ihnen in Ruhe. Tun Sie eine Sache. Tun Sie mir eine Sache. Tun Sie mir einen Gefallen und machen Sie das bitte. Bitte. Aber Herr Weiß, ich habe echt Angst, dass ich die schlage, weil ich hasse die wirklich. Ich mag die einfach nicht. Sie können jemanden hassen, nur weil Sie jemanden einmal wissen. Wissen Sie, was Hass eigentlich ist? Nein. Ich mag es nicht. Die Frau hat einfach keine Eier. Ich hasse Speichellecker, Herr Weiß. Ja. Das habe ich auch zu viel gesagt, denn sie war auch ein Speichellecker bei Ihnen. Also, wo wollen Sie uns... Ich komm mit. Ich bin daneben als... Ich bin ruhig. Nee. Ich muss da erstmal drüber nachdenken, Herr Weiß. Ich kann das jetzt nicht. Ja, dann denken Sie darüber nach und dann rufen Sie mich eine halbe Stunde an. Doch, das klären Sie jetzt heute. Das schulden Sie mir. Okay. Das schulden Sie mir. Ich kann auch Entschuldigungen gut ablesen. Meine Güte, Frau Barnes, Sie sind aber auch ein schlimmer Finger. Also, ganz ehrlich. Ja, dankeschön. Das weiß ich. Frau Barnes. Ja. Tun. So, Sie gehen jetzt raus hier. Sie rufen mich um 0 Uhr an und sagen, wo wir Sie treffen können. Ich möchte... Und dann klären wir das. Ich möchte... Nein, heute möchte ich mich wirklich nicht mit dir treffen. Ich habe heute endlich mal wieder was mit meinen Freunden... Ich möchte was Positives sagen, Leute. Sie kann... Sie kann wissen, dass es mir leid tut, was ich getan habe, weil das offensichtlich... Dann sagen Sie ihr das doch selber. Was sind Sie denn für eine Feige? Nee. Aber Sie war ja auch nicht ehrlich zu mir. Ich werde dir das sagen, wie Sie was zu mir gesagt haben. Und dann ist es doch für mich gegessen. Ich möchte mit der Frau nichts zu tun haben. Daumenbonbon. Bonbon, was? Hä? Mann. Herr Weiß. Sie müssen mich einfach auch verstehen. Ich weiß, es fällt Ihnen sehr, sehr schwer. Aber der Abend war richtig schön beschissen für mich. Ich weiß. Warten Sie mal. Ja. Hallo. Ich wollte nur sagen, ich habe mit der Frau Barnes gesprochen. Und ähm... Die ist mal immer noch ein bisschen angefressen. Aber sie hat gesagt, sie ist bereit eine Entschuldigung anzunehmen. Und ich würde es schön finden, wenn das zu einem Gespräch kommt. Aber das klappt heute... Ja. Ähm... Ja. Also, dass ihr euch am besten nochmal aussprecht. Und ähm... Das machen wir dann in den nächsten Tagen, ja? Nur, dass du dich darauf vorbereiten. Ich melde mich gleich nochmal, ja? Ich gleich. Sagen Sie mal, Herr Weiß, sind Sie beide zusammen? Nee. Aber... Ich glaube, wir lassen das doch lieber erst mal. Ja, ich finde... Okay, verstehe ich. Ich kann mir vorstellen, was da war. Ich bin ja auch nicht bereit. Alles gut. Aus den Augen... Ja, aber vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit. Aus den Augen, aus den Sünden, Herr Weiß. Ist doch alles okay. Mhm. Und sonst, wie läuft's? Warum wurde denn Herr Karsten... Oh! Ist das gar kein Assistent-Chief mehr hier dabei? Nee. Ich kenn ja gerade einen Arbeitslosen-Polizist. Sie können mich mal. Entschuldigung. Also, hören Sie zu. Ja. Ähm... Wie lange sind Sie denn heute im Dienst? In welchem Dienst, Herr Weiß? In welchem Dienst? Sie haben ja noch einen Unicode. Nein, hören Sie auf jetzt. Okay, dann weißt du noch einmal. Ich verliere mich gleich. Jetzt hören Sie mal auf jetzt. Reiß Sie mal zusammen. Nein. Worauf hauen Sie denn gerade, Herr Weiß? Ich weiß nicht. Ich hab sehr lange Arme. Ich hab One Piece geguckt. Nein. Nein, Herr Weiß jetzt. Wollen Sie heute noch was machen, oder was? Ich wollt mich mit Brian gleich noch treffen. Wer ist Brian... Brian Green? Gamble. Was haben Sie denn mit dem zu tun? Er ist für mich ein bisschen wie ein großer Bruder geworden. Ich krieg Klamotten. Das ist nett. Was bin ich für Sie? Wir waren immer für mich wie eine kleine, übergewichtige Schwester. Wir haben eine Zweckfreundschaft, Herr Weiß. Ach so. Ich rufe für Sie ganz seltsame Leute an und heule ins Telefon. Ich weiß bis heute nicht warum. Zweimal schon. Und dafür geben Sie mir einen Auftrag wie... Machen Sie den Kühlschrank voll und ich gebe Ihnen 400 Dollar. Übrigens Dankeschön nochmal, dass Ihnen konnte ich auch die Strafe so gut bezahlen für Hanni. Also... Ich rufe Sie... Wie lange sind Sie denn heute auf dem Bein? Ja, nach so zwei Stunden denke ich. Ja okay, das kriege ich hin. Ich melde mich mal bei Ihnen, ja? Dann erkläre ich Ihnen mal ein bisschen was. Okay. Okay. Bis dann, Herr Weiß. Tschüss. Tschüss. So. Was war das jetzt alles? Es funktioniert. Ich muss schon Katzenfutter sagen. Alles okay? Uäh? Ja und selbst? Ja. Was? Wo ist denn Fee? Die ist weggegeben. Den hat jetzt so lange gedauert. Scheiße. Die hat gesagt wir sollen die Schmidt nehmen. Oh Mann. Kacke. Nimm dich mit, kein Problem. Ja, ich muss noch zum... Zum kleinen Gämmel. Kann dir auch noch was vorsingen, wenn du möchtest. Na, sag nein, Ariane, sag nein. Ariane, sag nein. Ganz schnell, sag nein. Ich lass mich mal manipulieren und sage nein. Oh. Oh. Ist ganz schlecht. Ach du meine Güte. Ich muss tatsächlich nochmal weg. Was ist heute los? Und ich muss das ganze Ding schon wieder auf Toilette. Aber ich auch. Weil ich mich. Ich... Ist das jetzt alles durch hier? Ich weiß es nicht. Wir sollen warten. Ich glaub schon. Aber wir sollten doch noch auf sie warten. Nein, die müssen ja noch mit den Herrn Weiß reden und vorher können wir nicht gehen. Ach so. Ach so, jetzt hab ich's gesehen. Ja. Aber die konnten nicht mit den Herrn Weiß reden, weil Ariane mit den Herrn Weiß reden hat. Ich hab Hunger. Ja, Entschuldigung. Ich muss pippen. Alles gut. Hey, ist's offen. Hat einer was zu essen? Ja. Sag ich euch was sagen? Was denn? Der Herr Weiß wollte, dass Hanni sich irgendwie bei mir entschuldigt und ich dann bei ihr. Oh. Und ich hab gesagt, dass ich das einfach nicht will. Und wenn, dann müsste ich darüber nachdenken. Dann hat er sie angerufen. Dann hat er gesagt, ja ähm, Frau, Frau Barnes würde jetzt ihre Entschuldigung annehmen. Und umgekehrt auch. Dann hat sie irgendwas langes am Telefon gesagt, hat er aufgelegt und gesagt, okay, ich glaube, das wird heute nichts. Das hat die jetzt schon gleich eine Scheiße über mich erzählt. Ich hasse dich. Ach du Scheiße. So, würden sie da einmal nach unten begleiten? Ja. Okay. Dann folgen sie mal meiner Kollegin. Äh. Ja. Aber Ariane? Ja? Erklär uns jetzt mal, warum du aussiehst wenn du ihn rauskriegst. Weil sie dann ein Bettparty macht. Ein Bettparty? Äh, Daisy von der Boutique hat mir das geschenkt. Sie hatten letztens über Unterhosen geredet mit Neopardenmuster. Okay. Sie hatte auch sowas an und meinte, du bist jetzt im Rudel aufgenommen. Oh, das sieht aus wie eine sehr große Unterhose. Ja. Da konntest du ja sogar eine Jacke draus machen. Und Schuhe. Die Unterhose hatte ich tatsächlich auch bekommen für, äh, Larry. Ja, die mochte der nicht so. Mag ja keine Katzen. Naja, zumindest nicht an seinem Po. Hm. Voll schade. Stand ihm ganz gut. Oder hast du zu viel Fell? Vielleicht warte ihn auch das Problem. Nee, eigentlich hab ich mich rasiert. Oh, hier? Nein. Ich glaub, der ist schlecht. Äh, Kollege? Ich muss aber auch ganz dringend. Ja. Ich glaub, ich bleib auch noch hier. Ja, dann gehen Sie. Barry, bis später vielleicht, ja? Ja, bis später. Okay, bis dann. Tschüss. 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 Okay, ich geh mal ganz kurz auf Toilette. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist und was ich heute die ganze Zeit hier laber. Und ich kann's nicht mehr erklären, warum ich so was anhab. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das haben wir jetzt mal schnell. Oh, peinlich. Tschüss. Tschüss. Nein, der kriegt nur ein Viertel des Strafmaßes, weil den Typ und so provoziert hat und aus moralischen Gründen und so. Die haben uns echt gut zugestimmt. Ja, ich hab das nämlich gelesen bei den Gesetzen und dachte, ach du Scheiße, das wird echt nicht so nett. Ja, aber sie hat ja auch direkt alles zugegeben, denke ich, ne? Ja, ja, und denen ist der erste Strafmaß und halt auch verständlich und so und deswegen kriegt ihr nur ein Viertel von den Strafmaßes. Ja, das ist ja perfekt. Sie hätten auch gar nichts machen können, ganz ehrlich. Nein, das dürfen die, nein, das dürfen die. Ich drück ein Auge in den Zuhn, so bleibst du da rum. Nein, das können die nicht machen. Die müssen ja ein, das ist ja eine Körperverletzung. Die hat dreimal mit den Fausten in die Fresse gehaut. War ja okay, aber unter den Umständen war er verdient. Ja. So du Strafdäte, muss ich in den Knast jetzt? Warum lachen wir? Weil du einfach nur ein Viertel von den Strafen bekommst, aus Lina. Herzlichen Glückwunsch. Schönen Abend noch, den Erdschaften. Ach, das ohne weißes Karrit, krass. Nicht schlecht, Herr Specht. Danke, danke, Donuts. Ja, auf jeden Fall. Aha. Ja, ja, nun. Okay. War ziemlich schlau, von hier hinten zu stehen und zu warten. Geht doch durch. Geht doch durch. Geht doch durch. Geht doch durch. Warte, da war ich nicht. Oh, jedes Mal. Habt ihr geparkt? Äh. Da. Ich weiß nicht. Dahinten. Okay, dann fahrt vorsichtig, Herr. Okay, du auch. Ja, tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. So. Hm. Wenn Mary piept. Ja, was war das gerade? Die 130 waren es wert. Ja, bei Honey habe ich mir auch gedacht, die 100 waren es wert. Ja, Honey, ne? Ne, da will ich auch nicht mehr. Boah, das wird sich jetzt, glaube ich, ewig langziehen. Ich konnte jetzt nicht sofort mit Ariane wieder okay sagen. Ich konnte nicht schon wieder okay sagen. Das geht einfach nicht. Es muss halt irgendwann dazu kommen. Ariane wird aber das sehr oberflächlich aufnehmen nur. Denke ich mal. Es sei denn, die sagt irgendwas, wo man merkt, okay, die sagt jetzt echt die Wahrheit, aber zu tief beim Walter mit drin. Zu tief. Hm, und er kennt Ariane länger. Aber dann, der macht ja jetzt auch kein, äh, ja. Es ist halt schwierig, ne? Mit Walter Weiß vertragen uns, da sind so viele Sachen passiert. Ich glaube, die Konsequenz wäre, dass Ariane ihnen zum Beispiel nicht mehr alles wirklich sagt. Hat sie ja eh nicht. Sie hat immer aufgepasst, was sie sagt. Aber, ne? Ja, es war ein schönes Gespräch, aber, hm. Maluki. Finde ich aber gut, dass die bei Honey konsequent ist. Ich würde es nicht anders machen. Also, ich will eigentlich schon gerne mit der Stimmung auch zu tun haben. Aber das, ich kann es halt einfach nicht anders machen. Es geht nicht. Es geht nicht. Es ist, Ariane hat völlig schwach und, ne? Das, wenigstens einmal muss ich jetzt sowieso. So, also, wenn es, wenn es jetzt dazu kommt, ich weiß es halt nicht, dann kommt es dazu. Warte mal, irgendeine Eclipse ist das, ne? Eclipse. Warte, irgendeine Eclipse Boulevard. Da. Ähm. Wenn es dazu kommt, dann ist es halt so, aber diesmal nicht einfach mit Ja, okay. Weil das gerade so schön passt alles. Und das ist halt, das siehst du aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, ich erkläre euch ja immer, so, Ariane ist ja so ein bisschen, das, was ihr halt passiert, das formt so ein bisschen ihr Charakter, weil sie ja quasi wieder bei Null anfing und alles, was sie ja damals so, ne, 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 habe ich ja alles tausendmal erzählt. Ähm. Deswegen, dass ich die quasi, das, was sie mit anderen Charakteren, äh, erlebt, das formt quasi auch Arianes Charakter. Deswegen hat sie sich von ein bisschen so ein, vielleicht manchmal doch so ein bisschen Eddie mit drin. Vielleicht war das in der Bar sogar so ein bisschen so ein Einfluss. Ich guck immer, dass, dann hat sie ja Skinner, da ist sie halt manchmal immer super vernünftig und so. Das heißt nicht, dass die anderen Charaktere komplett über ihren Charakter bestimmen, aber sie guckt sich halt gewisse Sachen ab. Oh, upsie. Das bin ich. Und lernt dadurch Null, von Null an. Und, ähm, das sind dann halt so die, ich wollte sie ja ändern, ne, weil alte Ariane war ja doch ein bisschen anders. Und, äh, immer wenn es eine Möglichkeit gibt, Ariane in gewisse, in gewisse Richtungen halt zu ändern, dann nutze ich die Gelegenheit. Deswegen ist das gerade auch mit Hanni, mit der Hanni zum Beispiel, jetzt, da lernt Ariane halt, äh, vom Weiter- und allgemein aus so einfach mal Nein zu sagen. Nein, möchte ich nicht. Nein, ich fühle mich nicht wohl damit, deswegen mache ich das nicht. Später, später. Lass mal Gras über die Sache wachsen. So was. Nicht wieder sofort, ja, okay, und arm, und verarsche mich weiterhin. So triggert das mit der Beifahrerseite. Ariane rutscht einmal in den Knüppel, ist doch gut. Uppi. Ist das alles irgendwie verständlich, was ich sage? Kann man das nachvollziehen? Ich kann das alles nicht so gut formulieren. So irgendwie und Dinges und so, habe ich gedacht. Ja, wie eine kleine Schwester, da müsste aber der Weite noch ein bisschen was anderes machen, ein bisschen anders mit Ariane umgehen. Er hat dir viel geholfen, aber, naja. Hier ist es schon. Wohnen sie auch in Wilde? So ein Wichser, ey. Wohnen sie auch in Altenessen, war das? Das ist ein Insider von uns. Wo ich schon wieder an die heulen könnte verlachen. Was? Sie wohnen auch in Altenessen? Okay, ja. Muss ich einfach mal erzählen. Ja, halt anders wie bei der Fee. Ja, natürlich. Voll verständlich. Okay. Also, Fee, Walter Weiß und Hanni. Alle drei hat Ariane jetzt völlig unterschiedlich behandelt. Also, alle drei völlig unterschiedlich. Sie kennt den Walter Weiß. Wollen wir mal gucken, wo ich jetzt hier... So. Äh, sie kennt den Walter Weiß. Sie kennt Fee. Auch eine ganz andere Art und Weise, wie Walter Weiß. Ne? Und Hanni kannte sie halt gar nicht. Und die war aber direkt so. Also, da hat sie keine positiven Erfahrungen gemacht. Wo wollen wir los? Ich glaube, wenn es nicht geht. Bis dann. Heilige Scheiße. Hä? Hi. Was hat dich eigentlich gerissen, Ariane? Was hast du dir dabei getan? Ich wurde ins Rudel... Ich wurde ins Rudel aufgenommen. Das hat Daisy von der Boutique mir geschenkt. Die hatte auch so was an. Ich habe euch gesehen im LSBD. Ich muss auch mal diese Boutique aufsuchen. Aber gab es da richtig geiles. Ich muss auch zur Boutique. Ich brauche einen neuen Anzug. So, wollen wir nach oben gehen? Ja, gerne. Ich habe leider keinen Rucksack oder so. Oh, wir gucken mal. Ja, ich habe einen. Du hast ein Auto. Darf ich fahren? Ja, das Auto ist voll... Mein Auto? Mein Auto. Das, was da vorne steht. Wie? Was meinst du jetzt? Ja. Achso, du weißt ja, ich will umziehen, weißt du? Weil ich wohne jetzt hier. Oh, ja, dann machen wir das gleich. Oder hast du noch Zeit? Oder eher nicht? Du wohnst jetzt hier? Warte mal, du hast gesagt, das ist... Du wohnst jetzt hier? Ich habe das Falsches bekommen. Wieso soll ich noch in meiner alten Wohnung bleiben, hä? Boah, ey. Machen das nur alle. VEGÄ-Party. Gut. Ja, ich, ähm... Ich kaufe alles bei mir selbst. Gut. Dann, ähm... Ja. Ich habe eine VEGÄ. Ja. Eine VEGÄ, ja. Eine VEGÄ, ja. Das, ähm... Ich glaube, sogar den Kühlschrank essen. Ja. Schön. Viel Spaß beim Kühlschrank essen. Also ich koche mein Essen immer und stehe die ganze Zeit in der Küche. Und das dauert immer ganz lange. Gut. Ja, ich will schon. Ich kaufe mir die beim 24-7. Meine Bornen. Ja, du könntest mal kochen tatsächlich. Das war eigentlich auch ein Deal davon, ne? Oh, ja. Nee, 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 nee. Ich koche nicht. Ich kann nicht kochen. Dann versuch es ist einfach. Du wirst ja wohl Wasser aufsetzen können mit Nudeln. Eher nur, oh, wenn es um Nudeln geht. Oh, ich würde alles für Nudeln tun. Ich schicke dir Rezepte, Fee. Ich habe Rezepte, aber ich bin so... Ich bin... Ja, das muss natürlich dann, ne? Also, ach, Ariane. Ja? Siehst du, jetzt, wo wir alle hier sind. Ja. Wochenende Grillparty oder was bei euch im Norden? Wochenende welcher Tag? Keine Ahnung. Ja, Fee, du hast einfach einen vollen Terminkalenden. Tut mir leid. Bitte nicht am Samstag, okay? Nee, ich kann am Samstag tatsächlich gar nicht. Was? Ja. Ja, Sonntag wäre doch vielleicht ganz gut, oder? Ja, Sonntag wäre super. Okay. Achso, Fee, kannst du nicht Sonntag? Ist in Ordnung. Ja, wir können auch, weiß ich nicht, Freitag mal? Nee. Hast du Freunde, die dann mickern, Fee? Nee, 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 Freitag geht gar nicht. Freitag geht gar nicht. Dann... ...klappt nicht mehr viel übrig. Ja, dann Sonntag halt. Das ist doch mit Larry schon abgesprochen. Mit Larry? Wir haben uns darüber ja unterhalten, ja, wegen Grillen, glaube ich. Oder war das mit jemand anderem? Nee, ich glaube, ich habe mit Larry darüber gesprochen, wegen Grillen. Okay. Okay, also bei mir, Freitag ist immer mit ganz viel Zähne knirschen. Sehr viel Zähne knirschen. Okay. Ich kann kein Freitag. Okay, okay, dann fällt Freitag. Dann würde ja nur Sonntag bleiben. Ja. Samstag ist halt absolut No-Go. Was? Wieso? Wirst du Samstag, der keine Zeit für uns nehmen, oder was? Ariane, Mensch. Fremdlich. Samstag nehme ich mir quasi Zeit mit Leuten, die ich dann länger nicht gesehen habe. Verständlich. Mhm. Ja. Hey, hör auf, so zu bohren. Wir gehen jetzt rein und besorgen jetzt hier die Klamotten. Ja! Oder woanders. Nudeln. Ja, und... Hallo, Oma. Hallo, Ariane. Hallo. Warte ganz kurz, Oma, welches Apartment? Welches Apartment? E1. E1, okay. Einen Moment, bitte. Hallo. So, Oma, Entschuldigung. Guck mal, das ist meine Zuhause. Ich wollte mich nur entschuldigen, ich bin vorhin ja ganz schnell weg. Ich habe Mary zwar geschrieben gehabt, aber ich habe die nicht geschrieben. Achso, oh. Ich bin in den Pub gegangen, zum Arbeiten dann direkt. Ja, ich wollte... Ja. Mary meinte zu mir, ich meinte, oh, verdammt, ich muss gleich nochmal schnell zu dem Termin. Und ich wollte die Oma unterwegs mitnehmen. Und da meinte, da war es aber gerade im Gespräch, ich meinte, nee, nee, alles gut, ich fahre die Oma. Hat das geklappt? Oh, nee, wir sind mit dem Taxi gefahren. Nein! Mary wollte dich fahren, Oma, deswegen bin ich doch gegangen. Oh, das ist ungut. Scheiße! Ja, ich war dann so spät dran. Oma, ich bin nur aus dem Grund gegangen, weil ich war schon zu spät und ich habe extra gewartet und dann sage ich so, okay, ja, dann ist ja gut. Ach, scheiße. Nee, alles gut, ich bin da nicht mit rein. Es war so spät schon gewesen, da war es schon viertel vor elf. Dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr rein ins PD, sondern habe dann das Taxiunternehmen angerufen. Und die haben dann Fee und mich mitgenommen. Okay, scheiße, das tut mir leid. Aber wie gesagt, Mary hat gesagt, keine Sorge, ich nehme die Oma schon mit. Ach, alles gut, passt schon. Ja, ich bin ja bei Brian und Fee. Ja. Da sind wohl von Melody noch Klamotten, wo ich ein bisschen rumgucken kann gleich. Ja, ja. 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 Du bist jetzt gerade arbeiten, von wann bis wann? Ähm, seit jetzt, seit 50 Minuten, äh, wird sich zeigen, wie, wie lang. Ich versuche nochmal vorbeizukommen und hallo zu sagen und was dir leckeres bei dir zu essen, ja. Ja, alles gut, vielleicht mache ich demnächst auch zu. Alles gut bei dir? Ich bin ein bisschen fertig, ich würde eigentlich nur hören, dass es dir gut geht. Ähm, ja, hier sind gerade Schüsse gefallen, jemand hat aufs Papp geschossen. Ähm, ja, deswegen... Oma, mach mal bitte noch wirklich Feierabend. Ich wollte nur gucken, dass wirklich auch keiner da in der Nähe von euch war oder nicht, dass die... Na, Oma, mach Feierabend, da, geht er weg. Nee, alles gut, alles gut, sind ja noch genug Leute da. Sind da Polizisten da? Ja, der Ruby ist auch mit da, alles. Und Alice ist auch mit da, die kann ja zur Not erste Hilfe oder so leisten. Okay, Ariane? Und da, ja, ja, da ist auf Mary jetzt gekommen. Okay, Oma, pass auf dich auf, jetzt bitte gerade schon nach mir gucken. Pass bitte auf dich auf, ja, wenn da wirklich noch irgendwas ist, dann dann... Und geh nicht alleine nach Hause, guck, dass ihr irgendwie zu zweit oder sowas vielleicht zur Not. Ja, ich, ich, ja, alles gut, ich, ich pass auf mich auf, mir passt so schnell schon nichts. Ich will nicht, dass das deine letzten Worte waren, wenn du den Taxi nimmst und macht, dass jemand mit drin sitzt, ja? Meine letzten Worte sind wahrscheinlich, was kann es uns schief geben? Ich hasse das, nicht so was sagen. Okay. Nee, alles gut. Ich versuche trotzdem gleich nochmal durchzurufen, ja? Jo, alles gut, dann bis später, ne? Bis später, tschüss. Jo, ciao. Scheiße, an der Bar sind Schüsse gefallen und Oma ist heute da gerade dran am Kellnern. Okay, welche Bar? Alice. Alice's Pub, ja. Ja, hm. Lass mich raten, du wusstest das schon. Hast du einen Funkenpo? Nein, ich bin auch Sardines, wie du offenbar merkst, siehst, was auch immer. Ariane, willst du mit mir ins Bett gehen? Das ist voll gemütlich. Das ist irgendwie gerade ganz komisch hier alles. Komm, zieh die Schuhe aus, dann gehen wir zurück ins Bett. Nein! Das, nein, das ist Brines Bett, das ist ganz cool. Du bist wirklich schmerzfrei, weißt du das? Ich hab, ja, ich, oh, ich halte einiges aus, Ariane. Meine Güte. Ähm, wo ist Brian? In der Küche. Warte mal, ich kann dir mal den Schrank zeigen, der hat schon, glaube ich, einiges mitgenommen oder nicht, weiß ich nicht. Da, alles was drin ist, außer die Plateauschuhe in Rot. Außer die Plateauschuhe in Rot? Die behalte ich. Und die Jacke, die ich gleich reinlege. Meine Güte. Ähm. Oh. Ja. Warte. Oh, hier ist ja ganz schön. Rouge Plateauschuhe, sind das die, die du behalten möchtest? Ja. Und die schwarze Lechian Parka. Die bitte was? Ach, die Parka. Also die Jacke, die du gerade anhattest? Ja, genau. Oh, die ist ja nicht hier drin. Ich nehm ein paar Sachen. Ach, ich nehm den Rucksack mit, ja? Ich glaub, ich nehm die weißen Turnschuhe. Und die Sneaker in schwarz. Nehm doch alles mit. Bitte mach den Schrank leer. Ja, aber Fee, das ist... Ich bin nicht so mit... Pinke Tarnlegger ins... Nein, aber pink ist wirklich nicht meine Farbe. Wen gehört denn der blaue Wanderrucksack? Okay, den nehm ich mal nicht mit. Also, hier war ja jetzt nicht so viel drin. Ja, der Rest ist im Rucksack, wie du siehst. In welchen? In den, den du anhast? Ja. Oder in den, der da im Schrank ist? Der... ...den ich anhabe? Oh, ich hatte wohl... Du warst wie ne Fata Morgana gerade. Ich dachte gerade, du hättest in dem Moment jetzt gerade einen Rucksack haben. Nein. Mhm. Also, der Rucksack, da ist alles drin. Im Rucksack ist alles... Ist alles drin, du kriegst alles. Da bin ich mal gespannt, dass das ja wie ne Warschung sei. Mhm. Ähm, ja, okay, gut. Ja. Oh, das ist schwierig, du Scheiße. Nein. Gut, dass ich Muskeln hab, bis so geht nicht mehr. Nein, ich bin so neidisch. Das ist ja so schön hier. Hm. Ja, Katja auch ein bisschen... Nein! Wie soll ich ne Viererwickel? Ich schlaf auf der Seite des Bettes, äh, der, 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 wie heißt der, der Couch. Und du schlafst, schläfst auf der anderen Seite der Couch. Ich schlaf neben meinem Freund, weil er, der ist auch... Er schläft ja vom Borden und macht Bordensport oder so'n Scheiß. Oh ja, ich wollte... Ich weiß tatsächlich immer noch nicht... Ich wollte nicht, dass er das Haudi-Haus... Ich weiß nicht, warst du mal bei ihm? Nein. Er hat wirklich ne Haus, wo Haudi draufsteht. Äh, im Norden. Ich wollte jetzt auch nicht wirklich, dass er es abgibt, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich jetzt sagen kann, wir wohnen zusammen oder nicht. Hast du den Schweitschlüssel? Ja, hab ich ihm gegeben. Er hat auch Sachen bei mir jetzt, aber er hat ja auch gar keine Sachen zu Hause. Ja, dann wohnt er bei dir theoretisch oder nicht, weil Mieterhöhung und so? Ja, hatte ich noch gar nicht auf dem Konto, ihr? Keine Ahnung, ich hab noch nichts bezahlt. Müsst ihr mal drauf achten, hatte ich gar nicht. Ich zahle immer noch 60 Dollar. Schön. Ja. Und da steht jetzt also dein WG-Partner im Anzug. Ja, das ist mein WG-Partner. Tja, Fee. Was denn? Ja, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber... Hey, Brian! Das ist einfach mein Charme, weißt du, Ariane? Ich bin so geil, ich krieg einfach alles in den Arsch geschoben. Was denn? Hallo, WG-Partner. Wer hat grad irgendwas von Arsch geschoben gesagt? Ja, das ist, äh, ihr Umgangssprache. Für? Ja? Ich weiß nicht, was ich in den Arsch schieben. Hey? Der Kummer ist voll lieb, er kocht. Glaube ich. Glaube, er kocht. Was kochst du denn? Halt die Klappe, warte ab. Okay? Was kochst du? Was kochst du? Sag mir, was du... Okay, Heiliges. Ich zieh mal kurz meine Jacke aus. Zieh dich komplett aus. Okay, dann halt nicht. Verscherbelst du eigentlich gerade hier die Wohnung, oder was? Ich wollte mich verscherbeln. Ja, kommen hier jetzt alle rein, oder was? Machen wir eine große WG. Ja, ich hab schon angerufen, wir können ja eine Vierer-WG machen. Hm, natürlich. Und du besalst dann, das ist super, ne? Alles gut, Brian. Alles gut, ja? Ja, ich mein, alles gut, wir machen keine Vierer-WG. Wir können auch hier... Weiß ich nicht. Wir können ja auch ein Heim draus machen. Das ist ein Woffer, kein Problem. Ah. Ja. Ja, gut. Und, ähm, Fee, ich helfe dir jetzt mal umziehen, was? Ja. Okay. Und, Brian, was machst du? Ich koche. Das ist ja... Ja, du kochst, ich esse. Das ist doch gut, oder? Also, das ist doch eine klasse... Halt die Klappe. Du kannst wirklich arbeiten. Ja, ich arbeite viel. Ich arbeite, ich habe heute ganzes vor eineinhalb Stunden gearbeitet. Das ist ja gar nichts. Oh, ich habe keine Zwiebel mehr. Wie, du? Nein, da musst du bei euch drauf gehen. Was hast du mit meiner Zwiebel getan? Die Zwiebel ist noch da, aber ich brauche, ich brauche, äh, äh, denkt... Du brauchst eine Unerinnerungszwiebel, ne? Ja, eine Nicht-Erinnerungszwiebel brauche ich. Okay, ja, dann ich kann dir meine, aus meiner Wohnung eine besorgen. Hm. Ja, ich brauche wirklich eine Zwiebel, verdammte Scheiße. Ja, gut, dann fahren wir kurz rüber. Hm? Okay. Und dann kriegst du eine Zwiebel. Bist du direkt an meine Ecke? Ja. Ja, dann, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hey, Fee. Fee Trunk, geil aus, oder? Feiert ihr denn jetzt gleich noch eine kleine Einweihung, oder was? Oder geht ihr gleich schlafen? Weiß ich, keine Ahnung, das interessiert mich noch nicht. Du fährst mit dem Rhapsody, ich mit dem Motorrad, äh, wobei, ich gebe dir den Rucksack, dann kannst du in deiner Wohnung doch schnell ablagern. Okay, aber alles, was da drin ist in dem Rucksack, kriege ich nicht? Ja, behalte das doch einfach. Oder vertickst du da so einen Scheiß. Wow. Dann danke an Brian und an dich und so, ähm, ich fühl mich grad irgendwie voll geil. Mit der Jacke fühlt sich das viel, viel besser an. Sieht das gut aus? Also ohne der Jacke, ohne die Jacke? Ja, muss ich ehrlich sein? Ja. Nein. No, no. Gut, ähm, ich fahr also jetzt, äh, ich soll dir mit dem Umzug helfen. Wir fahren also jetzt mit dem Auto, parke ich, ne, ich bin jetzt erst mit dem Rucksack zu mir nach oben und dann parke ich mit dem Auto dann bei dir in der Nähe, ja? Ja, sehr gerne, äh, dann, äh, nimm den Rucksack am besten. Ja, ich packe ihn aus und nehm ihn dann wieder mit. Bis gleich. Ich hab vor, durch ihn, weiß grad gar nicht, was los ist. Oh, der hat doch was hier. Hör mal. Was ist denn das mit Gämmel? Gämmel ist der mega Zuckervater einfach, ja? Oh Gott, das muss ich alles noch mitnehmen gleich. Oh, ob man es auf jeden Fall mehr nach oben nimmt. Wie weh, ne? Ja. Wisst ihr, was ich eigentlich mit Ariane heute machen wollte? Ich wollte Larry-Klamotten holen und dafür brauche ich aber einen, äh, ja, einen Mann halt. Der dann halt hingeht und die Sachen anprobiert. Ja, ich steig bei der Beifahrerseite ein. So, einfach, ich würde den Schrank voll machen mit eventuellen Sachen, die passen könnten. Hätte aber Angst, dass er vielleicht dann sich irgendwie bevormundet fühlen würde. Aber wird einfach nur helfen, weil er ja halt nichts mehr hat. Scheiße, aber einfach so Männerklamotten kaufen kannst du ja nicht, ne? Wir wohnen wirklich alle nah beieinander. Oh, in das rote Auto da vorne fahren. Oh Gott. Ich mach das jetzt mal so, weil wir müssen ja gleich eh nach oben. Es ist einfach wirklich schon, also ich bin ja nicht so, ne? Aber das ist halt wirklich ein schönes Auto. Das ist wirklich ein sehr schönes, auffälliges Auto. Ich find's immer noch ganz toll. Und, äh, wirklich. Ich mag ja eigentlich, wie gesagt, gar keine Autos graben und so. Und scheiße, das ist hier am besten. Ich ziehe mal den Rucksack auf. Wie viel Platz haben wir denn da drin? Ach, du Scheiße. Oh. Es kommt, es kommt ein bisschen vor wie, wie Leichenfledderung. Aber es muss, also die, die Sache ist, die Sachen müssen jetzt irgendwie, du musst das ja im RP irgendwie machen jetzt mit den Klamotten. Du musst es ja irgendwie machen mit den Klamotten. Was, Nico? Was ist da los? Melody ist ja nicht tot. Nee, nee, nee. Wie gesagt, schlag euch das aus dem Kopf. Aber ich glaub, ich würd's auch heute ganz anders spielen mit Melody. Weil, äh, ich mag's mit so vielen Leuten gerade zu tun zu haben. Und die beiden hangen wirklich nur zu zweit aufeinander. Und das war so, vor allem, ne? Als RP-Neuling für mich war das halt ein bisschen blöd. Und das war natürlich auch meine Schuld. Weil ich hätte das natürlich auch unterbinden können. Dann hätten wir zwar, äh, wahrscheinlich mit Melody Streit gehabt. Ich weiß es nicht. Aber das ist dann halt, ja. Ist dann halt einfach so. Also, ich muss sagen, es war, die ersten Tage war es schon natürlich schwer, ne? Aber so mag ich es tatsächlich, dass wir auch viele neue Kontakte gekümpft haben. Ja, ich habe Fledderung. Hat Ari eigentlich noch Malarias Jacke? Ja. Nee. Ah, nee. Die war beim Larry im Rucksack. Da war die wirklich drin. Ähm. Das Auto haben wir noch. Hm. Hm. Ich sehe es genauso, war aber nicht deine Schuld. Ja. Ich hätte es halt unterbinden können. Weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich am Anfang so ein paar Sachen, wo ich mich hätte anders benehmen können. Und ich weiß das. Aber natürlich noch nicht wusste irgendwie, hey, Kranos, 20 Verschenkte Subs, was ist denn mit dir los? Dankeschön, Kranos, Dankeschön, Kranos, Dankeschön. Ähm. Dass ich noch nicht wusste, dass ich da zum Beispiel eher gegensteuern kann und sollte. Vielen, vielen Dank, Kranos, Dankeschön für 20 Verschenkte Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, dann gucken wir mal, ob wir so die Sachen jetzt hier reinräumen. Warte. Ähm. Weltraumaffe Endboss-Shirt. Okay, warte mal. Ich mache das mal anders, ja? Wenn ich eine bessere Übersicht habe. Hey, warte mal. Hier ist die... Ich kann er nur, ey. Wie kann er einfach nur... Was ist mit diesem Mann? Oh, das geht. Okay, super. So. Dann würde ich diese Klamotten hier nämlich jetzt hier hinpacken. Oh, das haben wir jetzt doppelt. Das können wir auf jeden Fall... Ja, das können wir dann abgeben später. Das ist Zeit, da kann Ariane jetzt nichts für. Das sind jetzt Sachen, die wir gekriegt haben, ja? So, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall gleiche Sachen auch. Wir können gerne am Ende des Streams noch mal irgendwie ein paar Sachen anprobieren und gucken. So. Äh, der Ruxa... Warte, hier ist er noch. Da sind noch Sachen. Ja, ich räume gerade noch ein. Ich beeile mich. Okay. Bis gleich. Oh, echt. Weiter weiß zwei. Wie unhöflich einfach. Wie unhöflich. Ähm... Reparenbläser packen wir mal hier hin. Bündchenrock kommt da hin. Oder sollen wir jetzt erst mal jetzt erst recht so bleiben? Oh, ich brauche rote Schuhe. Ich brauche rote Schuhe, rote Ballerinas oder sowas. Es geht nicht anders. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach ja, sieh mir pummelig in den Lüten. Nee, ich bitte nicht schon wieder sowas. Nicht schon wieder sowas. Boah, alter Ariane. Was ist da los, ey? Ich dreh durch einfach. Ich dreh durch. Boah, ist das das... Ich kann nicht anders. Ich muss hier weg. Warte mal. Hm. Ich würde es eigentlich gerne durchziehen mit den... Komm, das machen wir... Das machen wir für den nächsten Stream. Das machen wir für den nächsten Stream. Ich halte mich jetzt zurück, ja? Ich halte mich jetzt richtig hart zurück. Das ist es wirklich, wirklich für den nächsten Stream. Ich mache jetzt... Ich ziehe jetzt das hier durch. Ich ziehe das hier voll durch. Warte. Äh. So. Gut, warte. Oh mein Gott. How glücklich can you be? So, ich nehme aber trotzdem Blazer nochmal mit. Warte. Ähm. Blazer, da ist er. So. Gerade ein scharfer Wagen, den der Larry da hat. Ja! Ich weiß, dass alle voll verrückt nach Skinner sind, aber Ariane ist einfach auch nicht ohne. Es ist einfach so. So. Sie wurde sogar heute angemacht. Juhu. Hurra. Von einer sehr schönen Frau. So, warte. Okay, das ist ein bisschen zu over, oder? Ah, schade, dass das da so reingeht. Ach, scheiß drauf. Let's go. Let's go. Ja, Leute. So over einfach. Ich liebe es so sehr. Ich liebe es so sehr. Und ihr seid alle sehr, sehr süß einfach. Hm. Noch ein Shopping-Cup. Ich hab ja heute nicht mehr. Ich hab ja nur einen blauen Trott. Das wäre ja nur der blaue Rock. Das wäre ja nur der blaue Rock. Ja? Ja, ich wäre das so. Ariane sieht aus wie eine reiche Witwe. Joffrey, fahr doch schon mal bitte den Wagen vor. Möchtest es auch, für du beim Aufzug zu helfen? Ja, natürlich. Oh, hallo, hey. Hey, Frau. Hallo. Frag bitte nicht, wieso ich so aussehe. Ich muss ganz kurz mich mit Fee treffen. Die hat nicht mehr so viel Zeit. Ich ziehe gerade um. Oder ist sie schon? Oh. Okay. Alles klar. Ich wollte schon fragen, warum du aussiehst. Wie du aussiehst. Wie gesagt, frag ein bisschen dich. Ja, dann. Entschuldigung, dass ich kurz angebunden bin. Alles gut. War ja auch nicht geplant, dass wir uns sehen. Ja. Dann pass auf dich auf. Mach ich, mach ich. Lass dich nicht wegschnappen. Nee, lass ich nicht. Tschüss. Und dir einen schönen Abend, ja? Dir auch. Okay, bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist so, Rayfax, bitte nicht, wieso ich so aussehe. Ja, jetzt können wir echt die Abends von mir machen, ey. Oh mein Gott. Und ja, ich glaube, wegen dieser Naht da unten sieht das ein bisschen aus, wie diese Speckfältchen. Aber es ist egal. Es ist egal. Also man muss schon sagen, wir werden halt wirklich immer angesprochen. Charisma, vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Dankeschön. Beifacherseite. Beifacherseite. War ich denn da, bin ich doof? Bin ich doof? Hä? Das war ich. Ich developed ein bisschen, weil ich nicht. Oh mein Gott. Wo wohnt der Fee denn noch mal? Wo wohnt der Fee denn noch mal? Fee? Ich bin sofort da. Ja, wo bist du denn gerade? Im Apartment. Ich hab mal Sachen abgeladen. Ich komm sofort, ja? Ach so, dann warte ich unten am Auto. Okay, bis gleich. Doch Ariane hat immer noch Auto fahren. Aber sie muss... Sie muss... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Erzählst du mir irgendwann mal das Text, schönen Nachbarin? Ich gehöre zu einem geheimen Rudel. Ich kann es dir selbst kaum erklären, aber langsam fühle ich dieses Outfit. ... 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 Ja, um, hm, 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 hm. Will ich mich jetzt verarschen? Warte mal, warte mal, nee, nee, alles gut, alles gut. Was? 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 Fee, ich habe hier einige Schwierigkeiten am Wagen. Natürlich. Ja, und zwar, könntest du vielleicht dein Motorrad ein bisschen weiter wegstellen? Natürlich. Dankeschön, ist ja irgendwie... Ich habe ja schließlich die Schlüsse, das gehört ja, das schließlich ist mir das Motorrad, hm? Ich bin, ja? Ja, kein Problem, Ariadne. Dankeschön, vielen Dank! Hm. 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 Ähm. Fee? Hm? Hm? Ähm, ich drücke hier gerade die ganze Zeit auf so einen Knopf rum, ja? Ähm. Ähm. Mhm. Braust du Hilfe? Ja? Hm? Kann ich dir was aus dem Kofferraum holen? Kann ich dir mal was geben? Natürlich. Nehmen wir es doch mal, Andrich, an dich und mach mal den Kofferraum zu. Was? Okay, kannst du mir den, kannst du mir den noch zurückgeben? Ich muss mal kurz was umlagern. Natürlich. Ähm. Bitteschön. Dankeschön. Ist mir immer gespannt. Warte. Was? Sag mal! Fee? Ja. Ist das ihr Fee vielleicht personalisiert oder so? Fee? Fee? Gib mir mal die Schlüssel. Warte, warte, jetzt. Was? Oh Gott. Tja. Auf Toilette? Oh, hast du wehgetan? Es tut mir leid. Auf Toilette. Okay, bis gleich. Was war das denn jetzt? Was war das? So. Hey. Ich hab den Schlüssel hier geguckt, aber. Ja, Fee. Meine Wohnungstür ist auf. Du kannst einfach reinkommen. Ganz oben rechts, ne? Ganz oben rechts. Okay, bis gleich. Ich. Ich. Ernsthaft, jetzt mach den scheiß Kofferraum auf. Nein. Jetzt mach den Kofferraum auf. Ich hab nen fucking Schlüssel, Mann. Alter. Okay, der Typ kommt nicht mehr raus. Warte mal. Oh Gott, ich. Dreh durch. Autozeig. Nein, ja. So, jetzt aber. Puh. Ich soll mal scheiße Sachen mitnehmen. Warte mal. Rucksack. Jetzt geht's. Oh mein Gott. Was zur Hölle war das? Oh. Oh Mann. Ariane, du passt einfach zu Motorrädern. Also heute ein bisschen so nuttenmäßig unterwegs, aber. Ja. So. Guck mal, ob Fee wirklich viele Sachen hat oder eher nicht. Boah. Boah, Kranos, ey. Ein kaltes Bier, wäre jetzt so geil, ne. Danke so. Ich nehme auch ein virtuelles. Wüsst ihr, was ich gerne in Los Santos oder Weasel News oder sonst was hätte? So irgendwie so, man darf ja diesen Geist nicht ausspielen. Völlig verständlich natürlich. Äh, so Geistergeschichten an sich so. Er wurde wieder gesichtet und dann so irgendwie, ja. Da muss ja nichts sein. So irgendwie so creepypasta mäßig, was er findet. So urban legend mäßig. So. 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 Hörst du alles, was im Schrank ist? Das kann rein. Ja. Alles, was hier in diesem Ding ist, das, das brauch ich nicht. Das kannst du auch gucken, ob du was davon haben möchtest, aber das ist nicht mein Stil. Okay. Ich glaub ja jetzt... Aber wieso? Ist das... Warte mal. Wiss... Uh. Okay. Uh. Ja. Mhm. Also ja, aber alles, was im Schrank ist, das gehört dann hier natürlich. Okay. Soll ich dir den Rucksack abnehmen? Möchtest du da jetzt alles in deinem Schrank einräumen? Weil ich dachte, ich soll das jetzt machen. Also da ist schon alles drin. Im Schrank, was ich mitnehmen will. Hast du alles schon in Rucksäcken verpackt? Ich hab keine Rucksäcke. Also ne, du gehst jetzt in den Schrank. Ja. Machst den Rucksack auf und steckst die Sachen rein, die im Schrank drin sind. Ja, das wollte ich ja machen. Achso, ja gut. Okay. Weiß, ich vergesse manchmal, dass ich alle einen in den Crew von drei habe. Okay, Fee. Schwerzer Blumenmikini. Okay, das ist ganz cool. Wir gehen jetzt richtig in den Schrank durch. Ah, die Trainingshose hellblau. Lockeres, pinkes SC. Ich bin dann wieder beim Kofferraum. Warte mal, Fee. Magst du mir die Schlüssel geben vom Auto? Ja. Das sind ja nur drei Teile jetzt drin gewesen. Ja, da kannst du was aus dem Kühlschrank noch raus wollen, theoretisch. Wobei, ja, da können wir das zusammen machen. Einfach zusammen machen. Ja, komm, machen wir zusammen. Kannst du trotzdem noch mal im Schrank gucken? Ich bin jetzt paranoid, dass ich doch was vergessen habe. Alles super. Okay. Ich würde die, ich guck mal, Fee, ich würde wirklich die Sachen hier raus gerne mitnehmen. Ähm. Ja. Aber ich, ähm, hab die Hände voll und ja, den Rucksack jetzt. Ja, das können wir gleich ja machen. Später dann. Okay. Ich hab ja noch den ganzen Kühlschrank leer werden muss und meine ganze Schublade. Okay, dann, ich lass die jetzt mal drin, ja? Mhm. Okay. Bin ich mal gespannt, was du so in den Kühlschrank hast. Nichts. Dann wollen wir mal gucken. Warum? Hab ich, hab ich doch gesagt, Ariane, glaubst du mir etwa nicht? Ist aber Fee. Ja, bitte? Ich pack das hier rein. Warum hast du denn bitte Ketchup? Was, was, was passiert hier? Ich muss das verschenken. Nein. An Menschen, die mir wichtig sind, weißt du? Ich hab den letzten Ketchup. Oh, hier ist ja viel drin. Okay, warte. Das solltest du alles auf jeden Fall mitnehmen. Mehl. Eisbergsalat. Oregano. Thymian. Speiseöl. Backpulver. Oh, das passt nicht alles rein. Bonnen. 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 Äh, Zucker. Okay, hier sind jetzt noch ein paar Sachen drin. Wir müssten, glaub ich, nochmal fahren. Ja, das wird wohl so sein, ja. Ja. Okay. Passt noch was in den Kofferraum? Oh, ich bin angerufen. Ja. In den Kofferraum passt noch was. Hallo? Ja, bitte. Spaghetti. Ray hat geschrieben, ja, ist wirklich wahr. Ich hatte kurz überlegt, ob du auch so Schnurren anfängst, wenn man dich streichelt, aber hätte auch falsch auslegen können. Danke. Ja, hau rein, Mann. Bis dann. Hat Brian gekocht? Er hat Spaghetti gemacht. Oh, wie süß er ist. Und Tee. Für dich nur? Aber wir gönnen, Ariane. Kann ich was mitessen? Nein. Natürlich kannst du mitessen, Herr. Nein, ich trinke ihr beide mit, sagt er, ich schön alleine. Ne, 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 ne. Warte, 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 warte. Das ist eine WG. Ich entscheide, was im Kühlschrank bleibt und was nicht. Ne, warte mal, das entscheide ich dir beide. Ich. Nein. Autsch. Als ob du was nicht daraus essen dürftest. Du musst echt mal gucken. Obwohl, du kannst eigentlich froh sein, dass du hier aussiehst. Die hat so eine total blöde Leiste da unten. Man fällt da immer drüber. Ja, erstens das und zweitens die Kriminalität hier im Walburg ziemlich hoch gestiegen. Ich weiß. Deswegen. Ich weiß. Aber ich habe einen ehemaligen Sheriff bei mir liegen. Mir kann eigentlich nichts passieren, glaube ich. Der steht doch auf der Einbrucherseite. Ja, das Problem ist, das ist der ehemalige Sheriff. Oh, ich habe ihn noch als ST-12 eingespart. Das muss ich eigentlich mal ändern, oder? Nein, lass das. Okay. Ich werde schon irgendwie dafür sorgen, dass er wieder Sheriff wird. Weiß nicht wie, aber irgendwie. Wobei, äh, hat der Herr Weiß ihm nichts angeboten gehabt? Ja, sogar noch ein bisschen mehr jetzt. Ich schreibe Larry später mal. Er könnte es... Sag es ihm aber nicht. Ich würde ihm das gerne sagen. Äh, Sergeant bei NMSD. Ich weiß nur nicht, ob er das annehmen wird. Ah, schön. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich kann es verstehen, weil du kannst doch jetzt nicht den aktuellen Sheriff wieder sagen, Nö, jetzt doch nicht. Das ist eigentlich voll arschig. Scheiße. Alles scheiße. Hä? Achso. Ja, ich habe den gerade umgepackt. So. So. Also, ist es da Platz im Kofferraum? Ja, ich hole noch ein paar Sachen, ja? Okay, ich warte. Ist im Handschuhfach vielleicht noch Platz? Ähm, im Handschuhfach müssen wir gucken. Da ist auf jeden Fall... Da ist mein Erste-Hilfe-Kit drin. Achso. Machst du mal aufmachen? Piep! Ja, habe ich. Hast du gerade gebeept? Ich habe auf den Knopf gedrückt, aber jetzt habe ich mal das Piepen mit angemacht. Sie ist mit dir. Hm. Ach ja, der Erste-Hilfe-Koffer, den ich gekauft habe und den ich in meinem Auto nicht drin hatte, sodass ich angehalten worden bin, kontrolliert worden bin und keinen Erste-Hilfe-Koffer drin hatte. Aber Gott sei Dank wurde ich weitergefahren lassen, weil ich bin cool. Es reicht mir langsam. Ach ja. Es ist so lustig. Was ist denn heute los, ey? Ach ja. Aber... So! Wir sind voll, leider. Wir sind voll. Ich glaube, ich fange gleich kurz nach oben dann bei mir. Doch, ich habe den Erste-Hilfe-Koffer. Ich habe den von Melody abgekauft, die mir den gekauft hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier Geld dafür gegeben habe. Der gilt halt noch diesen Monat. Der gilt halt noch diesen Monat. Boah, das ist echt so ein Ding, das kann ich gar nicht einschätzen, ob sie das annehmen würde oder nicht. So, dann müssen wir theoretisch schon noch die drei Teile holen, die du haben möchtest, dann wären wir fertig. Ja! Warte, warte, ist das Auto zu? Ähm, ich kann... Wir können uns... Warte mal, würdest du... Jetzt ist deine Wohnung eigentlich leer bis auf die drei Teile? Warte, ich kann gleich noch was holen. Weil... Ich kann auch kurz zu mir nach Hause rennen und die Sachen, die ich hier gerade unter dem Arm habe, die kann ich ablegen. Dann kann ich die drei Teile ja da mitnehmen direkt. Dann müssen wir gar nicht mehr hier hin verschließen. Ja, ich habe Platz eigentlich noch. Oh. Für drei Teile. Okay. Warte. Krieg die scheiß Tür nicht auf. Welche Tür? Siehst du da, den kleinen Koffer da, da, wo der Helm reinpasst? Ah, okay. Verstehe. Ja, egal. Ja, äh, ich habe Platz für zwei Teile noch. Komm, wir machen es so. Ich gebe dir... Warte, ich esse die Chili-Schurse. Oh, oh, das wird richtig... Bist du sicher? Du schläfst doch heute das erste Mal. Das zweite Mal, Ariane. Ja, aber wenn du da jetzt rumfurtst... Ich sehe auch schon eine reiche Dame, ich werde gleich ausgeraubt hier. Bitte. Ja, jetzt hätte ich mir halt auf dem Schrank... Äh... Ah, dann hat man jetzt selber einen Kopfraum. Ah, haha. Platz für eine Sache haben wir noch. Yay. Das sind schon voll Regener. Warum ist Ariane heute so hot? Ja, hot nicht wirklich. Hot nicht wirklich. Äh... Ich genieße es aber irgendwie zu sehr. Ich weiß nicht warum. Ich bin immer noch am Leben wegen ihren Haaren. Aber ich... hab mich auch so an die Haar... an diese Frisur gewöhnt. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, irgendwie, irgendwie... Ach, Ariane sieht aus wie Kardashian. Boah, geil. Geil! Hässlich sind sie nicht. Ganz schön sportlich heute. Ja. Ich kann eine Sache nehmen. Ich, äh, bin fertig. Ach so, okay. Ja, dann fahren wir zu Brian, ne? Mhm. Ja, da ist ja so pain gegangen. Wir müssen ein bisschen leise sein. Okay. Mhm. Mhm. Ach so. Vielen Dank. Was macht die denn? Was macht die Olle, ey? Ah! Meine Güte, ist sie bekloppt? Alter, die fährt noch bekloppt als ich. Willst du sterben? Ja. 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 Wo bist du? Hey Fee, ich bin... Ich wollte jetzt nicht ins Schlafzimmer gehen, weil Brian da schläft. Kannst du den Rucksack dann gleich hier übernehmen? Ja klar, du kannst auch einfach reingehen. Das stört dich bestimmt nicht, wenn da jemand Fremdes reinkommt. Nein, das finde ich super unhöflich. Ich warte hier lieber, okay? Ich bin aber direkt hier im Flur. Ja, natürlich. Äh, warte, ich komm sofort. Ja. Ich weiß nicht, ich wollte den Screechop machen, das Licht war irgendwie cool. Ja, die Wohnung hätt ich halt auch gerne. Ich hoffe, das ist die 80er. Es gibt einen 120er und eine 80er. Also 80 Dollar, aber... Nee, 80 Dollar geht halt nicht. Das geht halt nicht. Kranos, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wieso sollte ich reingehen? Ich bin genauso wenig. Äh, warte mal. Genau so ein. Warte mal. Warte mal, zur Weile kamst du jetzt her? Ich dachte, du wärst im Schlaf... Aus der Tür? Ich war draußen, hab's angeholt. Achso, ich dachte, du bist im Schlafzimmer. Oh mein Gott. Jetzt fühl ich mich ja noch viel schlechter. Wie peinlich. Ich bin einfach reingegangen. Ist okay, ich hab die Tür aufgemacht. Okay. Fee, vergiss nicht abzuschließen, ja? Vergiss, vergiss, vergiss das nicht. Ja, abschließend. Ja, das müsste ich mal machen. Warte mal, äh... Äh, gib mal... Ja? Kannst mir... Kannst mir der Rucksack in die Hand reichen? Natürlich. Bitteschön. Heilige Gurke, Mordi. Ich hab... Warte mal, hast du noch eine Hand frei? Ja. So, das ist auch noch aus dem Auto. Dann müssen wir noch einmal runtergehen. Super, warte, ich komm gleich wieder. Ja. Was kann man damit machen? Bin seit heute erst auf Twitch. Hm, was? Kranos, übrigens noch mal wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Aber in dem Haus gibt es ein Fahrschul oder nur ein Treppenhaus. Naja, wenn man unten ist hier und die Wohnungen durchgeht und bei einer steht dann betreten, ist die ja offen, dann kannst du von unten direkt halt in die Wohnung rein. Deswegen ist er, bei mir musst du halt... Ja, du musst halt... Treppen auch wirklich hochlaufen. Es reicht nicht, wenn du einfach E drückst, weil meine Wohnung oben ist und erst wenn du vor der Wohnung stehst, dann... Deswegen mag ich das ja schon, da. Ich wünsch nur... Da wäre jetzt eine große Wand, da würde ich da nie wieder runterfallen. Wie Brian wohl schläft, auf der Seite, total verdreht und am Sammern till der Tod. Was ist denn hier los? Was ist hier los? So. Hm. Aber Rani, wie viel Zeit hast du denn heute beraubt? Ja, geht so. Irgendwie wollte er weiß noch was machen, aber du kennst ihn ja in der Rede viel. Ja, nee, eigentlich... Ja, ich... Ja, ich hab noch ein bisschen. Und du? Ja, theoretisch auch, aber keine Ahnung. Aber praktisch nein. Ja, ich weiß nicht. Also ich hab grundsätzlich immer Zeit. Hm. Außer ich hab keine Zeit, weißt du? Das ist ein sehr kluger Satz gewesen. Dankeschön. Ich weiß. Sag mal, wie lange steht das Trinken schon? Ja, es sieht richtig gut aus. Ist das Spinat? Da ist Tee. Tee? Ach so, okay. Entschuldigung. Ach, weißt du? Nee, nee, nee. Aber da ist auch Tee drin. Du kannst dir Tee trinken. Das ist extra für uns wahrscheinlich. Oh, nein, ich... Oh, weißt du? Du bist aber... Brich dem bitte nicht das Herz, ja? Wir sind nicht mehr zusammen. Ja, aber du weißt, was ich... Ich mein, auch als WG-Frau... Hörst du wirklich Zwiebeln? Wie bitte? Was hat der denn gekocht? Nudeln, komm her. Komm her, er hat Nudeln gemacht. Ja, ich steh hier. Ach so, ja, warte. Ich geb dir gleich Nudeln. Cool, du gibst mir gleich Nudeln. Ich bin richtig aufgeregt. Wie du mir gleich jetzt die Nudeln überreichst. Vielen, vielen Dank. Oh, das riecht gut. Ja, voll, oder? Ja, richtig gut. Oh, das ist ja voll lieb von dem. Ich habe nicht erwartet, dass er Nudeln kann. Ja, da siehst du mal. Hast du ja einen guten Fang gemacht. Also, du weißt, was ich mein. Ja, als WG-Partner fang. Als WG-Partner, ja. Ja. Ich fühl mich voll reich heute irgendwie. Wieso? Weil du aussiehst wie ein Cheater? Ja, wie ein Cheater. Ja. Oder wie eine reiche Cheater. Oder wie eine Hure. Je nachdem, wie man es nimmt. Ne, Hure. Ne, 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 ne. Ich find das nie jemand aussie wie Hure. Das ist ja ein Liebsamer. Sag einmal. Ich, ich esse dann mal die Nudeln, okay? Oder sind die für gleich? Was willst du von mir? Sind die Nudeln für gleich, oder sollen wir die jetzt essen? Äh, lass uns die jetzt essen. Warte, ich habe die Nudeln nicht. Scheiße, ich habe sie, ich habe sie auf dem Tisch dort hinten vergessen. Ich muss so lachen, weil ich Samma gesagt habe, statt sagen mal. Samma, was ist denn hier los? Oh. Oh, gönnen wir uns diese geilen Nudeln. Ich kann es kaum abwarten. P, ähm, Prost auf diese Nudeln. So, wann macht ihr denn die Einweihungsfeier? Ist ja eine Einweihungsfeier. Naja, gibt es nicht eigentlich auch eine Einweihungsfeier dann? Oh, wie geht es? Ja, du bist von Staticzien. Dann kann man dann eine Einweihungsfeier machen. Findest du? Hm. Du hast Bock auf Party, lass mich raten. Ja, gemeine Zusammenkommen von Freunden. Darauf habe ich immer Lust. Das muss nicht mal so utz-utz oder so sein oder mit Programm. Einfach nur ein paar Freundinnen gemütlicher Runde. Gut, dass ich keine Freunde mehr habe, seit ich arbeite. Ja, ist schon scheiße, ne? Du hast mich auch voll vernachlässigt. Für dich habe ich bis jetzt, glaube ich, am meisten Zeit genommen. Das Ding ist, du bist auch jemand, äh, du bist auch ein bisschen Nachtrakete. Das ist ganz gut eigentlich. Mhm, ja, das bin ich wirklich. Komisch. Ist eigentlich noch was im Auto? Ja, da ist noch was im Auto von dir. Okay, gut, dann würden wir nochmal runtergehen, danach Party, Party. Ja, wir können jetzt Ellis. Oma ist heute da. Also wenn da keiner mehr rumschießt, das wäre ganz cool. Ja, können wir machen, ne? Okay. Und wenn ich da bin, schießt du auch wieder keiner rum. Also, hast du deine Wohnung schon gekündigt? Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Ist mir doch egal. Wirklich? So, letztes Mal die Schlüssel umdrehen, finde ich immer ganz schwierig. So. Wie fährt sich das Motorrad? Achso. Wie fährt sich das Motorrad? Willst du gleich ausprobieren? Nee, nee. Nicht in den Klamotten. Nee, nicht in den Klamotten. Ist schon beim Autofahren gerade schwierig. Oh, ich werde angerufen. Was ist denn los? Uh. Wer wohnt denn hier? Gott, ist da... Das sieht so teuer aus. Ja. Ist das denn auch? Es wundert mich, dass du mit diesem Menschen befreundet bist, offenbar. Du arbeitest... Heilige Ravioli. Soll ich dir einen besseren Job anbieten, damit du nicht arbeiten musst für die Menschen? Du wirst mein persönlicher Koch. Ich zahle dir... Ich zahle dir... Keine Ahnung. 80 Dollar die Stunde. Wie ernsthaft? Jetzt? Aber ich habe kein Geld. Also ich muss sparen. Was? Wirklich? Schade. Ja, okay, dann... Ja, okay, was... Wieso arbeitest du für die? Was bist du überhaupt? Was hast du gemacht? Kannst du machen. So, ein lieb gemeinter Rat von mir, ja? Pass auf dich auf. Oh, jetzt ist das das Ernste. Das konnte ich nicht, dieses... Entschuldigung. Das Ding ist, das Ding ist, wie du weißt, bin ich Cop. Wie du jetzt? Ich bin auch kein Cop. Aber ich bin fast Cop. So was, ich muss mich noch ein bisschen mehr hochschlafen, ich bin nicht wichtiger, guter Cop. Auf jeden Fall, du musst... Pass auf, pass auf, mit wem du dich da anlegst, ja? Es scheint meistens nicht so, wie es ist. Vielleicht ein bisschen... Ja, passt einfach auf, ja? Boah, ich bin so neugierig, ne? Zumindest sind die absolut nervig. Ariane, Gott sei Dank auch. Ja, noch. Noch ist keiner gestorben. Ich sag's, jetzt wird jemand noch sterben. Das war nur so gesagt. Aus Nervigkeit sterben, weißt du? Boah, Ariane, guckt euch mal an, wie... Was für einen Stil die hat hier, guck mal. Der eine in der Luft. Ah, doch, beide in der Luft. Nur auf den Zehenspitzen. Hammer, ey. Ich will wissen, wer da dran ist. Ja, das ist ja die Hauptsache. Ist er dran? Diese Schulterpolster einfach. Diese Schulterpolster. Du, sag mal. Also, ich, 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 ähm... Ich bin gerade dabei, umzuziehen. Ich würde später vielleicht noch mal anrufen, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr reden. Ihr steht gerade so ne Dame. Ich glaube, sie sieht viel was von mir. Denkst du, ich soll mir sie klar machen? Ja, ich mach sie mir auf jeden Fall mal klar. Mal schauen, was daraus wird, ne? Aber sie hat ein schönes Auto dabei. Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen sehr schönen Abend, ne? Ja, gerne, gerne. Morgen übermorgen. Ha, ich hab bestimmt viel Zeit und so. Gut. Okay, mach ich so. Bis dann. Du auch, dich auch. Wer war das? Wer war das? Du hast doch gesagt, du hast gar keine Freunde. Ist derjenige in Gefahr? Mit welchen Leuten hat er denn zu tun? Kannst du mir bitte alles kurz sagen? Das ist Oh. Oh? Oh. 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 Nein, 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 nein. Oh. Oh? Oh. Aber wir meinen gleich den. Ich. Guten Tag. Der? Lass uns mal die Dachnummer kurz wegfliegen. Ich bin jetzt neugierig. Ja, ich erzähl dir gleich mehr, ja? Der Rucksack ist schwer. Mit denen hab ich mich heute... Oh, scheiße, ich hab gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Oh, scheiße. Wem hast du das gesagt? Owen. Herr O. Das ist der alte Dude, ne? Genau. Ja, genau, der. Ja, und der hat mir einen PD gezeigt, für wen er arbeitet und nach oben gezeigt. Für einen super großen, lingen Mann, der aussieht derzeit wie ein Alien, weil er ganz schwarze Augen hatte. Ähm, ja? Bitte gleich abschließen. Ja, natürlich. Dann jetzt nicht, Fee. Dachte schon. Ich wusste gar nicht, dass ihr befreundet seid. Ja, also, es geht, wir kennen uns halt und so. Mhm. Warte, ich bring das Corsair, ja? Okay. Ach, ja. Oh, Mann. Was ist mir heute los? Mein Magen so, blub, 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 blub. Ich weiß nicht, warum. Die Erik hat mir halt eine Bockwurst. Ja, die Kleider, die hat ja auch so klein geschnitten, die hat er mir reingebracht. Aber ich kann auch davon keine Bauchschmerzen kriegt, dann ist ganz komisch. Also, die ganze Zeit rummelt es jetzt irgendwie beim Magen, aber insofern habe ich heute wirklich drauf aufgepasst, was ich esse. Bockwurst. Ja. Ohne Senfbrot, alles einfach nur Bockwurst. Ja, Fee ist wirklich ein bisschen weicher geworden zu Ariane. Also, ich wünschte mir, dass das auch wirklich so ist. Dann wäre das nämlich eine wunderschöne Charakterentwicklung. Aber sie ist auch, bei manchen Sprüchen, härter geworden. Also, sie lacht nicht mehr so viel dabei und sagt dann halt, haut da ab und zu mal einen raus. Das nennt man Hunger. Nein, nein, das nennt man nicht Hunger, was ich gerade habe. Das nennt man nicht Hunger, was ich gerade habe. So wie Toll in der Wurst. Nein, aber das kann auch Gluten, da können auch Gluten, bei der Bockwurst. Oh, verdammt. Ja, tada. Äh, die Klamotten, diese drei, wo hast du die jetzt? Weil ich sie dir gelben? Ja, ist schlecht. Ich habe sie dabei, warte ich. Es tut mir so leid, es tut mir leid. Ich wollte jetzt die ganze Zeit nicht nachfangen. Ich dachte, ich mache es mal am Ende. Wäre das auch nachprozentig nicht so umständlich? Wäre ich vielleicht auch auf Lucky Five? Die Art vom RP finde ich interessant. Ja. Ja. Ich finde es halt schön, dass natürlich trotzdem lachen die Charaktere oder so. Meistens ist es ja auf jeden Fall, bei Dennis und mir ist es halt immer schwierig. Aber meistens ist es das, ähm, weil Ariane fängt an zu lachen, wenn er zu lachen anfängt. Äh, auf irgendwas RP-technisch, so wie gerade mit dem Auto bezogen. Bingo, vielen, vielen Dank für die Zollverschenken, Zappi, Dankeschön. Dankeschön. Bock, wo ist ein, aus dem Vulkan mit heißen Gluten, Nomnom. Was? Hallo. Hallo. Oh, ich darf nicht so leid zu schreien. Oh ja. Dann fahren wir jetzt nochmal zum... Ne, du fährst hinterher wahrscheinlich wieder mit dem Motorrad? Kann ich machen. Ich kann ja gleich mal Herrn Weiß anrufen, der wollte ja heute noch irgendwas machen. Mhm. Das wird witzig. Ähnlich ist mit Herr Weiß, vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich schreibe mir mal kurz ein SMS. Toll. Dann gucken wir, ob der nicht schon ein Haier machen ist. Herr Weiß. Ich bin mit Fee unterwegs. Haben sie noch Lust ins Alice zu gehen? So, äh, jup, 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 jup. Okay. Schön. Ja! Du bist ja richtig gut drauf gerade. Wieso denn? Abgeschlossen ist? Natürlich. Herr Weiß, ein toller Mensch. Ich freue mich jedes Mal mit ihm abzuhängen. Meine Güte, Fee, hast du jetzt wirklich deswegen gute Laune? Was ist denn mit dir? Ich mache gute Laune, Ariane. Achso, ähm, ein Fee. Ja. Gib was Ernstes. Bitte fahre nicht hinter mir mit dem Motorrad, weil ich stoppe manchmal abrupt. Okay. Und dann fliege ich so mit... Okay, bis gleich. Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich fühle mich nicht. Ich hoffe, ich fühle mich. Ich hoffe, ich fühle mich. Fee, wir fahren zu mir, kurz die Sachen wegbringen. Ich habe nämlich auch noch einen ganzen Arm voll. Zu mir, kurz. Sollt irgendwann mal wieder tanken gehen. Und jetzt eigentlich, war hier weniger Platz im Kofferraum eigentlich? Ich muss die echt mal vergleichen bei den beiden Autos. So mal. Jetzt sagt er mir hier, ich könnte nicht da rumfahren. Ich glaube, bei mir hat das. Kann ich wohl. Guck mal, wie das geht. Guck mal, wie das geht. Wie das geht. Wie das geht. Ein Moment. Okay, Fee. Ja. Wirklich, hätte ich jetzt nicht gebremst, wäre ich für auf ewig in den Knast gelandet, weil ich dich getötet hätte. Wäre ich auf ewig in den Knast gelandet. Guck mal, das habe ich richtig fertig gemacht. Ich weiß. Kannst du das bitte? Ich habe dich nicht gesehen. Nein, ich kriege dir viel. Ich habe mich auf ewig in den Knast gelandet, Ariane. Ich habe mich echt nicht gesehen. Auf einmal warst du vor mir. Boah, du warst mich wahnsinnig. Ich werde noch für deinen Tod. Oh, er hat geschrieben, bin schon unterwegs. Wer denn? Wer gleich auch. Herr Weiß. Ja, war schön. Da hat er sich heute ernsthaft bei mir entschuldigt. Ich glaube es nicht. Hat auch alles zugegeben, dass es nicht gut war. Der lernt halt vom Besten, Ariane. Ja, mal schauen, ob er sich vielleicht doch noch in meine Beziehung einmischt. Natürlich, es ist Herr Weiß. Ja, hat er gesagt, ja, ich habe sie und Herr Skinner jetzt zusammengebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir hätten uns bestimmt auch so gefunden. So Soulmates, weißt du? Was für Mates? Soulmates. Was für Science? Soulmates, Seelenverwandte. Aha. Da 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 da. Okay, ist offen. So, Moment, ich muss direkt wieder abschließen. Geht raus. Fühl dich wie zu Hause. Achso, äh, bitte, 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 bitte. Ja, was denn? Dein Kleid, dein rotes Kleid. Meine, ja? Wolltest du es mir nicht zeigen? Oh, ja, doch, ich kann dir es zeigen. Warte. Ähm, kannst du kurz zur Seite gehen ein bisschen? Bin ein bisschen schüchtern. Okay, Moment. War das denn da? Hup. 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 Tada. Wow. Das ist aus der Boutique, es ist so toll, es war so teuer. Wie viel hat das bitte schön gekostet? Ich weiß nicht, ich habe einen Rock geholt oder zwei Röcke. Ich habe insgesamt 450, glaube ich, bezahlt. Ich schätze mal so 200, 250. Ich schätze mal so 200, 250. Nicht schlecht. Ja, ups. Willst du dich vielleicht da hinlegen und es wieder ausziehen? Ähm, Fee? Was denn? Für mich bist du jetzt mit Gamble zusammen, hör auf. Wir sind nur Roommates. Ja, natürlich. Ich habe doch schon Roommates, ich dachte jetzt schon. So. Warte, warte. Wo ist denn jetzt hier mein verdammt nochmal? Wo war es denn? Wo habe ich es denn hingepackt, Fee? Wovon redest du? Das, was ich gerade anhatte, warte, ist die Brunde. Ach, da. Da, 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 da. Gut. Okay, Telefon. Ja, hallo Daisy. Hi. Störe ich dich? Ich bin gleich auf dem Weg zum Annie's. Der Herr weiß übrigens auch, nochmal so als Brandinfo. Wieso will der sich jetzt prügeln? Nee, ich denke nicht, aber ich dachte jetzt trotzdem, ich sage, schade. Okay, ähm. Wieso? Also, warte, was? Ich wollte was sagen. Okay, warte. Wenn, wenn du gleich beim Annie's bist. Ja? Doch, ich habe ein bisschen getrunken, aber es wird schon besser. Oh, okay. Hält noch was ein. Aber. Wir müssen dann auf die Toilette verschwinden miteinander. Also, also nicht mit dein, äh, schon miteinander, aber nicht, du weißt schon, nicht so. Jetzt bin ich ja schon wieder gespannt. Ja, ich habe es jetzt auch nicht anders aufgefasst. Verspannungsbuch. Warum nicht? Schade. Okay. Daisy! Ah ja, du. Ja. Ja, du bist schon voll aus der Fassung. Ähm, ja gut. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt habe ich es auch gemacht. Was ist los? Na, Fee? Ja? Sag mal, ich will nicht irgendwie fremdflirten, deswegen kannst du dir gleich mal... Da ist diese Daisy, ja? Wirklich eine bildhübsche Frau. Wenn du die siehst, du würdest... Glaub mir, du würdest so auf die abfahren. Mhm. Die hat mir auch die Sachen geschenkt, die ist aus der Boutique. Mhm. So gut, sie ist nicht mein Telefon. Kann das sein, dass du dich hasst? Wieso? Weil sie dir die Sachen geschenkt... Ja, geil. Nee, das war ja für ein Bett-Test-Party und so. Und die ist, ähm... Die ist wirklich sehr nett. Und auch super lustig, sehr sympathisch. Und wir Spaßflirten die ganze Zeit so ein bisschen. Ähm, und ich hoffe, dass es wirklich Spaßflirten... Weil ich habe da so ein bisschen Angst, weißt du? Weil ich flirte nicht fremd. Es hat eher so Spaßflirten. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Vielleicht kannst du es mal im Auge haben und mir sagen, was du davon hilfst. Findest du nicht, was ich da absolut falsch... Ja, warte mal, ich sehe... Oh, doch, doch, oh, nein! Aber wir gehen! Mein Gott, bei dir ist es auch Spaßflirten. Und du weißt, dass ich dich ganz toll finde. Aber es ist doch Spaß! Fee! Du kriegst komische Bauchschmerzen beim Gamble. Du brauchst es gar nicht mehr so zu kommen. Komm, wir müssen jetzt zum Eddys! Ich kriege Magedar wahrscheinlich. Wahrscheinlich von dem Boarding oder so. Was? Willst du vielleicht mit dem Motorrad hinten rauf fahren? Mit den... Willst du mich auch wieder nach Hause bringen? Natürlich! Okay, aber nur wenn man meine Unterhose nicht sieht, ja? Ich habe hier ein bisschen Angst gerade vor mir draußen. Ich sage dir Bescheid, wenn man sie sieht, okay? Okay. Du musst aber schön die Beine breit machen. Wie? Machst du das mit Ariane, hast du doch gerade selbst gesagt. Ja. Ich traue mich, solche Sachen gar nicht mehr zu sagen, weil ich Angst habe, dass das jemand falsch kapitieren kann. Ich soll gleich auf jeden Fall auf Toilette mit ihr verschwinden. Wieso nicht? Aber ich bin jetzt mal gespannt, ob sie da jetzt irgendwas wieder hat. Scheiße! Ich habe die Sachen nicht zu... Warte schon mal unten, ich komme sofort, ja? So ein Kack einfach! Ich bin so verpeilt! Ja, wir haben abgeschlossen. Aber wenn du das fragst, darf ich zum Beispiel nicht mehr abschließen. Bitte nicht machen! Bitte nicht im Chat fragen, ob ich abgeschlossen habe. Dann darf ich nicht mehr abschließen. Also, wenn ich es jetzt nicht lese, dann schon. Warte. Ich brenne für dieses EP. Okay. Das ist allgemein eine sehr flirty Frau, aber ich mag den Charakter auch, dass sie meint. Ja, zu den Bikern habe ich ja auch gehört. Ich habe sofort geglaubt. Ich verstehe nur Bahnhof. Hm, wieso? Was verstehst du nicht? Bist du das erste Mal hier? Au, 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 au! Ah, Fennigabsatz ist doch nicht so gut. Au, 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 au! Diese Honeystrang einfach. Also, wenn ich sie wäre, ich würde es auch noch ein bisschen so, ein bisschen weiterführen. Jetzt, ja, zum Beispiel, ich würde es jetzt nicht so krass machen, weil ich will auch nicht, dass Leute halt wirklich hingehen und jetzt das Streamer immer irgendwie... Kranos! Vielen Dank nochmal für 10 verschenkte Subs. Dankeschön! Vielen, vielen Dank. Ein paar Mal versucht reinzuschauen, jetzt formiert mich alles und dann wieder abgeschalten. Das ist ein Rollenspiel, das ist ein RP auf dem Hardcore-Server. Das heißt, wir leben quasi, ja, zweites Leben jetzt ist so doof an. Wir spielen hier eine Rolle, die wir uns selber ausgesucht haben. So, jetzt schaue ich mal. Oh, ja? Halt den Rock ein bisschen fest und halt dich schön an meinem Oberkörper fest, ja? Mach ich! Dein Oberkörper ist so kalt, Fee! Du musst wirklich aufpassen auf deine Nieren! Ich sag ja, wahrscheinlich kriege ich mal Gedarmer, weil ich auch so Bauchschmerzen habe und so. Ich hab dir doch gesagt, dass die Bauchschmerzen sind. Aber komischerweise nur, wenn ich mit Brian rät, wenn ich komme. Das ist der Gegenverkehr! Ja? Was? Das war mein Auto und ich hab das überfahren, weißt du? Also umfahren. Mhm, mhm. Ja. Okay. Mann, Fee! Gib doch einfach zu! Du magst Brian! Ja, natürlich, wer mag Brian nicht, ist die Frage. Ich glaub, die mögen ihn auch besonders. Hm. Wieso? Weil, weißt du? Okay, warte, ganz einfache Frage. Was wäre, wenn Brian jetzt vor dir ganz heftig mit einer anderen Frau flirtet? Einer sehr hübsch. Ich bin doch nicht. Ich flirt doch auch mit jedem und allem. Bitte was? Hm. Ich flirte doch auch mit jedem und allem. Okay. Flirten ist okay, solange er... Ja, solange er was? Wieso? Also ich find flirten nicht okay. Ich spaß vielleicht aber. Solange er was? Wir sind nicht zusammen, ich hab nichts zu sagen. Okay, nehmen wir mal an, ihr werdet zusammen? Schön. Dann würden wir ziemlich viel zusammenkommen, wa? Was? Ich krieg mir echt nichts raus, was? Hm. Du kannst viele Sachen, aber das kannst du wirklich nicht, Fee. Ich weiß. Ist das dein Auto? Warte mal, da steht mein Auto. Warum steht denn dein Auto? Okay, wir sind da. Ja. Meine Gliese. Meine ganzen Autos sind überall verteilt, das ist ein bisschen... Was soll ich denn mit dir los, Fee? Nichts, wieso? Also... Bin ich mal gespannt. Ist das schon da? Wer weiß, bist du eigentlich schon? Ich weiß, ob ich noch eine Nachricht bekommen habe. Oh, warte. Warte. Ich denke nicht, dass du willst, dass eine gewisse... Nein. Aber ich kann es ihnen nicht erbieten. Ah, er nimmt wahrscheinlich Honey mit. Fee, steh mir bei. Ja, ich stehe dir so hart bei, das kannst du dir glauben. Warte mal. Der hat mich geduzt! Warum duzt der mich denn? Boah. Es wird doch mal Zeit, dass ihr euch duzt. Nee, ich hab Durst. Du weißt ja doch nicht, du tust uns auch schon seit Tag 1 geblüht. Ja, du duzt ja irgendwie gefühlt jeden. Nein, das stimmt nicht. Ja doch. Nein. Geht es ihnen gut? Ja. Was? Die Frau, die war ziemlich betrunken. Immer die Luxuskarosse sein. Hm? Pam? Na ja, ich bin jetzt... Hey! Hey! Oh, schön siehst du aus. Ja. Nee. Wolltest du ein bisschen... Mein Gott, du siehst aber ganz gut aus. Wirklich schön. Ja, ich bin ja sowieso ein Business-Outfit. Ja, ja, ein Business-Outfit. Warte mal kurz, jetzt gucken wir das mal genau an. Junge Frau? Oh, schön. Ja? Äh, welchen Leoparden haben sie denn? Ja, genau. Hm, gerade im Norden war einer. Den habe ich umgebracht, weil ich Fleisch brauchte. Oh Gott. Carlo! Boah, hast du was übrig, warum das für die Hochschule? Warte, ich wollte dir noch sagen, ich bin deine Anzeige so süß auf Fencher. Ja, Ray hat mir das schon ausgerichtet. Oh, keine Ahnung. Ja. Carlo? Ja? Ich habe ihn nicht nach seinen... Ein Halsband. Ich habe ihn nicht nach seinen Namen gefragt, aber... An Halsband kann ich mich nicht erinnern. Ach, zu Glück, er war es nicht. Wer ist denn Carlo? Mein Hauskätzchen. Oh, nein. Ich glaube, ich würde... Nee, ich würde niemals ein zahmes Tier erlegen, wirklich. Okay. Okay, dann... Ich habe schon Angst gehabt. Nein, keine Sorge. Ich... Okay. Oh Gott, ist das laut hier? Ja. Ist der denn entlaufen? Nee, nee, der läuft frei rum. Das ist so... Den kann man schlecht in einem Haus einsperren. Das ist krass die Möbel und so. Aber gefährlich ist er nicht, oder? Nein. Ja, dann ist ja gut. Ja, dann ist ja gut. So, einen Moment noch. Ich war gerade in dem Gespräch. Ja, ja, ja. Nee, ich wollte... Alles gut. Alles gut. Deine Anzeige ist auf jeden Fall voll süß. Und ich glaube, ich überlege irgendwann meinen Kurs. Oh, ja, das wäre super. Ja. Oh, das Hemd ist aber auch ganz schön. Ja. Ja. Du siehst einfach immer toll aus. Ich tue auch. Danke. Dankeschön. Ich gehe einmal rein und grüße mal die Oma. Oh, es fehlt jetzt alles. Ja. Oma ist schon weg. Ja. Warte. Oh, gerade ist die Tür dazugegangen. Okay. Oh, schade. Okay. Dann gehe ich mal zu viel. Ich will nicht, dass die da alleine rumläuft. Die Dorf ist. Okay. Bis später dann, Pam, ja? Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey, jetzt geh doch nicht alleine zum Automaten. Doch. Hast du gerade gesehen? Das habe ich gemacht. Oma, da bist du ja. Hey. Mensch, gut siehst du aus. Hey. 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 Wer schreibt mich denn jetzt an? Ja. Ich bin ein bisschen durch den Wind jetzt. Ja. Wegen gerade? Ja. Wegen vorhin. Deswegen. Wie kommst du jetzt nach Hause? Mein Auto steht da unten. Sollen wir noch kurz mitkommen? Wir beschützen dich mit unserem Leben. Nee, du alles. Alles. Alles gut. Ich stelle mich jetzt noch in die Gruppe da drüben mit. Ich meine, das muss ich ja nicht mehr arbeiten. Es wird auch mir sowohl pick. Okay. Ich habe jetzt zugemacht. Wir waren weniger da. Jetzt sind plötzlich alle Leute hier. Aber es wird auch. Ja. Jetzt auch ehrlich gesagt. Guck mal, da schaut einer aus wie du, Ari. Ja. Ja, das ist Daisy. Hallo. Hallo. Ja. Hi, Daisy. Hallo, Oma. Ja. Volltag der Teere, oder was ist? Nein, wir sind... Wir sind... Was sind wir nochmal? Ein Rudel. Ein Rudel, ja. Ein Rudel, Rudel. Oh. Entschuldigung. Ähm. Ich habe was. Komm mit mir auf die Toilette. Oh, jetzt hat es keiner zu. Geht auf die Seitengasse. Ich habe da nichts dagegen. Okay. Ich bin sofort wieder da. Dann musste ich schon nackig machen lassen. Komm. Okay. Da darf aber keiner gucken. Ich späh mich da vorne. Okay. Okay. Warte mal. Sollte ich... Sollte ich lieber nicht so schnell okay dazu sagen? Ach, da war Finley. Der hätte eine Gabel aufnehmen können für uns. Oh, verdammt. Wir machen das gleich. Der geht bestimmt nicht weg, sonst rufe ich den an, bis er wiederkommt. Okay. Einfach nur um die Gabel. Wir gehen hier hinter. Ja. Hier so. Hier so. Okay. Warte. Ah, die Stimme kenne ich doch. Egal. So. Hm. Warte. Wir haben hohe Schuhe an. Das ist jetzt... So. Ich habe schon getrunken. Ich mache das jetzt einfach. Aber fall nicht, ja? Oh Gott. Oh Gott. Geschafft. Scheiße, jetzt habe ich aber auch... Warte, ich nehme dich. Warte. Ja? Na runter. Warte. Räuberleiter. Moment. Oh Gott, ja. Hat geklappt. Hier zum Gebüsch. Komm, stell dich hier rein am besten so. Liegst ein bisschen, aber es geht schon so. Okay. Gib dir jetzt was rüber. Sollte ich das ja ein bisschen nachfragen, endlich? Nein. Okay. Nicht fragen. Fragen stellen ist das Schlimmste, was du tun kannst. So, das kriegst du und das kriegst du. Okay. Es guckt auch keiner? Nee, es guckt keiner. Und sieht hier keiner. Wir sind eins mit dem Gebüsch. Okay. Okay, das sieht man jetzt vielleicht doch. Was denn? Vielleicht duckst du dich. Ich duck... Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Marianne! Ich... Ich... Hast du's angezogen? Ja, ich hab's angezogen. Aber ich weiß nicht, was ich kann, aber ich nicht runtergucken kann. Du warst im Gebüsch, man hat dich nicht gesehen. Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Ich mach hier irgendwas, was ich spiegelt, hier irgendwas. Was auch? Nein. Fee! Pass auf. Und das... Ich hab hier auch was für den Film zusammenstellen zu. Aber... Warte, 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 warte ganz kurz. Wie viel möchtest du dafür haben? Das sieht gut aus. Wenn... Pass auf. Ja. Das nächste Mal zieh ich das auch an. Und für den Flip auch. Wir müssen... Wir machen jetzt immer sowas am besten. Ich find das voll gut. Wir machen ne Gang. Was denn denn Gang? Ne Gang. Ne Mode-Gang. Mode-Mafia! Ja! Die Mode-Mafia! Hey! Die Monschau, die war doch am 30.04. Habe ich mir das richtig gemerkt? Da haben wir verschoben auf den 1.04. Auf den... Auf den 1.05.? Am 30.04. macht diese Wurstpumpe auf. 1.05. Ja. Die Wurstpumpe? Wurstpumpe? Ach so. Sind die jetzt umgezogen? Ich hab gehört, dass die jetzt zugemacht haben in PD? Ja. Wir sind jetzt direkt auf dem Pier. Ganz hinten. Oh, stimmt. Habe ich gestern nie gesehen. Ist ein richtiger... Richtig großer Laden. Ja, ich hab da gestern Arbeitsfeldung ausgeliefert. Richtig toll sieht das da aus. Am ersten... Findet ihr es nicht gefährlich, alleine hier zu stellen? Ich... Kann sie verteidigen, guck! Okay. Frau, jetzt steh ich hier mit zwei Alpha-Frauen. Jetzt krieg ich aber wirklich... Ich hab aber auch ein Taschenmesser dabei. Ja, da wollte ich... Ein kleines... Aber damit kann man pieksen. Hm, legales? Ja, das andere nehm ich nicht mit. Okay. Ist das angemeldet? Echt? Kann man vielleicht... Das Taschenmesser? Hm... Das andere, das was... Es hab ich nicht. Okay. Ähm... Von der Polizei, Ariane. Ja. Ist aber ne gute. Ist... Ist aber doch jetzt. Ich bin Nicole. Ja... Warte. Ariane, zieh dich nochmal um, du musst ihr das geben. Das, was ich anhabe? Pass auf, du ziehst das Leo wieder an. Okay. Und ich zieh das wieder an. Einen Moment. Doch! Oh nein. Aber doch! Ich trage so... Ich hasse Röcke. Ich hasse Röcke. Ich bringe jemanden um, der mir einen Bock gibt. Die Mode-Mafia zwingt dich. Hallo Ari. Hallo. Sonst kannst du meins anziehen. Ich zieh das an, das geht auch. Gruppen 6. Gut. Das ist jetzt interessant. War ich heute schon? Ähm... Na gut. Warte ab. Wie viele Leute ist es mit Gruppen? Hier ist alles zu dunkel. Ich mach mal 50-50. Dankeschön. Und? Ich sehe hier zu wenig. Ich? Oh ja, ja. Du hast meine Hand getropelt. Ja, komm. Guck. Oh. Oh, Fee. Oh, Fee. Oh, Fee. Oh, Fee. Das ist wunderschön. Oh mein Gott. Ganz verrückt. Ich bring jeden um. Mann, Fee, jetzt sei doch mal nicht so. Aber guck mal jetzt. Wenn du jetzt sagst, du bringst jeden um, dann glaubt man dir das auch. Boah. Nein. Warte, wollen wir tauschen? Du siehst meinst, aber ich zieh das an. Nein. Mhm. Ach, Mann, Fee. Das wird aber schwer mit der Mode-Mafia, wenn du dich da so wehrst. Haha. Oh Gott, ich will Philipp unbedingt in den Japan-Unzug sehen. Es gibt für Philipp auch einen Tarn anziehen. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Ich kann nämlich gar nicht entscheiden. Aber raus aus dem Gebüsch. Piekt auch ganz schön. Das ist ja jetzt wieder auch. Oh, komm. Wärt ja nicht eher die Leopard-Killer-Mafia? Die Leopard? Ja, auf die Fresse. Ja, aber dann kann man doch gar keine Abwechslung. Also man muss ja auch durchwechseln. Guck mal, wir sind... So sind wir im Leoparden-Lehme getan. Und mit dem sind wir im Gebüsch getan. Jaaaa. Wann kommt Herr Weiß nochmal? Ach ja, stimmt. Herr Weiß wollte noch kommen. Äh... Jetzt wird's so zufälligerweise ganz schnell wegkommen. Nee, tatsächlich nicht. Ich meinte Fee. Achso. Nö, ne, ich hab nix gegen Herr Weiß. Ich meinte von uns. Ich frag das. Achso, ne, ne, ne. Das war nur ne Frage, weil... Drei hübsche Frauen in einem Gebüsch gesetzt werden. Ja. 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 Äh... Nicht schlagen. Nö. So. Mist. Wie geht das wieder? Du, 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 du. Ich hoffe, er hat Honey nicht mit dabei. Wer ist Honeydome? Honeydome? Äh... Honeymarshall. Wuh! Hat dich was gestochen? Die kenn ich mit, keine Ahnung. Ist die in Liebe. Eigentlich. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Was machten die so? Mobben. Mobben. Ihr wart doch da bei dem... Hand zurück, Mobben. Wie soll das mal versuchen? Wo gehen wir hin? Ich glaub ich ruf den mal an, frag oder bleib, weil ich will jetzt auch nicht ewig auf den Warte, ich muss... Das ist kurz meiner Stech dann, würde ich sagen. Doi! Alli se! Hallo! Ja. Frau Barnes? Stand hier wirklich sehr gut hier. Herr Weiß? Nein. Ja, äh, ich stehe jetzt am Alice. Ja, aber ich bin doch noch unterwegs. Ach so, ich dachte, sie sind unterwegs zum Alice. Jetzt hab ich mich extra beeilt. Richtig. Ja, ich bin jetzt gleich da. Ach so, bis gleich. Bis gleich. Ja. Oh, das hat er jetzt schon wieder. Er ist unterwegs, äh, zum Alice. Okay. Echt? Ganz komisch irgendwie. Na, das machst du nicht, dann brenn ich dich ab. Ja. Das sah, das sah wirklich gut aus wie, Entschuldigung. Ich weiß, du magst es nicht, aber es sah wirklich gut aus. Die Korsange könnte ich mir noch vorstellen, ja, aber den Rock? Heilige Ravioli. Nein. Heilige Ravioli. Heilige Ravioli. Heilige Ravioli. Was? Ich krieg noch Geld von dem. Oh, jeder freut sich auf. Hör mich so oft. Stimmt. Wo ist denn? Fini, lü, 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 lü. Hat er sich wenigstens einen tollen Anzug bestellt? Naja, Grau halt. Davor hat er schwarze Alten. Aha. Ich glaub ich komm sowieso noch mal eine schwarze. Wer hat die schwarze Binderwesten? Oh. Ich muss... Ja? Ja? Ich krieg ihn dazu, dass er was anderes anzieht. Wollen wir wetten? Den Herrn weiß. Was ganz lustiges. Ich krieg das hin. Ich kann mir das hin. Meine neue Lebensaufgabe. Sonst ist es meine Lebensaufgabe, PD69 auf die Nerven zu gehen, aber... Okay, wer hat die PD69? George Albert. Pau. Leute, ich hab immer gesagt, wenn ich bei der Polizei anfange, möchte ich diese Mama haben. Ja, du wirst wahrscheinlich die bekommen. Nee, die gibt da glaub ich nicht, ja. Weißt du, was noch frei ist? Die 90, die ist cool. Ja, die 90. Willst du beim PD anfangen? Nee. Wir wollen nur die Nummer haben. Dann sehe ich mich auch nicht. Und meine Uniform mal probieren. Machst du denn eigentlich beruflich? Ich bin Freelancerin. Arbeitslauf sein. Nein, ich bin Freelancerin. Ich mache... Was? Ja, Grafiken und sowas alles. Flyer. Grafiken. Oh, Ariane. Wir werden allerbeste Freunde. Pass auf. Ja? Grafik gegen Kleidung. Ja, das seh ich. Das seh ich gerade irgendwie. Das seh ich auch. Ich fühl das. Ja, ich fühl das gerade auch. Fick ich auf Geld? Was? Von mir? Von euch? Warum? Vermittlungsgebühr? Ich werde die Werbung sein. Nein. Also ich brauche noch einen Model. Mhm. Aber die muss Röcke tragen. Mhm. Ja. Ihr willst eine Vermittlungsgebühr haben. Also. Wobei. Ich bin noch erfunden. Oh, dankeschön. Hm. Hast du dir Pam schon mal angesehen, wenn du einen Model brauchst? Das ist Pam. Äh, direkt hinter dir. Mit den ganzen langen... Ah, die kenne ich. Ah, okay. Pamela Bones. Ja, wobei, für Geld würde ich auch Röcke tragen. Okay. Das ist ja auch genutzt. Wie viel Geld? Das wäre egal. Ja, da... Ich hab dir grad... 10 Pfennig hiergegeben. Äh, 10 Cent. Ja, dann 10 Dollar. Ich hab genug Geld. Ich brauch kein Geld. Ich werd auch raus und raus machen. Mein Gesicht ist... Vorhin wolltest du nicht. Geschenk genug. Ich werde... Wenn das für die Mondshow ist, werde ich so da sitzen. Du bist wirklich sehr hübsch hier. Ja, dankeschön. Ich weiß. Ist ja wie ich. Sie fällt mir. Ja, ich hab auch gedacht, ihr werdet euch entweder jetzt kloppen oder gut verstehen. Wollen wir uns kloppen? Wirst du single? Oh. Was ist denn jetzt? Wir können uns kloppen und dann... Ja. Wir können uns kloppen und dann... andere Dinge machen. Versöhnungs-Sex. Ja. Ich bin gar nicht da. Äh... Oh, Trevor kam schon gefährlich nach. Ja, der hat das bestimmt gewittert. Schönen guten Tag, die Damen und Herren. Ah, klar. Weniger raufen will. Ich komm nicht rein. Entschuldigung. Okay. Ihr Leute lachen dann wohl zu, ne? Einfach mal Öl in den Rachen schieben. Öl in den Wachen? Öl! Ach, ich hab Öl verstanden. Ja, Öl halt. Ich hab gefragt, wer Öl ist. Und dann alle in den Wachen. Haben sie viel erzählt. Schön. Schönen. Oh! Oh! Schönen wir dich so schlecht? Ne. Eigentlich nicht. Ich hab sie mit den Ohren. So betrunken. Okay, cool. Ich hab Amy noch nie so betrunken gehört. Amy ist wunderbar. Ich liebe Amy. Amy ist die beste Person der Welt. Ja, sie ist wirklich ganz lieb. Ja, deswegen sag ich ja. Warte, ist sie noch wach? Moment. Amy und ich telefonieren immer wunderbar miteinander. Ey, boah, du hast mich nicht gehört, glaub ich. Probieren wir's mal. Jetzt bin ich gespannt. Wenn die rangeht. Nee, die geht nicht ran. Ach, schade. Das kostet bei uns immer 2 Dollar die Minute, wenn wir telefonieren. Mach schade. Warum? Es artet immer ein wenig aus. Okay. Das kann ich mir Amy gar nicht vorstellen. Ich hab sie jetzt ganz, ganz schüchtern liebken genannt. Amy? Ja! Ähm. Ruf sie doch mal an und sag. Howdy. Ja, das ist jetzt so ein Problem. Du darfst das bestimmt, das hat er nicht patentiert. Naja. Ich denke schon, so oft wie er das sagt. Herr Weiß hat versucht sie mit Larry zu verkoppeln, als wir schon zusammen waren. Nein, nein, nein. Das hat sie mir erzählt. Ja, da war schon ein. Ja, da war schon ein. So, ich bringe dir ihre Klamotten. Wenn du noch ein Taxi brauchst, dann sag Bescheid. Ja, ich vermisse dich jetzt schon. Tschüssi. Wow. Du kennst aber auch ganz schön viele hier, oder? Ähm. Ja. Ich kenne irgendwie mehr als ich kenne. Zum Beispiel vor allem beim PD, da sind auch zwei mir vorbei gesagt. Dann haben gesagt, äh, hallo Miss Kayne und ich wusste nicht wer das ist. Wie lange bist du schon in Los Santos? Seit dem 7.1. Ah, okay. Ich hab sehr viel erlebt derzeit. Geheiratet, erschienen. Äh ne, nicht geschienen. Stimmt ja dabei aus. Sehr gut. Noch mal heiratet? Also nicht singen? Auf dem Papier. Es besteht Hoffnung für uns. Mhm. Ja, ich warte halt nur auf die Justiz. Der kümmert sich denn um Scheidungen mit DOJ? Ja. Ja, aber die hatten jetzt Führungswechsel und deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Also warst du gegen eine Dreiecksbeziehung? Mit einem richtig heißen Kopf? Können wir den, der eben hier vorbeikam, können wir den auch noch mit reinnehmen? Jo. Okay. Ich sag ihnen das. Nun! Welcher Kopf-Moment? Welcher Kopf? Aber ein Gämbel. Ja, doch. Doch. Joa, warum nicht? Ja. Ich kenne aber einen heißeren. Wer denn? Der Walter weiß? Bäh! Nein, das ist ein Lauch. Ja. Was ist los mit euch? Ich weiss nicht, ich will den immer prügelnden. Keine Ahnung, das ist vielleicht aus meiner Zielzeit, dass ich einfach so irgendwie bin. Aber wen meinst du denn? Wem findest du denn heiß? Sag ich nicht. Ich bin halt auch im Überlegen. Ich will zwischen. Nein! Wenn die heißen sind, habe ich mir geschnappt. Bischloch? Ja, der heißt es. Bischloch? Nee, warte, das ist ja kein... Das war ja ein Sheriff. Bischloch? Ach, Bischloch! Ja, aber der hat mir immer auch Trinkhalte gegeben. Smith? Der ist Smith. Okay. Ja, warte mal. Du kannst jetzt alle Namen sagen. Du kannst nicht sagen, dass dein Name dabei ist. Hill. Es ist Hill. Graf. Es ist Graf. Dupont. Wer ist Dupont? Wir sind die alle. Wer ist Poppenmeyer? Warte doch, der Name sagt mir was. Wollt ihr nicht? Kate Kane heiraten irgendwann noch? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Schuhspuppenwackel! Wie schnell, was... Was? Keine Ahnung. Halt die Fresse, Luke. Ich frügel dich. Keiner hat Schuhspuppe bis hier zurückgemacht. Komm ran. Was wärs, was... Verwirrt. Das enttäuscht mich. Ich hab alles gegeben. Ähm... Warte, ich geb dir auch was. Drum geht's. Prost. Wer will sich boxen? Nein, ich dachte, du willst irgendwas. Deswegen wollte ich dir was geben. Was ist denn mit dem Menschen los? Reane? Hi. Was möchtest du denn? Was hat dir Brian beigebracht? Du hast gesagt, ich soll dir was geben und ich wollte dir was geben, aber ich weiß nicht, was du willst. Nein, ich hab gesagt, ich hab alles gegeben. Ach so. Das wurde mal. Schuhspuppe, was geht. Ciao, Johnny. Tschüss, Schnecke, was geht. Ciao, ciao. Tschüss, Johnny. Schönen Abend euch. Endlich einer der Garnworte da. Ja. Ja. Han, ihr seht ja richtig wild aus. Nichts Morgenteil. Ja, wir sind ganz animalisch. Rrrrrr. Warte, warte, warte. Weißt du, ich mag es richtig wild. Guck mal auf meinen Schulterdach. Warte? Oh. Also ich würde zu deiner Schöne sie mir klar machen. Aschallah, einfach wild. Ich bin vergeben. Ich bin vergeben. Aschallah, einfach die Hübsche. Aschallah, ich frage ihn, ob er Bock hat. Aschallah, einfach die Hübscheste, die ich kenne. Oh, ja. Warte, ich sehe hier so viele schöne Frauen. Herzlich, ne? Ja. Ganz verwirrt. Kann mir jetzt gar nicht entscheiden. Das ist nicht. Das ist nicht. Was hast du denn für ein Problem, Junge? Das ist der, der an der Straße steht, wo schlag ihn. Ich kenne den. Wer steht auf der Straße und will aufs Maul? Der, der an der Straße steht, habe ich gesagt. Weißt du, der an der Straße steht. Ja, los, auf ihn. Nein, mach nicht. So. Schade. Ich habe ihm noch eine Rechnung offen. Oje. Hast du mit ihm noch eine Rechnung offen? Musst du ihm einfach eine Quittung geben. Dennis startet gerade wenn jetzt GTA Nummer 90 ist. Von der Polizei hier neben uns ist es also. Da kannst du ihm eine Quittung geben. Warte. Warte. Oh Gott, das kann ich auch. Moment. Warte. Warte, ich muss dir mal ganz kurz was schreiben. So. Wie heißt du? Ich heiße Imani. 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 Oder Juicy. Je nachdem was dir lieber ist. Ach so, die DJ. Warte mal, bist du die DJ? Richtig, genau. Oh. Schönste Schnick. Ich bin Juicy, genau. Ja. Kriegst jetzt was. Pass auf. Das ist ja immer richtig komisch, wenn die Leute alle wissen, was man so macht. Und man kennt die Leute nicht. Ja, das kenne ich. Okay, hast du was zu trinken? Was zu trinken? Ja, hat irgendjemand was zu trinken? Ich bin dann so ein bisschen schwindig. Oh, bitte nicht. Ich bin zwar Ärztin und kann Mund-zu-Mund-Bearmung, aber hier bitte. Oh, dankeschön. Wie, da arbeitest du auch in MD oder bist du jetzt so? Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, schade. Ich bin zu fähig dafür. Bist du auch, bist du jetzt fest in Bahama Mamas auch, oder? Ja, richtig, genau. Na, du bist die Nachfolgerin von einer ehemaligen Freundin von mir. Melody. Genau, genau. Genau, ja. Ja, ich bin Resident DJ und Eventplanerin von Bahama Mamas. Eventplanerin, okay. Genau. Wenn ihr mal eine 80er-Party macht, dann musst du dem Aphrodonis Bescheid geben. Ich kenne da so Kleider. Tatsächlich machen wir das bald. Wann? Äh, warte mal. Lass mich... Oh mein Gott, ein Trainingsanzugbund? Ich hab da so schöne schöne Kleider davon. Äh, Moment mal, wir haben auch schöne Kleider. Kommt zu mir einen Thriftjob. Ich versuche euch immer anzurufen, aber es geht keiner ran. Äh, wir haben... Mein Mann und ich sind erst seit ein paar Tagen, sozusagen offiziell, dürfen wir alles machen. Äh, die Besitzerin ist einfach abgehauen. Und jetzt gehört es meinem Mann. Warte, ist Whisker dein Mann? Ja, richtig. Ah. Ähm, pass auf. Also, jetzt am 24. ist Bad Taste Party. Ja, genau, das sind wir schon vorbereitet. Ähm, 1.5. ist Single-Party. Okay. Ähm... Das wird vielleicht bis dahin nichts mehr fisch und sehr attraktiv, ne? Hehehehe. Und, ähm, 8.5. ist 80er-Jahre-Party. 8.5. Mhm. 8.5. Na, aufschreiben. Weil sie da kleine Sponsor brauchen, ne? Sag Bescheid. Äh, ich hätte eine Frage zu der 80er-Party. Ja, natürlich. Ich würde gerne ein bisschen mit mir niederfilmen. Äh, das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Plattformen. Spiele lizenzierte oder unlizenzierte Musik? Äh, die Clubs immer lizenziert. Ah, okay. Oh, schade. Ähm... Aber ich, ähm, äh, ich filme ja meine Arbeit auch immer. Ja. Einfach als Referenz für mich. Und, ähm, da ich, also ich achte immer darauf, dass ich Remixes spiele, die ich selber erstellt habe. Dadurch gehört mir das. Okay. Manchmal kann es sein, dass so ein Ausschnitt dieser Musik etwas zu lang ist und mir dann die Firma, wo ich das abgebe, damit die mich quasi empfehlen, ähm, sagt mir dann manchmal, ach, Mensch, nö, die Stelle machen wir stumm. Oh, okay. Aber das ist ganz einfach. Dann, wenn man fertig ist, dann gibt's da so ein, so ein, ein Kläppchen und dann sagt man, hey, das ist eher relevant für meine Referenzen und dann wird das wieder freigeschaltet. Hallo. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Danke für dich allen. Ja, hallo, wer weiß. Er weiß, ich schulde mir noch Geld. Warum schulde ich Ihnen Geld? Mir auch. Was? Wem schulde ich denn alles Geld? Meine Güte, da sehen wir aber auch ein Outfit an. Ja, sehr schön. Was haben Sie denn gegen mein Outfit? Sieht gut aus. Das will ich auch hoffen. So, wem schulde ich jetzt alles Geld? Mir. Ja, mir auch. Okay, wie viel Geld schulde ich hier? 1600 Dollar, mein Du. Einen Tag. Moment, ich muss nochmal zusammenrechnen. Kommt drauf an, was nehmen Sie jetzt von dem Anze? In dem Fall alles. Ich habe Sie in meinem letzten Dieter Auftritt beim Omega erwähnt und Sie den besten Polizisten von Los Santos genannt und dafür habe ich keine Entlohnung gekriegt. Habe ich nie gehört. Nein, nicht mal eine Knuddelung. Haben Sie einen Videobeweis dafür? Ne, aber mindestens 100 Gäste, die es gehört haben. Okay. Fragen Sie. Luki, wann habe ich das letzte Mal bei einem Auftritt Herr Walter Weiß erwähnt? Keine Ahnung. Ja. Nein, natürlich. Beim letzten in den Bahama Mamas, ne? Ne, denk mal genau nach, wo waren wir nach den Bahama Mamas. Kannst ruhig Ariane Repp stehen. Wo habe ich denn nach aufgelegt? Was habe ich da gesagt? Gibt es im Omega, ne? Ja. Aha. Gucken Sie, Herr Walter Weiß? Ja. So, dann war es für dich. Für mich? Ich wusste gar nicht, dass es Walter Weiß war. Ohne. Ich bin so himmelig heute. Ja, weiß ich nicht. Herr Weiß, ich habe eine Idee. Ja, bitte. Wir kriegen den Anzug umsonst. Ich kriege den Anzug umsonst. Ich kriege den Anzug umsonst. Passen Sie auf, aber. Dafür müssen Sie einen anderen Anzug tragen, den ich für Sie aussuchen. Und den einen Tag lang tragen. Einen Tag lang tragen? Ja. Und ich suche den aus. Mich? Ist das sowas? Weiß ich noch nicht. Muss mir mal überlegen. Was kostet denn der Anzug? Irgendwo wohnt wir uns nicht prügeln können vielleicht? Den, den ich Ihnen dann sponsoriere? Wir gehen einfach hier die Straße auf, dass Sie uns entschuldigen. Okay. Ich bin nicht aufs Prügeln aus. Ganz ehrlich. Ich mache mich zum Affen. Das sagt ja keiner. Ecke. So. Wir haben es uns im Blick. Wir können reden. Wegen der ganzen Geschichte. Also alles von Artis Zetner. Für meinen Teil, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Das mit dem Rumgestichel oben am Observatorium und die Fahrt dahin, das ist echt nicht in Ordnung. Das war Mobbing. Frau Marsch. Es war wirklich... Ihr konnte aber auch nicht ohne Frau Barnes. Ihr konnte aber auch nicht ohne. Ihr konnte aber auch nicht ohne. Du integriere ich mich gerade zu entschuldigen. Wir reden ja gerade erstmal nur über die erste Sache. Danach werde ich meinen Teil dazu beitragen. Ja. So. Es war Mobbing und ich habe mich richtig beschissen gefühlt. Das Problem ist nur bei der ganzen Sache. Hätten Sie mich beleidigt... Was? Meine Güte. Ich hätte eine Woche drüber geschlafen. Und dann wäre wieder alles gut gewesen. Eine Woche ist seitdem gar nicht verstanden. Oh, egal. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Auf jeden Fall. Ist es gegen eine Person, die mir sehr nah steht? Und ja, es wird wahrscheinlich wieder gesagt. Ich rede wieder. Ist mir aber scheißegal. Es ist eine Person, die mir nah steht. Es geht mich auch nichts an. Aber die sich... Ja. Es war nur nicht richtig von meiner Seite aus. Stehe ich auch zu. Ich verstehe aber auch nicht. Wieso wollen alle unbedingt Herrn Weiß gefallen? Ich will es nur verstehen. Das ging gar nicht von meiner Seite aus, was ihm gefallen will. Ich hatte einen scheiß Tag und ich habe mich da hochschauken lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee, ich lasse meine Wucht. Das war einfach nicht richtig meine Emotionen an anderen... Ich lasse meine Wucht. Ja. Aber bei mir war es halt an dem Tag einfach so. Ich habe meine Emotionen an irgendjemand anderen ausgelassen. Es hätte auch jeder andere x-beliebige Mensch sein können. Ich habe mich da hochschaukeln lassen. Das war nicht richtig. Ja, aber warum war es denn, Mensch? Ich meine, ich habe doch vorher sogar noch gesagt, was für eine beschissene Zeit ich hier die ganze Zeit hatte. Zwei Beerdigungen vor kurzem hinter mich. Eine Freundin von mir ist weg. Zwei gute Freunde sind auch komplett ausgereist. Also, entweder ich habe das nicht mitbekommen oder es ist an mir vorbeigegangen. Kann ich Ihnen nicht sagen. Naja, das mit dem Bruder reicht ja. Ja, ja, klar. Müssen Sie, ich nehme die Entschuldigung an. Wir werden keine Freundin mehr werden. Ist einfach so. Nee, das glaube ich, der Zug ist abgefahren. Ist er auch. Aber das, was ich gemacht habe, war beschissen. Dafür habe ich aber gerade gestanden. Ich bin sofort zum PD gegangen, als ich die Anzeige bekommen habe. Und ich habe alles zugegeben. Wirklich komplett. Ich habe gesagt, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe nicht gewusst, was das für Wellen steckt. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ich stand mit diesen Herren völlig alleine da. Ich habe nichts in der Stadt rum erzählt, wie Herr Weiß vermutet. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wirklich nicht rum erzählt. Ja, das mag sein. Keine Ahnung. Vielleicht hat er selber rum erzählt. Weiß ich nicht. Ja, hat er. Ich habe es auch nicht auf sie geschoben. Ich weiß nur, es wurde in der Stadt rum erzählt. Fand ich nicht cool, dass er so die Runde macht. Weil es halt einfach nicht stimmt. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich wusste übrigens auch wirklich nicht, wie alt sie sind. Und auch nicht, dass das vor 10 Jahren waren oder sonst was. Sonst hättest du was erst recht nicht gemacht. Ja, nee, klar. Und ich habe mich übrigens auch beim Herrn Skinner gestern oder vorgestern entschuldigt. Also ja. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, dann hat sich das ja erstmal erledigt. Ich werde nichts mehr machen. Ich denke, ich darf auch. Ja, ich habe es auch nicht vor. Aber halt, ja, dumm gelaufen. Keine Ahnung. War ein scheiß Abend. Aber vielleicht können wir einfach ein bisschen Klasse über die Sache wachsen lassen. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. Ja. Perfekt, super. Nee, dann. Immer wieder zurück. Ja. Einer der wichtigsten Menschen in diesem Staat. Entschuldigung. Oh, du meinst du? Ist das okay? Misser Zigarette oder was? Misser Zigarette hat mir gefallen. Auf jeden Fall. Okay. Dann treffe ich mal eine Namensänderung dafür. Nee, nee, warte mal. Achso, betreiben sie Redwood oder wie? Richtig. So, wie geht's ihnen? War ja sehnsüchtig drauf, dass das NSBD immer wieder bestellt. Echt? Gehen wir da gucken, Robert? Natürlich. Okay. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Outfit? Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, wie meinst du denn jetzt? Rechts Outfit. Hier rechts. Wir haben das beste Outfit, Ariane. Psst. Okay, ja. Ich hinkochen. Ich hinkochen. Das sieht jetzt gerade aber aus. Warten Sie mal ganz kurz. Fee in der Mitte. Fee, also das ist ja ... Du bist ja ... Du Hälterin. Fee? Warte. Darüber reden wir noch mal. Moment mal. Die Frau Bahns ging sich aber nicht so gut weg bei dem Gesicht. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, bist du mir da nicht. Hi. Das galt nicht. Das galt nicht. Ariane, du schlägst wie ein Waschlappen. Was? Tschüss, Ariane. Tschüss. Oh, ich hab da ganz schön viel Wut reingesteckt. War das echt nicht fest? Ich hab grad deinen Schlüpper gesehen. Der ist ja pink. Boah. Kannst du das mal bitte nicht weiter erzählen? Entschuldigung. Herr Weiß. Herr Weiß. Ich sag einmal. Pink hab ich gesagt. Pink hab ich gesagt. Nicht braun. Was? Ich kann bestätigen, dass die Vibe nicht ist. Äh. Er hat sie auch schon mal von der Aussitzung. Äh. Entschuldigung. Da kam kurz was hoch. Also Herr Weiß. Wirklich. So was. Herr Weiß jetzt aber hier ... Wir müssen hier nach dem Punkt kommen. Machen Sie das. Wo wollen Sie denn jetzt hin mit mir? Achso. Ähm. Wollen Sie das so sagen? Ich hab da ne Idee. Kommen Sie, der war nicht schlecht. Also. Die wird Ihnen nicht gefallen, aber okay. Gut. Was passiert jetzt? Was, was? Tragen Sie. Sie tragen den Anzug. Sie kriegen die zwei Anzüge am Freitag. Zwei? Warum kriege ich denn jetzt zwei? Nein, Sie kriegen den Anzug, den Sie jetzt hier bestellt hatten. Es sind ja quasi zwei. Jetzt geht's los. Und ähm. Aber ich hab heute schon einen Anzug bekommen. Jaja. Und Sie kriegen diesen super spezial tollen Anzug, den wir haben. Wenn ich ihn aussuche. Jetzt komm ich wieder drauf. Manage. Jetzt fällt mir der Name ein. Freitag? Freitag? Ja, auf jetzt Sie Schwein. So, also. Äh. Was ich meine. Ich mein Sie. Was meinen wir rein? Warum ich schon wieder? Ja, weil Sie von Pfirsichen reden und Sie machen Anspielungen. Also, was ich sagen wollte. Stopp, Sie geben den Schlag gleich weiter. Ähm. Mit mehr Wucht. Wir treffen uns am Freitag. Bin ich Freitag da? Ich bin Samstag. Freitag weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht. Samstag. Also Freitag hab ich schon Termine ausgemacht. Sehr gut, wenn du da bist. Okay. Ähm. Ja, bringen Sie den. Achso. Ne, die machen nur Scheiß damit. Ich komm. Wann haben Sie Samstag auf? Am Samstag 19 bis 22 so. Freitag wären wir aber lieber. Warum? Was ist Freitag? Das ist ein schöner Tag für mich also. Ja, was ist denn Freitag? Wir haben die gemacht, wenn er grad wieder anfängt zu zicken und ich mit Ariane einfach auch wieder anfängt zu zicken, ey. Oh Daisy, warum ist denn Freitag nicht da? Was ist Freitag? Freitag ist einfach schön. Freitag ist halt Freitag. Freitag ist Freitag. Freitag ist Freitag. Der Kompromiss ist hier, sagen wir was Freitag ist. Ist halt einfach Freitag und da hab ich einfach mehr Zeit. Wer weiß, jetzt sagen Sie doch mal spontan. Da ist der Jama. Der ist doch cool, da können Sie vorbeigucken. Wer weiß. Ich dachte immer, Polizisten sind mutig. Dachte ich auch. Ja, hören Sie, Sie wollen mich in den Alpen stecken, wo ich wahrscheinlich aussehe wie eine Limpasssäule. Nein. Wieso macht das Ihre Figur nicht schon? Ne, dafür fehlt noch ein bisschen bei ihm. Hören Sie, der war nicht schlecht. Meine Güte. Hab ich einen Witz gemacht? So. Eigentlich nicht. Okay. Wo bin ich denn hier reingeraten? Also drin sind Sie nirgendwo, offensichtlich. Wenn Sie so weitermachen. Also hören Sie mal, Herr Weiß, ne? Ich steh nicht auf Frauen, tu mir leid. Warst du, was wir anders sind vorhin mit uns? Du bist ja eine echte Frau. Ich bin ja immer mit Frau Barnes. Erne? Du kannst ihm doch jetzt nicht sagen, dass er nur ein kleines Mädchen ist. Er weint doch dann. Gehen Sie mal aus, bitte. Oh, ist das ganz schön. Was ist hier los? Oh, so runter los. Nein, bitte nicht. Also. Warten Sie mal kurz. Frau Barnes. Ja. Geht's jetzt doch wieder um Pfirsiche? Ja. Frau Barnes. Ja. Warum haben Sie denn so ein Problem damit? Als ich bei Ihnen in der Wohnung stand, da hat man das ganz toll, als ich oben wohne vor Ihnen stand. Ja. Sie sind einfach in mein Schlafzimmer gekommen und haben sich ausgezogen. Davor habe ich Ihnen auch eine gefalle. Wissen Sie, das ist sexuelle Belästigung. Sie sind schief auf Policen. Sie gehen einfach in die Wohnung von jemandem und ziehen sich oben aus? Ach so? Nein. Sag mal ruhig jetzt. Du bist ja ganz schlimm. Also nein. Hat er den für sich gemacht? Wie geschickt? Oh mein Gott. Sollen wir den mal kurz anrufen? Das ist eine gute Idee. Herr Henker, wo ist er eigentlich schon wieder? Wer will den denn hier haben? Herr Weiß. Herr Weiß wollte Herrn Henker nämlich bei mir in die Wohnung einladen. Und wir hatten die ganze Wohnung voller Polizisten. Also habe ich gesagt, komm wir gehen mal ganz kurz. Wir haben uns sogar noch gedupft, glaube ich. Ja, kommen Sie noch mal ganz kurz weg. Ich muss noch mit Ihnen reden. Da habe ich ihm im Schlafzimmer gesagt, dass ich das nicht will. Da hat er einfach angefangen sich auszuziehen. Und weil ich vergeben bin, habe ich ihn an einen reingehauen. Herr Weiß, mögen Sie Ariane nicht, dass Sie Herrn Henker holen wollten? Ja, anscheinend mag er sie ganz doll, wenn er sich vorher auszieht. Einige Scheiße. Also ich glaube Exhibitionisten kennen ihre Opfer auch vorher nicht. Ob das jetzt was mit mir zu tun hat? Wenn ich dich jetzt heute ausziehe, dann kenne ich dich ja auch über Exhibitionisten. Aber das ist was anderes. Ich stehe ja auch für sich. Komm mit ins Gebüsch, ich zeig dir nicht. Wie? Nicht hier? Ich dachte, jetzt hier auf den Tisch? So. Wenn Sie dann vorher Bescheid sagen. Wenn Sie dann vorher Bescheid sagen. Wenn ich durch die Straße ziehe, dann weiß ich ja Bescheid. Wir haben Ihre Mutter zu Hause gelassen können. Oh! Ich habe sie weg. Wenn du zu schlägst, dann bitte richtig, okay? Was ist denn bei Ihnen los? Was ist denn mit euch immer? Was ist denn bei Ihnen los? Ja, weil Sie bei Ihnen auch jemand anderen und jemand anderen trifft, Alter. Ja, wäre doch mal das für die erreichbar, ne? Es ist physikalisch nicht möglich, dass sie mir einen Schlag verpasst. Ist es nicht? Ist es nicht? Oh. Das sollte sie nicht machen. Alles klar. Ich sehe schon die Anzeige kommen. Hör mal! Hör mal! Hey, stopp, stopp, stopp! Hör auf, hör auf, hör auf! Hör auf! Oh Gott. Es geht, es geht, es geht, es geht. Oh mein Gott. Ähm. Also, wie ich das sehe, war das Pommes ohne Mayo. Also, ich sage es nochmal, es ist physikalisch nicht möglich, dass Daisy mich schlägt. Aber lassen Sie es jetzt lieber, es ist sehr ungünstig gerade. Hör auf, machen Sie es nicht. Sehr günstig, Bläh. Was ist denn hier los? Wisst ihr jetzt, wo ihr alle stehen wollen? Ich bin nicht herumgeschubst. Ihr zerdrückt mir den Pfirsich. Hast du jetzt Angst? Ja. 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 Ich habe erst letztens jemanden geboxt, der ist den ganzen Berg runtergeflogen. Ist kein Witz, dafür habe ich auch Zeugen. Das glaube ich Ihnen nicht. Und da sind Sie auch noch stolz drauf. Ich habe einen Zeugen. Ich habe einen Zeugen. Ich habe einen Zeugen. Ja, aber ist das nicht ja schlecht für Sie? Ne, wieso? Der andere hat gelacht. Der hat jetzt, der pfeift nicht sehr gut, der hat keinen Zahn vorne mehr, aber sonst. Gut. Und immer wenn die Leute fragen, was er gemacht hat, sagt er immer Eisrück gespielen. So, Frau Bahns, in welchen Kreisen sind Sie denn jetzt so wieder unterwegs? Was heißt das? In meinem Kreis. Und in meinem. Ich will ja nichts sagen, aber Sie stehen auch in unserem Kreis. Hm. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht warum. Und Sie sind der Einzige, der auch gerade Drogen lebt, Herr Weiß. Drogen? Ja, Zigaretten. Gerade Drogen sind das ja, Herr Weiß. Laut der Logik wäre Luke also Drogendealer. Gehst du schon wieder Zigaretten holen? Ne, diesmal ist die Milch. Geil. Da freut er sich, da war wieder an die Euter. Natürlich. Wie soll ich mich da nicht drüber freuen? Da sehe ich dich. Die Shibashi mit Takashi. Haben wir uns jetzt alle gefrügelt hier? Ne, ich nicht. Ja, ne, ich auch noch nicht. Ja, komm mit. Aber ich mag deinen Fünschen. Hm, Schätzelein. Was ich mir da angetan habe, Mann. Herr Weiß, wie lange sind Sie hier aus dem Router Riggs? Was? Wo bin ich hier? Warte. Auf die Plätze. Warte. Ich muss noch dringend los. Tatsächlich habe ich gerade einen Funkspruch bekommen, dass eine Kuh aufgeladen vor lauter... Die stehen im Dienst gerade hier mit uns? Natürlich. Im Dienst? Eine Kuh, die wurde radioaktiv gefüllt mit Fässern. Das habe ich gerade auch gehört übrigens, ja. Genau, die droht zum Platzen. Und deswegen müssen wir jetzt da dringend zu nehmen Fotos machen. Wichtig, Frau Ascheninge? Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Aber wir kommen alle gerne mit. Okay, das ist am östlichen Highway, am Checkpoint. Wir treffen uns dann da, ja? Mhm. Okay. Fähne, nimmst du mich mit? Mhm. Zu dieser Kuh? Ich bin entspannt. Nee. Berta heißt sie. Warte mal ein Hübscherchen. Wir fahren schon mal vor, wir treffen uns da am Checkpoint. Bis gleich. Warte, warum geht's jetzt? Uh. Oh. Ariane, kommst du mit? Ich habe keine Ahnung. Am östlichen Highway, am Checkpoint. Ja. Ich glaube, die beiden Bomben sind übrigens immer noch. Heini und Walter. Der sieht so aus. Ja, wieso nicht? Ich würde den auch gucken. Die Ernsthaftfee? Naja. Also, gleichzeitig glaube ich, der hat keinen Geschmack. Mein Beide. Nee, nee. Also nach Gämbel natürlich. Wir wollen. Aber ganz weit danach. Warte mal, die beiden haben Geschlechtsverkehr miteinander. Nein, nein. Moment, Moment. Ganz kurz. Ich muss das mal kurz aufklären. Ich setze hier offiziell kein Gerücht in die Welt. Oh Gott. Das ist schon mal blöd ausgegangen. Das ist kein Gerücht. Das ist einfach nur so... Hä, das ist doch nur Hörensagen. Ich weiß doch, wie das ist. Abgelehnt vor Gericht. Hörensagen. Nein. Vertrau. Vertrau mir. Das klappt leider so nicht. Das klappt so nicht. Was machen wir jetzt genau nochmal? Ich kenn Henker. Das klappt fast alles. Ja, dann. Wo fahr ich eigentlich mit? Ich hab kein Auto hier. Ich hab ein Motorrad. Hey, kommst du mit? Bei mir? Ja, wir sind zurzeit auf Motorrad. Das ist jetzt aber ganz doof. Wenn ihr nur ein Motorrad habt. Was machen wir denn jetzt? Willst du mein Auto nehmen, was hier steht? Hat der weißen Vier einen Führer? Ähm, ich darf nicht mehr fahren. Wer hat einen Führer? Jetzt bin ich verwirrt. Nein! Harry, willst du mein Auto nehmen? Du fährst und nimmst diese mit? Ich will nicht fahren, Fee. Du willst auch nicht, dass ich fahren muss. Bitte schön, ich fahr. Ich will mein Auto nicht fahren. Ich bin noch bei dir. Ich will. Du hast mich noch nicht fahren gesehen. Äh, tschüss übrigens. Tschüss. Tschaui, mach's ruh. Schönen Abend, auch hier. Wenn ich nicht mehr betrunken bin, dann erst mal bei mir mit. Dann reden wir nochmal darüber. Mein Gott, kennst du Frau Sorkin? Nein. Doch, bestimmt. Aber sagt mir jetzt nichts. Du bist eine Polizistin. Ich bin mal mit ihr mitgefahren. Wir wären fast gestorben. Achso, ernsthaft? Und das sagt man bei mir auch immer. Ich hab mir jetzt extra einen Geländewagen geholt, damit das einfach besser ist. Kannst du diesen Checkpoint für mich auf der Karte markieren? Wo der Checkpoint ist? Wo ist denn der Checkpoint? Ja, ich weiß es nicht. Ja, warte, ich mach's gleich. Das ist, wenn er den Highway runterfährt da, wo diese ganzen Lichter sind, wo man manchmal kontrolliert wird. Ach, da. Ja, ich weiß wo. Alles gut, Adria. Okay. Bis gleich. Im Osten, ne? Am besten. 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 Osthighway, Adria. Ich möchte mich für meine Fahrweise entschuldigen. Ich fahr viel zu langsam. Ist mir peinlich jetzt. Ja. Wie? Was? Fahr mal schneller. Oh Gott. Ne, ich kann wirklich nicht. Ne, wirklich nicht. Ich hab Angst vor dem Auto fahren. So. Aber ich fahr nicht hin. Also ich bin betroffen. Nein, nein, nein. Du bist betroffen. Aber du würdest wahrscheinlich besser fahren als ich. Aha. Ich fahr ja nüchtern nicht mal besser. So. Dann gucken wir mal. Hier ist nämlich ein Stamm. Oh Gott. Oh ja, ich fahr wirklich nicht so. Okay, fahr ja einfach hinterher. Okay. Okay. Der Gamble hatte auch irgendwie von Angst, dass er mit mir gefahren ist. Ja, ich hatte gerade mehr Angst um Tee. Aber er hat wohl eh keinen Geschmack. Ja, das macht die immer. Die fährt am Dauer irgendwie immer vor mir. Die fährt wirklich den Weißbumse. Ich weiß nicht, das Auto. Die fährt wirklich den Weißbumse. Stimmt das? Oder sagt er es nur so. Oh Gott. Der eklig. Ich finde es richtig widerlich. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Sie wohnt jetzt beim Gamble. Und die beiden verstehen es nicht ganz gut. Und sie meinte, sie hat so komisches... Sie kann keine Empathie empfinden. Kann die wirklich nicht. Und sie meinte, sie hat so ein komisches Gefühl bei ihm im Magen, was sie noch nicht hatte. Und sie fragt sich, ob sie mal einen Darm hat. Je. Wo ist die... Wo ist die, ähm... Dinge... Ähm... Ich denke mal, die hat sich einfach verliebt und weiß es nicht. Nee, warte, wenn sie ihn sieht... Kommt da was... Ich weiß... Was? Sie dann? Nein! Ach, die pustet auch tatsächlich viel, weil die, äh... Ihr Grundnachungsmittel sind Bonnen. Warte, das will ich nicht sagen. Bonnen? Ja, ja. Bonnen, sagt sie immer. Das ist immer ganz viel Böhnchen. Was zur Hölle soll denn das? Jedes Böhnchen? Verprügeln hier bestimmt jemanden. Ich hoffe es zumindest. Der weiß nicht. Und? Meinen die vielleicht doch den im Westen? Hallo? Ja? Fee? Fee? Meinen die vielleicht doch? Weiß ich nicht. Ariana, du mal an. Oh, ja. Ich kann mir vorstellen, dass er uns wieder wahrscheinlich verarscht hat. Frau Barnes, ich sag Ihnen eins. Ja, Herr Weiß? Ich kenn Sie jetzt schon ziemlich lang, ja? Ja? Was zur Hölle? War das gerade? Das war eine Runde, die zusammengekommen ist. Einfach spannend. Herr Weiß, wir sind jetzt am östlichen Eifel. Wo sind Sie denn? Nicht her. Boah, Herr Weiß, wenn Sie jetzt nicht hier hinkommen, ich schwöre Ihnen, dann ist sie entschuldigt heute nicht dich. Warten Sie ganz kurz, ich habe eine Frage vorbereitet. Du mir seine Nummer aufst. Sie glauben wirklich, dass da eine radioaktive Kuh steht? Ich dachte, wir machen Ihnen was Lustiges, Herr Weiß, jetzt kommen Sie. Komm, komm, komm. Ich will mir nicht mehr mit den Leuten was zu tun haben. Sieht komisch. Was für kreisen sind Sie denn wieder unterwegs? Nein, jetzt hat sich ausgedämmt, jetzt kommst du mal Herr Weiß hier. Nee, ich bin jetzt unterwegs nach Hause. Ich habe noch tatsächlich, ich muss noch tatsächlich Pornos gucken oder so. Gute Nacht. Gut. Er sagt, er muss noch Pornos gucken, er ist nach Hause unterwegs. Und in was für kreisen ich denn bitte bin? Wie bitte? Ja, das ist natürlich verarscht. Waren Sie denn nach Hause? Wo sind Sie? Auf ihn. Warte, warte, eine Sekunde. Ariane, manchmal muss die Raubkatze die Krallen ausfahren. Der hat mich auf den Kiker. Ich sag dir, wenn ich das mache, bin ich tot. Nee, dann habe ich den jetzt auch auf den Kiker. Wo ist er denn jetzt? Ja, zu Hause, Fee. Okay, fahren wir dahin. Weißt du, wo er wohnt? Ja. Okay. Aber, aber weißt du was? Der zieht jetzt so ein Outfit an. Das hat der wirklich versprochen? Ja, hat er. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hat er. Jetzt, jetzt muss er da durch. So, ich bin gespannt. Dann fahren wir mal zu ihm. Also, du darfst mir jetzt helfen bei der Entscheidung. Entweder wir ziehen mir auch ein Leo-Outfit an. Ja. Oder es gibt einen wunderschönen Anzug mit einem Hund drauf. Mit einem Chihuahua. Okay, ich kann dir... Oder wir ziehen mir in ein rosa Outfit an. Ich kann dir sagen, das mit dem Hund wird ihm bestimmt richtig gut, ähm, gefallen. Hm. Ich, ähm, weißt du was? Vielleicht kriegst du ihn dazu, dass er zwei anzieht. Ich nehme einfach alle drei mit. Den mit dem Hund. Mhm. Den mit dem Leo. Und den rosa. Den mit dem Hund. Ich... Entschuldigung. Ich... Ich... Die Vorstellung ist immer so lustig, weißt du? So ein kleiner, süßer Chihuahua auf dem Hund. Ja. Mit diesem... Passt doch zu ihm. Oh ja. Wenn du wüsstest, wie sehr. Genau. Wie sehr denn? Sehr, sehr. Sehr, sehr. Mhm. Hat er auch glubschauen? So glubschig waren die aber nicht. Ich glaub, Herr Weiß mag tatsächlich Hunde. Frag ich es nur auf welche Art. Wo fährt viel denn jetzt hin zu einer? Der ist die höchstens. Der hat bestimmt so... Der foltert die bestimmt. Hast du diesen Weekly Scout gelesen? Du meinst die Zeige von Linka? Da stand drin, dass der... Dass der Baby Robben schlägt. Ja. Ach, hör auf. Das war der Lesezirkel, der bei mir war. Ja, die Polizisten haben Lesezirkel da ausgemacht. Oh Gott, der bremst noch ganz schön scheiße. So. Das ist... Das ist ein... Trioso. Wenn der scheiße bremst, dann bremst du scheiße. Nee, der bremst... Oh, jetzt guck mal. Der bremst wirklich ganz schön kacke. Da, guck mal. Wer ist das nächste Mal bei mir? Dann... Dann drehen wir noch mal. Mal schauen. Außerdem glaube ich, dass Fee einfach nur... Die hat ja nämlich noch bei den Alice stehen. Das ist eine Weide, glaube ich. Die wollte nur, dass wir den jetzt zu ihr fahren. Das glaube ich auch. Ja. So. Verdammt. Verdammt. Ich hab meinen Izzy ja heute jemand anderen bedient. Verdammt. Verdammt. Wie viele Autos hast du? Vier. Vier? Und ein Bike. Und ein Bike. Ja, das hab ich ja gesehen. Das sah richtig gut aus. Ja, das ist so schön. Ich hab einen Izzy hab ich, so ein kleines Cabrio. Und ähm... Dann hab ich einen Ranger, das ist ein Geländewagen. Und dann hab ich einen Speedo, das ist Transporter. Und dann hab ich noch einen Blister. Ja. Also du bist seit Januar hier? Ja. Gut. Ich hab mein Auto geschenkt bekommen. Also... Ja, ich hab mein erstes Auto hab ich auch geschenkt bekommen. Den hab ich dann gegen den Izzy getauscht. Dann hab ich die Boutique bekommen. Und jetzt verdiene ich keine Kohle. Hat das Geschäft wirklich so gut? Seitdem ich das hab, ja. Okay, dann wird's also noch länger bleiben. Gut, gut, gut. Ja, keine Sorge. Wenn... Wenn ich mich gut anstelle, dann überlebe ich noch eine Weile. Ja. Ich könnte ja jeden Tag hingehen. Ich muss nur gucken, dass die Finanzen natürlich stimmen. Also... Ich suche auch immer Angestellte. Ich bringe das zum Make-up-Reiß. Nein, nein, das ist... Das ist keine gute Idee, vertrau mir. Das ist absolut keine gute Idee. Ich zahl dich in Klamotten aus. Ja. Oder Naturalien, je nachdem. Nee, das ist tatsächlich so das Financer-Ding, weil das bei mir mit der Zeit immer so schwierig ist. Boah. Ich bin da auch flexibel, Hauptsache es kommt mal einer für eine Stunde hin. Ja, ich brauche tatsächlich immer ein bisschen Freiraum. Ich auch. Wir fahren wirklich sehr langsam. Ja, ich will ihr nicht... Die stoppt abrupt. Ich war noch nie so langsam unterwegs. Ist du mir leid, ich fahre immer so Schlangen liegen. Ich bin schon richtig peinlich. Ja, entschuldige, ich hab dich immer vorgewarnt. Pass auf, ich bin schon fast wieder nüchtern, wir fahren nachher mit meinem Auto. Ja, das will ich erst mal gucken, ob du gleich wieder nüchtern bist. Hast du so ein Stäbchen zum Reinpusten? Tatsächlich gerade nicht, das müssen wir uns gleich von Herrn Weiß holen. Er hat das bestimmt zu Hause. Natürlich. Ich glaube, wenn der mal eine Frau nach Hause nimmt, die muss er mal gleich reinpusten. Statt nennt er dann Blasen. Entschuldigung. 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 Oh, der kam unerwartet. Ich meinte das ernst. Warum lacht das? So, warum park ich den jetzt? Oh, scheiße, ist rot. Wind? Ähm. Da pass ich voll rein! Passt überall rein mit dem Auto, das ist Schuhkarton. Scheiße, ich hätte das vielleicht... So! So, das reicht. Geparkt. Okay. Schnell raus. Wir sind da, ne? Hast du abgeschlossen? Äh, das Auto? Ja, doch schon. Ja. Ich habe den Geschenk bekommen. Von dem Du, auf dem ich stehe, also. Na doch, deswegen hat er... Hallo, hier spricht der Anrufbeantworter von Walter Weiss. Er hat mir seinen Motorrad gekriegt. Bitte sprechen Sie nach Pippton. 1A. Herr Weiss, machen Sie mal auf. Danke, Frau Andro. Ich streiche, los. Was hat das so getan? Jetzt hat er einen Anrufbeantworter. Scheiße, welcher war das im Moment? 1A. Was weißt du? Daria, natürlich weiß ich, ich war schon einmal hier. Erinnerst du dich nicht mehr? Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr, wo. Einweihungsfeier und so. Mach nicht auf. Erstell die Stimme und sag, hier ist der Pizzabote. Das ist eine gute Idee, Moment. Mach mit unbekannter Nummer. Mach ich, mach ich. Ja. 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 Das ist halt mal eine ganz komische Stimme. Ich probiere es auch mal. Hallo. Oh. Hallo. Wer ist da? Frau Barnes. Jawohl. Ich würde jetzt nicht den Satz fortführen. Ich würde jetzt nicht den Satz fortführen. Ich würde jetzt nicht den Satz fortführen. Aber ich... Fee, versuch du mal. Ich würd's auch versuchen, aber er will mal das nicht mehr, wenn ich Armeel steile. Oh, bitte fehlst du schon, ey. Das ist so ein Schwein, gibt seine Nummer einfach nicht aus. Der hat in Venture steht seine Nummer 921 drin. Ja. Was ist denn tot? Was ist denn? Und fehlst du? Äh, heilige Scheiße. Anrufbeantworter. No, der hat er gerade auch schon gemacht. Ach, warte mal, ich mach das anders. Da kann es noch runterkommen. Vielleicht funktioniert das. Was, was war das? Ein bisschen husten. Ja? Hallo, Hanni. Sag mal, wo bist du denn gerade? Ich kann keine tiefe Stimme machen. Was ist denn los? Gut, ich wünsche dir eine gute Nacht. Was machen sie hier? Woher, warum sind sie hier? Frau Barnes, warum zeigen sie den Leuten, wo ich wohne? Ach, jetzt hab ich gezeigt. Ich weiß. Warum? Ich hab keinen gezeigt, wo sie wohnen. Sie wollte so hierher, dann hab ich sie hergeführt. Was wollt ihr denn hier? Das heißt, sie haben uns schon wieder verarscht. Wir standen da vorne am Highway. Sie haben nicht wirklich gedacht, dass da eine Kuh ist, die... Frau Barnes. Wir wussten nicht, weshalb wir da hin sollen. Ja, ich dachte, das ist irgendwie eine Überraschung oder sowas. Eine Überraschung an einem Checkpoint. Ja. So, kriegen wir jetzt was zu essen und zu trinken? Hast du schon wieder Hunger? Immer. Was machst du denn, dass du immer hungrig bist? Weiß nicht. Zu viel auf Toilette gehen. Ihhh. 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 Was wollen sie jetzt von mir? Essen und trinken bitte, Herr Weiß. Als Entschuldigung, weil sie uns verarscht haben. Ich hab nichts. Du kriegst die Nudeln von Gamble. Was? Die haben sie doch schon im Mund oft. So im Moment. Herr Weiß. Die haben sie noch nicht im Mund gehabt, okay? Wieso? Noch nicht. Noch nicht. Haben sie einen Dosenöffner dabei? Ach, Herr Weiß, jetzt geb ich Fee. Ach, Herr Weiß. Das hätten sie jetzt so gut nutzen können. Ihr Fee von Herrn Weiß. Bonnen. Herr Weiß, ich hab doch die Bonnen extra für Sie geholt. Warum? Was soll ich denn damit? Essen? Hier. Ich will doch nur ins Bett. Ich hab heute neun Stunden mit Mitarbeitern geredet. 36 Stück und ich war nur zweimal auf dem Klo. Was wollen sie denn? Machen sie es wie ich. Regen sie einfach nicht mit ihren Mitarbeitern. Passt doch. Das ist ein guter Einwand. Ja. Ich müsste es aber wirklich ganz am Augen nach Hause. Ist das dein Ernst? Also. Herr Weiß. Das Zeug nicht. Ist jemand noch nicht beim Klo? Also dass ich mich eigentlich ausnutze, ich verstehe das nicht. Was geben sie sich denn die ganze Zeit da? Wollen sie gar nicht wissen. Hören sie mal auf die Tauben zufüttern hier. Okay, dann scheiß die wieder hier alles von. Was denn? Ähm. Nichts. Bitteschön. Was willst du von mir, Ariane? Was ist hier grad los? So, einmal ist angenehme Nachtruhe. Was passiert gerade? Warum haben wir jetzt wieder Bacon Beats? Warum gibt es immer immer Bacon Beats? Ich will die nicht haben. Ja. Esse sie sie. Wollen sie mal zum Mond fliegen? Können wir hier Wein trinken gehen. Zum Mond fliegen? Oh, Herr Weiß ist super. Herr Weiß, haben sie noch Wein oben im Kühlschrank? Ja, hab ich. Für mich. Ganz alleine. Wenn sie ist so geizig. Nein, wenn ich sie in meine Wohnung lasse, ich krieg sie dann nie wieder raus. Versteht allerdings. Wir können ja übernachten. Ja, am Arsch. Achso. Ja, dann kannst du bei mir übernachten, bei meinem neuen Apartment. Genau, schlafen sie in dem Uranbunker. Ich schlafe doch nicht mit Gamble im Bett. Ich schlafe doch nicht mit Gamble im Bett. Rian, du kannst in meinem Buch schlafen. Wir sind OBG-Partner. Also... Mein Freund liegt bei mir im Bett. Ich will mich gleich einfach gerne zu hinsetzen. Was ist... Entschuldigung, oh mein Gott. Okay. Okay, gut. Rian, ich zeig dir einfach mein Bett, okay? Wer ist das jetzt? Ich wohne ja direkt um die Ecke, die ich sehe. Wer kommt denn da? Was? Oh, nicht, wer ist das? Genau. Kenne ich... Ne, weiß ich nicht, wirklich nicht. Ne. Vielleicht wohnt die Dame einfach hier? Eine Frau mit Rucksack, keine Ahnung. Hallo. Ja, da würde ich auch erst mal ausflippen. Da würde ich auch ein bisschen. Hallo. 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 Lotti, wie geht's Ihnen? Du hast schon wieder andere Haare. Ähm... Ja, aber schon ein bisschen länger hier. Das sind ja wahre Freunde. Und es dir? Ist auch nett, dass sie sich sehen und sie dann erstmal in der Luft rumschlagen. Also ich meine, da ist gar kein Akt. Äh, das lag ja an. Was ist das? Ja klar. Natürlich. Ich möchte ja auch mal gucken, wenn ich sie sehen. Weil sie kennen mich doch gar nicht. Was ist denn mit ihnen? Ich hab sie oft genug gesehen. Hä, wo denn? Wir haben so ein Schicksal. Wir haben so ein Schicksal. Aber sind sie im Unicorn ab uns? Hä? War ich? Ja, wieso? Da habe ich... Das ist doch nur eine Frage. Die Tattoos kommen nämlich bekannt vor. Ja, ich frag da nur. Ich meine, vor ihnen standen und sie sagten... Nein... Hatten die eigentlich weh? Ach, das waren Sie! Hm... Ne... Na gut. Kann ich das einziehen? Ja, manchmal wissen sie, dass das Gespräch dann... Ich habe so eine Filter... So ein... Ja, ja, so ein Spamfilter. Ja, genau. Ich vergesse sie auch jedes Mal. Warum sagst du immer Frau Bartz? Deswegen kämpfen Sie heute darum, dass wir uns die ganze Zeit treffen. Fällt Ihnen das mal auf? Äh, nein. Ich kämpfe darum, weil ich eine Mission habe. Warten Sie mal. Sind Sie besessen von mir, Frau Daisy? Ich meine, wenn Sie wollen... So, ich geh jetzt aber ins Bett. Ja, bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Ich möchte nur, dass Sie diesen blöden Anzug anziehen. Ne, 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 ne. Doch, 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 doch. Ne, 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 ne. Ich kann das genauso lange wie Sie. Machen Sie das. Okay, ich habe bis morgen früh Zeit. Ja, gut, dann. Wir stehen ja noch eine Weile. Ne, habe ich nicht. Ja, dann sage ich es doch nicht. Frau Bartz, was soll ich jetzt machen? Ja, weiß nicht, was hatten Sie denn gerade vor? Was mache ich jetzt? Ich wollte tatsächlich noch zu Mount Chili, weil ich hatte heute nur vor, Fahrerkleiden zu gehen. Das ist eine Lüse. Fall nicht drauf ein. Ich wollte ins Bett, Mann! Was soll ich denn hier machen? Warum bin ich denn zu Hause? Bartz, heute wirklich sehr langen Tag. Nein. Nein? Nein. Ich hatte gar keinen langen Tag. Ist denn irgendwas Interessantes heute passiert? Was haben Sie eigentlich gemacht, als ich da stand und Sie eine halbe Stunde weg waren? Frag das doch nicht. Okay. Was, wo war ich? Nochmal. Keine Ahnung, eine halbe Stunde waren Sie weg, als ich da stand bei Ihnen im Büro und gewartet habe. Ach so, Sie waren, als ich auf Toilette war? Ach, Sie waren auf Toilette, ja. Sie sehen halt sehr erotisch aus in der Uniform. Ja, finde ich auch. Darf ich endlich auch meine Uniform? Haben Sie Spaß? Okay. Okay. Wie ist das eigentlich? Jetzt holen Sie sich den nächsten Polizist. Bin ich so schnell abgeschminkt, Pre? So schnell ist es zwischen uns vorbei. Oh nein, bitte nicht schon. Sagen Sie mir das ins Gesicht. Nicht schon wieder. Okay, warte. Ja. Ach so, das war das hier. Ja, ich habe jetzt keinen Ring dabei. Also ich hätte hier einen. Brauchen Sie einen? Ja, geben Sie mir den mal kurz. Ja gut, den brauche ich eher nehmen. Einmal für Sie bitte. Spielen Sie das Spiel gar nicht mit mir. Hallo. Hi. Hey, hören Sie. Hey, 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 hey. Kennen Sie eigentlich Daisy? Oh, wer ist das? Hallo. Ja. Ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Oh ja, das hat aber nicht gut geklappt. In der Party-Crash. Ja, haben Sie Mafia. Oder wissen Sie was? Helfen Sie mir. Hey, Sie. Kennen Sie eigentlich von Fee? Das ist Fee. Oh. Hallo, ich bin die Fee. Ja, hey, was geht? Was geht's ab? Okay, ich würde jetzt gerne ins Bett gehen. Ich halte das nicht mehr aus. Darfst du meinen Nachbarn? Richtig, Sir. Hören Sie, ich bin nicht Ihr Nachbar, sondern ich bin der Eigentümer des Hauses. Nee. Doch. Was? Sie sind? Ariane glaubt doch nicht alles. Ich bin Lamy. Nee, ich weiß nicht. Lamy. Wie heißt... Moment. Lamy heißen Sie und wie heißen Ihr Nachnamen? Alaa. Sie heißen Herr Salami. Nein, ich heiße... Ja. Das ist natürlich ein Witz, den ich auch noch nie gehört hab. Oh, dass du mir verleihst. Nein, alles gut. Ariane, haben wir nicht eigentlich noch eine Mission mit so einem Auto? Mit welchem? Mit meinem? Mit meinem eigenen. Was haben Sie für ein Auto? Kommen Sie jetzt von Salami aufs Auto. Sir, Sie können dann jetzt auch gehen. Haben Sie was? Ich hab mich da einfach ganz schnell wegkriegt. Ciao. Ja, gute Nacht. Wie heißt der heißen? Ey. Ja. Der heißt wirklich mit Nachnamen Saar und mit Vornamen Lamy. Haben Sie den Ausweis gesehen oder was? Ja. Oh. Ich kenn den. Bei der Nase, den kann ich mir noch nicht... Bei dem können Sie auf der Nase, können Sie mit Schier oder zack. Also... Kann man auch mal mit Dickelche... Ja. Bei Ihnen... Ja, da ist doch nichts. Also... Das haben Sie jetzt nicht gesagt. Es gibt in Deutschland einen Bundesland, das nennt sich Mecklenburg-Vorpommern. Schlafen Sie gut. Was? Das ist ein ganz unangenehmer Kerl. Ja. Voll lustig, oder? Voll klein. Ich bin so gespannt, ob du das schaffst, diesen Anzug. Ja. Ehrlich. Wäre der Anzug denn teuer, den er hätte bezahlen müssen? Hm. Geht so. Was ist hier los? Also, ich werde jetzt nicht umgucken. Was machen wir hier? Weiß ich nicht! Ariane. Ja? Du ziehst mich einfach magisch an. Was ist hier los? Das ist, ähm... Das ist was Besonderes. Ja. Wir müssen jetzt noch kurz Auto fahren. Ich fahre erst noch gleich nach Hause. Aber bitte töte mich nicht, okay? Noch nicht. Okay. Zur Boutique. Wir müssen zur Boutique. Okay. Also nicht rein, sondern nur zur Garage. Okay. Also nicht rein, sondern nur zur Garage. Okay. Herr Weiß, du hab' mich angerufen, aufgelegt und jetzt rufen da jemand Unbekanntes an. Wow, ist das sch... Da hab' ich schon mal was anderes gehört. Herr Weiß, Herr Weiß, aber low. Herr Weiß, ich hab' gesehen, dass die gerade angerufen haben. Weißt du was denn? Sind wir jetzt zu Fuß, oder? Äh... Oh nein, dann müssen wir in den Roten wieder. Er ist ja nicht weit weg. Ich hasse es, den Roten zu fahren, okay. Herr Weiß, lass' mich mal in Ruhe. Ich begebe mich nach Hause. Okay. Gute Nacht, du. Gib mir doch irgendwann die Schlüssel zurück, Ariane. Du weißt ja, wo ich wohne. Okay, ich park' jetzt... Das ist dein Okay meiner Träume. Scheiße, ich bin umgesucht. Park' er... Stell' das Auto einfach neben dir raps und die ist okay. Okay, alles klar, mach' ich. Gut, dann wünsch' euch auch noch viel Spaß, ne? Ja, danke schön. Und äh... Träum' zum... Herr Weiß. Oh Gott, nein. Warte, wie viel hast du getrunken? Und wie lang ist das her? Ich bin schon wieder nüchtern. Komm. Versprochen. Du wirst das gleich herausfinden. Hauch' mich mal an. Na gut. Hm. Jetzt von meinem Atem mitgetrunken. Soll ich's dir vielleicht... Ach nee, ich weiß ja, wo die Boutique ist. Ach, okay. Wenn ich eins weiß, dann wo die Boutique ist. So. Finde ich sehr lobenswert. Ja, scheiße, ich hab' ne kleine Shopping-Sucht, muss ich zugeben. Das finde ich auch sehr lobenswert. Nein! Aus meiner Sicht. Soll ich... soll dich irgendwann mal übertreiben? Musst du mich aufhalten? Nein! Doch! Nein! Diese Freundschaft tut mir nicht gut! Ich muss auch für meine Miete bezahlen. Ja toll! Für mein Suchgeld! Ich brauch' hier ne kleine Wohnung, also geht's noch. Ah, wo wolltest du denn? Äh... Am Strand. Ah, oh schön. Du musst immer am PD vorbei. Das ist ein doofes Stoppschel, das mag ich nicht. Weiter geradeaus, Ariana. Ja, natürlich, das wusste ich doch! Und da in die Garage rein. In die Garage? Also weiter geradeaus. Okay. Und dann hier rechts. Ah... Ah! Jetzt steig' in den Lieferwagen! Das ist dein Auto? Park da links. Ja, beide. Aber ich hab' noch was anderes. So park' ich nicht. Wir fahren jetzt mit dem Geländewagen. Ich bin jetzt aber echt gespannt. Du hast mich angehaut und... Du kommst... Ich komm' hier raus. Das Auto gehört dir? Ja! Ja, aber egal was du tust, schau' nicht ins Handschuhfach. Okay, alles gut. Mach' ich nicht. So warte, wo müssen wir hin? Wo wohnst du? Moment, warte... Jetzt einfach mal davor... Hier. Desi, ich vertrau' dir jetzt! Das ist ja gar nicht so weit. Wir müssen extra Runde machen. Okay. Da ist ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, ja. Desi, ich muss trotzdem dein rotes Auto nochmal abholen. Ich muss das bei mir parken. Das ist doch nicht so weit. Das schaffst du auch zu Fuß. Nee, zu Fuß darf ich doch hier nicht rum. Ja, doch nicht jetzt! Was? Ja... Wir fahren gleich nochmal an deinem Haus vorbei. Einfach nur... zu fahren. Guck mal, so schnell sollte man fahren. Ich hab' übrigens ne Theorie. Ja? Ich werde öfters mal angehalten, aber ich muss nur bei Mr. Pearson Strafe zahlen. Ich musste bei Mr. Pearson auch... Oh! 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 Oh mein Gott! Was war das?! Meine Güte! Wie krass war das denn?! Na so? Jaaaa! Na ja? Weil eins muss ich sagen, du kannst Auto fahren. Ja. Ich werde mal Stunt vor. Oh ne, da kann ich ihn einpacken. Ich stecke einfach so aus. Los, kurz raus. Jetzt. So. Ist vielleicht besser, wenn ich nicht fahre. Okay, dann kannst du das rote Auto da wirklich stehen lassen? Ich denke doch noch. Ähm. Ja? Ich werde noch für unseren Welt mein Auto besorgen. Für ihn. Und da muss Philipp endlich da sein. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben eine Mission. Was machen wir? Und das Outfit-Wall. Ist doch neis. Sag mir aber vorher Bescheid, ne? Also wenn es wieder Leoparden-Gang ist, dann damit ich weiß, was ich anziehe. Ja. Okay. Dankeschön fürs nach Hause fahren. Ja. Bis dann. Tschüss. 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 Oh mein Gott. So ein bisschen Bammel. Nicht, dass Daisy echt so super böse ist und weiß jetzt, wo ich wohne. Und weiß einfach alles. Schoko, es tut mir leid. Ich würde mich aber, glaube ich, morgen privat einloggen und würde es tatsächlich zurückholen. Weil jetzt um die Uhrzeit will ich da wirklich nicht langlaufen. Oh, jetzt fahrrad da. Daisy ist echt schon wirklich sehr cool. Ich muss halt trotzdem aufpassen. Und deswegen habe ich zur Sicherheit gesagt, das mit den Anhauchen. Damit ich später sagen kann, sie war nicht betrunken, weil sie hat mich angehaucht. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich muss halt aufpassen, ey. Muss aufpassen. Und wenn es danach geht, darf Ariane gar keinen Menschen mehr kennenlernen. So wirklich gar keinen mehr. Wir müssen nur hier auch wieder aufpassen, dass wir mit allen weiterhin noch Kontakt haben. Was so passiert, wenn wir der Sophia zum Beispiel sagen, dass wir Daisy kennengelernt haben und die ganz nett finden? I don't know. Ja, I don't know. Wie gesagt, ich weiß mit Ariane halt nichts. Ich bin halt trotzdem muss ich in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es war einfach auch zu lustig. Und dieser Move gerade mit dem Auto war halt auch voll geil. So, und dass Kinder sie ja wohl auch irgendwo her kennt und da auch nichts in der Richtung kam, müsste es eigentlich safe sein. Und Ariane ist ja gerade auch in keiner Scheiße am Stecken. Hat mit niemandem was zu tun. Mit keiner Mafia oder sonst was. Jetzt sind wir eigentlich safe. So. Da gucken wir mal ganz kurz hier. Achso, warte. Von vorne finde ich das gar nicht so schlimm. Der Rock ist halt so ein bisschen hm. Oh mein Gott. Das sieht aus, wenn... Wenn Larue das sieht, dann denkt er wahrscheinlich, wir sind irgendwie voll krass einkaufen gewesen oder so. Oh mein Gott. Achso. Achso. Ach so. Oh, Alter, ich muss das hier mal echt... Warte mal eben. Das ist ein bisschen zu krass. Oh nein. Heute wird ruhiger, ja. und der Philipp ist ja auch mit ihr befreundet deswegen, dass das halt auch eigentlich ein ne, Philipp ist das kein super bösartiger Larue, ich weiß nicht warum ich so was sage ich habe echt keine Ahnung boah, aber Philipp, Amy und Daisy und Ariane und Philipp, boah, das wäre jetzt schon irgendwie ein ganz anderer Kreis das wäre eigentlich sehr geil, was haben wir hier eigentlich jetzt gekriegt das ist wahrscheinlich das, was Ariane auch macht, ach das, oh, okay das beißt sich aber schon wieder okay okay, das würde sogar eben gehen gut, das haben wir auch, okay, das können wir dann also weitergeben lockere top dunkel rot ist das für uns ja, ist das für uns das ist auch von uns ein Moment ohne diese komischen warte mal okay, okay, wir müssen dafür unter uns also welche komischen genau hat echt Spaß hat echt Spaß gemacht äh hat echt Spaß hat echt Spaß gemacht freue mich schon auf die freue mich schon auf das Rudel dann zusammen mit Philipp und ey ähm äh ja, weh, ne was geht hier da, 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 da lass mich ganz kurz mal hier jetzt überlegen wir haben hier jetzt alles abgelegt wenn die Schuhe noch ne, die Schuhe haben wir auch nicht an hab ich denn hier noch irgendetwas drin haben wir uns geholt ich weiß immer, dass wir jetzt beschrecken oder, dass wir wo ist doch, wo der Gürtel das waren doch jetzt nicht alle Sachen wir haben doch noch irgendwelche Sachen gekriegt, oder? ich bin gerade kurz ein bisschen ach ja, stimmt, wir haben uns ja hier hingepackt haha Erik okay, ja äh das war jetzt, äh okay, das war jetzt auch wieder weitergeben ich will das unbedingt noch machen ich hoffe, das ist okay das können wir anziehen zum, äh das war jetzt nochmal ein ganz rot okay eine Fliegerjacke was ist der Melody denn da gehabt, hä? gelbes Bauch bei oh, das steht Ariane irgendwie voll gut, oder? da steht Ariane irgendwie voll gut aber ich muss ja auch was essen ich muss gleich mal zu meinen Männe ja, das können wir jetzt zu dem anderen Lila anziehen aber ich bin mir nicht sicher da sehe ich Ariane irgendwie nicht so drin achso, die haben wir selber heißgesteifelt okay, das ist irgendwie süß aber ich hatte Melody nie mit solchen Sachen gesehen, oder? mhm bei den Hosen da gerade bei den hier, ne? da gefällt mir halt dieser Muschi-Bereich irgendwie nicht so weil der sieht sehr Muschi-Bereich aus ich weiß nicht warum ach, okay ja, das sind dann so Sachen das passt zur Melody das passt aber gar nicht zur Ariane das ist eigentlich auch ganz cool boah, das fühlt sich ganz komisch an oh, wir haben eine schwarze Lederjacke juhu warte mal schließen was ist hier los, Leute? was habe ich hier gemacht? ey, so viele Klamotten so, ich nehme natürlich die Kette gleich ab boah, das blaue Kleidchen ich dreh durch und dass sie den da hatten ist einfach gut ich bin jetzt total warte mal wie tun wir es, als ob Larry gerade duschen wäre, ja? warte mal, kannst du kurz in den Netz da reingucken ja, Höschen Ariane, du hast Höschen gekriegt ah, dankeschön ich hätte Ariane zugetraut, dass sie der jungen Dame beim Pub hinterherläuft und fragt, wo sie Outfit her hat die Sache ist, da war gerade mit dem Kreis ich will diesen schwarzen Hohen schon wieder haben ich werde, äh ja, jetzt müsst ihr aber echt erstmal gucken wenigen Geld wir müssen wirklich erstmal gucken, wenigen Geld ähm, den Weiß, der komische da ist ja mein Ex-Mann noch, äh noch normal gegen also wirklich ich freue mich auf das Rudeln mehr hätte ich dann gern bei mir muss da auf meinen Gute-Nacht-Dienst warten Gute-Nacht-Dienst? haha hahaha ja, auf jeden Fall ohne Weiß aber mit Femus auf jeden Fall auf jeden Fall ohne Weiß hundertprozentig ähm dann schlaft du auch schlaft du auch gut und warte, schlaft du auch gut Mist, ich hätte gerne das Tarnoutfit nee, oh Gott, das machen wir nicht warte so ich bin ein bisschen Fee Fee, ich hoffe heute war soweit alles okay war irgendwie ziemlich wild der raided Frau Fluff oh, ist Frau Fluff Daisy? ich bin mir grad so unsicher äh, Frau Fluff auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Raid Dankeschön warte äh, wir haben ja was ziemlich wild so im Chat im Chat lesen warum warum geht der Chat nicht weiter was hier ah Frau Fluff herstlichen Dank für den Raid es hat sehr viel Spaß gemacht ey bitte sei nicht böse bitte sei keine böse äh, nee vielen, vielen Dank vielen, vielen Dank wir haben jetzt noch der Fee geschrieben jetzt gucken wir grad nochmal den Herr Weiß ähm nee, komm das lassen wir Herr Weiß lassen wir weil ich will mit Ariane nicht direkt wieder so ähm Herr Weiß weißt du wie ich mein guck mal hier noch eben alter warte mal ist ja furchtbar äh hm 250 Dollar hätte ich jetzt gerne gehabt ja hat heute wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm Wade Benjamin haben wir da was zu oh Oville 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 wir gucken kurz deswegen okay warte ja ich hoffe es macht ja nichts aus ich hatte gesehen dass du meinen Post kommentiert hattest und da dachte ich ich schreibe dir fix eine Mail ich wollte mich nämlich wegen meines Verschwindens im PD entschuldigen oh Gott sei Dank ich war mir jetzt nicht sicher ob du nochmal zurückkommen wolltest oder ich das falsch verstanden hatte wir haben es ja nicht vergessen ich musste mich ganz schnell los zur Arbeit entschuldige ich sollte äh oh ich bin aber voll lieb äh danke und äh danke ähm dir trotzdem für deine Informationen über Melody ich starb ein wenig besser wenn ich weiß dass es gut geht ich hoffe es geht dir auch soweit prima hey Orville hey Orville mach dir keine Sorgen ich war eh verhindert und konnte nicht unbedingt sofort zurück zurück das klingt ja super dass du Arbeit hast ähm dass du Arbeit hast ich hoffe ich hoffe ich hoffe es wird gut bezahlt es wird gut bezahlt so ähm hm äh ja 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 mir wurde gesagt ich soll mir keine Sorgen machen wegen Melody ich würde ich finde übrigens äh Brians SMS von heute zu dem was heute passiert ist ja witzig kann ich gleich nochmal vorlesen ähm ja mir wurde auch gesagt ich soll mir keine Sorgen machen wegen Melody da also war ich da auch beruhigt dennoch seltsam das Ganze dennoch seltsam das Ganze wir lassen es erstmal so so ansonsten oh ich mach echt im Ausland soll ich auch nochmal ein Schwissen Entschuldigung ähm ansonsten boah bei sowas würde ich gar nicht mitmachen Ariane Land wieder in dem MD ich suche weiße Handschuhe weiß jemand wo es die gibt er ist sehr aktiv jetzt ne und er hat gesehen das so das Venture dem Venture Poster ist das nicht Herr Smith das ist doch Herr Smith oder es gibt Tage wo man sich fahrt ich bin ich wirklich frei Entscheidungen trifft man aber äh trifft man am Tage zu genügen Personen im engeren Umkreis sollten nicht täglich wechseln aber äh wie weiß ich dass jemand im engeren Umkreis wirklich äh für einen da ist wenn man sie braucht ich denke das wird sich erst in Zukunft zeigen die Angst sich zu öffnen und dann eine Angriffsströche zu bieten und dann verletzt zu werden ist wahrscheinlich die größte Angst die man hat also er ist also ich hab ihn immer nur mit Ariane mal so gesehen irgendwie ne einfach nur so gesehen also er ist jetzt auch der neue Sheriff ne steht das auch irgendwo Automarke Raiden der raidet auch gerne ist das ist das jetzt der neue ne warte mal sagts mir nicht sagts mir nicht oh Gott aber immer Scheiße oh ich hasse das so sehr danke das ist die schlimmste Funktion von allen einfach oh ich muss doch schnell Beinwarten ich gebe Orville noch schnell auf den Profi damit das nicht so auffällig ist Ori Willi warte mal boah wie ich das hasse einfach hey Orville bin ja auch so hier weiter weiß der hat gesagt der hat die Telefonnummer da stehen oh ich hab schon wieder falsch geschickt oh mein Gott der hat wirklich die neue Zeit ist das schlimm oh ja gut so so dann können wir hier noch und dann mache ich aber auch mal aus das ist wieder das Problem entweder muss jemand das Foto gemacht haben deswegen mache ich halt keine Fotos mehr für Venture weil entweder muss jemand die machen oder du musst die Kamera so hinstellen dass es Sinn macht mit den Selfies das Versorgen nein oh Pam das ist so süß Pam und ich haben immer nur so kurze Gespräche so hi hi gut es ist auch du auch immer nur super kurz ich gucke mir natürlich auch so ein bisschen die Werbeanzeigen an wie die gestaltet sind hier meistens schon wirklich ganz gut ach guck mal das ist sie doch sogar gerade okay das haben wir alles gesehen gut die Sache ist ich bin ganz furchtbar das sind halt so voll die schönen Nachrichten ne okay eine Kurzgeschichte das sollte ja entsprochen das ist dann voll die schönen Nachrichten und ich gucke immer direkt nach dem Drama automatisch ich hasse das so sehr guck mal hier hätten wir das mitbekommen ah wir wissen wir können jetzt so knuspen ich freue mich Daisy du hast uns das glaube ich erzählt ne aber Pam ist voll toll körperlich Auseinandersetzung unter Fahrschülern what okay oh ein scheiß ist der April was kann ich da das ist gleich was für Tage das sind ich kann halt nicht so oft ne okay wir sehen uns ab ob